Hey, ich bin Schau, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal wird es eine Serie und ich entschuldige mich, dass es so lange gedauert hat. Wir spielen jetzt Welcome to Sea View Hotel. Hier einchecken. Wir spielen jetzt At the Dead of Night. Und das Spiel hatte ich schon vor zwei Wochen vorzuspielen. Dann ist mir natürlich wieder was dazwischen gekommen, aber ich denke, wir spielen jetzt das Spiel. Es soll sehr gut sein. Es haben einige andere schon gespielt. Möglicherweise kennt ihr das Spiel schon. Ich weiß nicht, wie flexibel das ist oder ob es immer eine gleiche Story gibt. Kurzum, wir sind in einem Hotel und es ist ein Horrorspiel, Schrägstrich Horrorfilm. Also inwiefern da jetzt Horrorfilmelemente drin sind, weiß ich noch nicht. Aber ich würde mal sagen, wir starten direkt ein neues Spiel. Die Geschichte von Jimmy Hall. Finde Jimmy's Secrets Geheimnisse heraus, indem man die Geister über die Sachen befragt, die du findest. Dann versuch Verbindungen herzustellen, dass sie erscheinen. Jimmy wird sein Bestes tun, um dich aufzuhalten, die Wahrheit zu finden. Standardspiel oder Extrem. Wähle zwischen dem Standardspiel oder dem extremen Spiel. Wenn du das extreme Spiel spielst, falls Jimmy dich angreift, wird er dir fast alles wegnehmen. Jedes Mal. Dein aktueller Spielstand wird verloren sein, wenn du ein neues Spiel beginnst. Und deine Achievements werden zurückgesetzt. Okay, wir machen ein Standardspiel. Ich glaube, das reicht für uns. Okay, Exit. Nein. Oh, Intro. Oh, owner. Oh, geht's. Hallo? Maya, es ist Hannah. Hannah, wo sind Sie? Sie alle auf und leften mich hinterlassen. Wo sind Sie jetzt? Was ist das Nummer? Wir haben alle in der Hotel auf der Red Hood. Wie weit entfernt sind Sie? Ich weiß nicht. Ich werde es kommen, wenn ich da bin. Sie können. Es ist kein Signal. Well, es geht nicht. Geh zu beden, Hannah. Okay, jetzt weiß ich, was Horrorfilm gemeint ist. Zivio Hotel. Drei Sterne. Das ist total unter meinem Niveau. Ah, Maya, ich versuche. Don't be alarmed. Your friends booked you in. Let me just check. Ah, yes. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. You're very nice friends. Very nice. And there's quite a few of you I see as well. Nice to see so many fresh, young faces. For a change. You're here for the music festival in town, I presume. Yeah, we were supposed to be camping there tonight, but... There's hardly weather for that, is there? Will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just get going. That's fine. And, uh, if you don't mind me asking, Maya, would you be interested in, uh, the entertainment tonight? Tonight? Uh, starts around midnight, usually. Actually, it's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called, uh, Hugo Punch. He's sort of this comedic sociopath. Says things that you're not supposed to say, and that sort of thing. It's quite popular with students. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay. I'd rather just go to bed. Sorry. Fine. 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 Which way are the rooms? Um, just take the lift. Uh, you're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and, and then drop your key off in the box, uh, if you will, Maya, please, tomorrow. Okay. Best show in town, the note-takers. Who needs proper entertainment when you've got YouTube or MyFace or whatever? Stupid, uncultured... You don't like rooms, too. They're naughty. Don't start this again. I don't want to hear it, okay? Not tonight. No, the children are bad eggs. They need to be taught a lesson. Shut up. Just shut up. You always do this. They're paying customers. They haven't done anything to you. Just leave them alone. Bad eggs need crackin'. Whack them hard and crack their shell. Kick them down the stairs to hell. You know what you need to do, Jimmy. Show them who's boss. That's the way to do it. I have to admit that it's so. That's, yeah, so a bit like a psycho, right? Ich hab auch meine Kerze im Schlaf an. Ich hoffe, es gibt noch ein Tutorial. Ich hab auch meinen Schlaf an. Ich hab auch meinen Schlaf an. Schlaf einen Schlaf an. No! Yeah! Yeah! Ich hab auch meinen Schlaf an. Und in dersten Darwấp an. Masakiz war ein Hauptschuss. Seaview Hotel hat eine dunkle Vergangenheit. Die Geister, die darin leben, haben eine Geschichte zu erzählen. Benutze den Geist- und Gespenster-Empfänger, um mit ihnen zu reden. Oder Geister und Seelen. Sie werden dir Jimmys Geheimnisse erzählen. Aber Jimmy muss die Wahrheit verstecken. Unter allen Bedingungen. Wow, okay. Okay, also. Das ist das Gerät, das du gefunden hast. Auswählen, um es anzuschalten. Ähm, du musst einen Kompass finden. Was? Okay. Kann ich das anschalten? Ah, okay. Wir müssen auf den Text gehen. Äh, du kannst da Geister, ähm, ja, rauffinden. Die stimmen, wenn du nah genug an sie dran bist. Äh, falls du es nicht gesehen hast, geh zum Menü und sieh dir das Tutorial an, bevor du weitermachst. Ah ja, okay. Vielleicht machen wir das dann erstmal. Menü. Watch Tutorial and Intro. Watch Prolog. Ich will nur das Tutorial sehen. Haben wir das irgendwo hier? Jimmy and Dit. Okay. Subtitles. Können wir hier noch was größer machen? Erweiterte Beschreibung. Achso, das brauchen wir nur, um Geräusche zu beschreiben und so. Das machen wir aber nicht an. Äh, Watch Tutorial. Watch Full Tutorial. Okay. Die Situation. Das ist Jimmy Hall. Der Hauptcharakter. Und ein gefährlicher Psychopath. Oder ein Gegenspieler, besser gesagt. Er hat Dunkelpläne für Mayas Freunde. Maya ist entkommen. Jimmy weiß, dass er sie stoppen muss. Äh, die Verfolgung. Jimmy versteckt sich immer, wo auch immer nur kann. Hinter Ecken. In den Schatten. Er wartet nur darauf, dass du ankommst. Oder er schleicht dich von hinten an. Er kann sich nicht auf den Treppen verstecken. Oder im untersten Stock. Oder im Keller. Strategie. Falls Jimmy sieht, dass du weg gehst, äh, geh aus seiner Linie. Und zwar sofort. Du kannst dich in jedem, ähm, offenen Raum verstecken. Falls Jimmy reinkommt, versteck dich in einem Kleiderschrank. Oder im Badezimmer. Guck dich, ähm, äh, durch den Gucker, um zu sehen, ob Jimmy draußen ist. Äh, guck raus, um ihn zu sehen. Oder ruf ihn, um ihn zu sehen und wohin er geht. Finde Schlüssel. Räum, Schlüssel. Schließ Jimmy aus, äh, Räumen aus oder sperr ihn rein. Falls du zuerst abbrauen kannst. Ähm. Prüfe Räume schnell, indem du durch die Schlüssellöcher guckst. Der Tod. Äh, Jimmy hat eine mörderische Vergangenheit. Seine Opfer, sie haben niemals verlassen. Die sind immer noch im Hotel. Benutze den Geister-Receiver, um mit ihnen zu reden. Oder mit Hänger. Oh ja. Okay. Äh, frag sie über die Sachen, die du gesehen hast. Und versuch die Story herauszufinden. Frag sie über Verbindungen und sie werden sie, äh, zur Erscheinung bringen. Dann folge den, den flackernden Lichtern. Und, äh, achte auf seltsame Geräusche. Benutze einen Kompass, äh, um dich zu leiten. Wenn du in der Nähe bist, zieh dich um. Oder sei ruhig. Und schau zu. Majas Talent. Ähm. Maja kann in die Anderswelt sehen. Geh in einen sicheren Ort und dann benutze den Spiegel. Du wirst sehen, die Orte von wichtigen Gegenständen oder die Orte von Geistern. Oder Verbindungen zwischen Geistern und Gegenständen. Manchmal klaut Jimmy Sachen, falls er dich fangen kann. Ähm, such nach deinem Geisterempfänger auf der, äh, äh, auf der ersten Etage. Für den Kompass und Schlüssel in Gästezimmern. Lies den Geisterempfänger das Anleitungsbuch für mehr Informationen dafür. Okay. Alles klar. Äh, okay. Return to Sea View. Dann müssen wir jetzt erstmal den Kompass finden. Fang an, ähm, Unterhaltung mit den Geistern zu führen, indem du, ähm, einführende Fragen machst. Versuch, mit einem Geist in Verbindung zu gelangen. Benutze das Sprechen, ähm, Symbol oben. Okay. Show everything. Wenn du Geister triffst, kannst du sie fragen, fragen. Äh, verbinde ihre Antworten, um Verbindungen herzustellen. Äh, du mache Paare von ihren Antworten, um Verbindungen herzustellen. Wenn du alleine bist, kannst du hier, äh, äh, Antworten, äh, der Geister untersuchen. Keine Items. Okay. Hier kannst du eine Konversation starten. Falls es keine Antwort gibt, sind keine Geister in der Nähe. Äh, laute Geräusche, äh, heißt, es ist ein Geist mit einem, ein hoher Energierate in der Nähe. Okay. Okay. Können wir hier auch noch was einstellen? Ist jemand da? Scheinbar nicht. Okay. Dann, wo gehen wir denn mal lang? Oh, ein Weihnachtsbaum. Ist ja nice. Du musst den Kompass finden. Und den Spiegel. Okay. Alles klar. Gehen wir mal hier in diesen Raum. Keine Ahnung, wo Jimmy rumrennt. Aber ich glaube, am untersten Flur sollte er ja nicht sein, ne? Können wir da irgendwo hin? Da rein? Da? Da? Ist ja Püppi. Sehr. Jetzt erst. Okay. Hier können wir scheinbar nichts machen. Nur da lang. Da lang oder da lang. Versuch die Tür. Ist natürlich abgeschlossen, ne? Okay. Wir könnten in den Flur. Können wir hier noch irgendwie was machen? Scheinbar nicht, ne? Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal hier lang. Oh, guck mal. Schöne Maske. Okay. Unten kann er ja nicht sein, ne? Okay. Gehen wir mal. Hm. Ja. Ich weiß auch nicht, ne? Out of order. Also hoch kommen wir nicht. Können wir nur die Treppe benutzen? Lift rufen. Okay. Also wir müssen schon hier gucken, dass wir auf gewisse Dinge drücken können. Dinge benutzen können. Ground floor. Alles klar. Wo gehen wir denn hin? Gehen wir mal auf eins. Gehen wir mal Richtung zurück in unseren Raum. Vielleicht finden wir da was schönes. Okay. Oh der ist ja nicht. Gehen wir mal. Oh der ist ja nicht. Ok. Warte mal. Da steht doch... Ja nochmal zurück. Stand hier nicht. zu Raum. Ja, ja, okay. Raum 101 bis 115. Oder Zimmer 101 bis 115. Okay, da ist nichts mehr. Dann gehen wir mal in die Richtung. Versuch die Tür. Okay, abgeschlossen. Ich wollte eigentlich hier rechts rein. Da allein. Okay. Nice, okay. Raum 101. Mein Zimmer. Können wir hier irgendwie abschließen? Leave the room. Look through the spyglass. Also durch das... Okay, alles klar. Super, 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 super. Im Badzimmer verstecken. Okay, da ist das Badzimmer. Im Schrank verstecken. Durchsuchen. Ah ja, ein Schlüssel. Sieh mal einer an. Können wir den nehmen? Du findest den Schlüssel zu Raum 101. Aber da sind wir ja eigentlich drin. Okay. Um Schlüssel zu versuchen, mit Schlüssel zu versuchen, die Türen zu öffnen, mach das Inventar auf. Und zeig auf die Tür, die du öffnen willst. Türen können geschlossen oder abgeschlossen sein mit dem richtigen Schlüssel. Okay. Das heißt, wir können das nehmen und können das zumachen. Alles klar. Wie komme ich hier wieder raus? Showing everything. Showing keys. Okay. Raum 101. Wie komme ich hier wieder raus? Wenn du Geister drückst, kannst du die Fragen fragen. Ach, wahrscheinlich wieder hier, ne? Hä? Wie komme ich denn da raus? Wie komme ich denn da raus? Ich will wieder hier... Turn on device. Ich will wieder hier raus. Ich will hier raus! Wie komme ich denn da raus? Wie komme ich denn da raus? Okay. Keine Ahnung, wie man normalerweise da rauskommt. Oh! Okay. Du findest irgendwelche kindischen, brutalen Zeichnungen. Du hast einige Trophäen und Auszeichnungen gefunden. Okay. Können wir vielleicht den Geist dazu fragen? Ach, das haben wir alles hier, ne? Make contact with the spirit to ask about it. Okay, ja. Aber wie? 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 Show everything. Können wir nicht. Ist anyone there? Ach so, wir müssen natürlich erst den Geist fragen. Die sind die... Okay, die sind die... Du hast hier die Zeichnungen aufgeschrieben und hast die Trophäen aufgeschrieben. Okay. Können wir denn jetzt hier... Leave the room, oder? Lock key. Ah, alles klar. Verstehe, verstehe, verstehe. So kann er zumindest nicht reinkommen, ne? Scheint ja nicht drin zu sein. Okay. Gibt es im Ballzimmer irgendwas, was wir finden können oder so? Na, wir können da... Wir können es da einfach nur so verstecken. Okay. Oh, interessantes, ungewöhnliches Spielkonzept. Okay. Schließen wir mal wieder auf. Geh mal raus. Eigentlich müsste man doch auch... Eigentlich müsste man doch auch mit diesen Drehdingen die Tür abschließen können. Eigentlich. Versuchen wir mal hier. Raum 102. Ach, da haben wir anscheinend einen Schlüssel für. Okay. Können wir abschließen? Können wir nicht. Wir können aber auch nicht diesen Riegler umschieben hier. Warum auch immer. Okay. Gucken wir mal, ob wir... Hier in der Schublade was finden. Ach, der Kompass. Du hast den Kompass gefunden. Er zeigt dir zu dem nächstgelegenen Geist. Und was haben wir hier noch? Stairfloor one. Okay. Okay. Wir haben den Kompass. Können wir den jetzt benutzen. Und ich muss noch den Spiegel finden. Den Schlüssel zu Stairs Floor one. Okay. Treppen auf der... Zur ersten Etage. Hier kann man zumachen, sehe ich gerade. Okay. Alles klar. Ach, ihr seht dieses Recorder-Teil nicht hier. Aber ich zeig das mal eben. Das ist einfach nur hier dieser Recorder, den man... Ne? Um das Ding zu aktivieren. Okay. Dann benutzen wir mal den Kompass. Wie können wir den Kompass benutzen? Wie können wir den Kompass benutzen? Wie können wir den Kompass benutzen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht im Zimmer, ne? Gucken wir erst mal hier durch. Okay, Jimmy ist nicht da. Dann, äh... Gehen wir mal raus. Aha. Der Kompass wird hier... Den nächsten Geist anzeigen. Raum 105. Hier vielleicht? Ist er noch da? Scheinbar war keiner da. Okay. Was haben wir noch hier? Durchsuchen wir mal das Ding. Oh, ein weiterer Schlüssel. Du findest den... Schlüssel für Raum... 105. Oh. Du findest eine Spritze und eine... Flasche von... Diazepan-Medizin. Wofür ist die denn? Habe ich da was knatschen hören? Erstmal abschließen. Okay, wir müssen immer Schlüssel finden, um die Tür abzuschließen. Wir können sie anscheinend nicht mit diesem Ding abschließen, sondern... Ähm... Geht nur... Mit dem Schlüssel, den wir dann in dem jeweiligen Raum finden. Können wir hier auch noch was gucken? Warum können wir die denn nicht mitnehmen? Warum können wir die denn nicht mitnehmen? Oder müssen wir uns den Ort merken? Können wir da auch noch was gucken? Hier links? Ne, es gibt immer nur einen... Es gibt immer nur einen Schrank, den wir durchsuchen können. Und einen Schrank, wo wir uns was stecken können. Und ein Schreibtisch... Äh... Ein Badezimmer, wo wir uns was stecken können. Okay. Ja, ich muss den Spiegel finden. Alles klar. Gucken wir nochmal durch. Den Raum gegenüber können wir nochmal ausprobieren. Ist gut, dass hier oben auch der Raum steht. Nein, ich wollte raus. Ich wollte raus. Dann weiß ich immer, wo ich mich befinde. Hä? Er könnte sich auch hinter diesem Vorhang verstecken hier. Raum 104. Okay. Als erstes Mal vielleicht... Schön, dass hier überall das Licht an ist. Da ist nichts drin. Ah ja. Headlock hier zu Raum 104. Mehr finden wir hier nicht. Okay, okay. Ich muss immer noch den Spiegel finden. Oh, ich werde mich in diesem Hotel so verlaufen, ey. Ich habe schon Angst, wenn ich Jimmy das erste Mal finde. Oder er mich findet. Hier sind aber auch noch Räume. 103. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon drin war. Oh. Fucking dunkel. Too dark ahead. Achso, es ist... Zu dunkel, um den Raum zu betreten. Alles klar. Versuchen wir mal meinen Raum gegenüber. Woher weiß ich denn, dass er nicht in Räumen ist? Raum 102. Move to the room. Nichts. Wieder nichts. Kann ich hier in den Spiegel gucken. Schade, kann man nicht. Ziemlich nice gemacht alles. Okay. Dann wieder raus. In Raum 102 können wir uns dann auch nicht verstecken. Können wir uns da verstecken, wo wir einen Schlüssel haben. Logischerweise. Okay. So, mal gucken. Hier war dann soweit nichts mehr. Das heißt, wir gehen mal zurück. Okay. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? 101. 101. Das ist mein Zimmer. Alles klar. Alles klar. Können wir da lang? Ah, da kommen wir in die Lobby. Okay. Hier waren wir noch nicht, ja? 106. Ein Schlüssel. Raum 106. Und? Wieder nichts. Wir haben auch diesen scheiß Spiegel gefunden hier. Noch ist es ruhig. Wo bin ich hergekommen? Von da, ne? Das heißt, ich muss in die Richtung. Oh Gott, ist das groß, ey. Zurück. Hier rein. 112. 113. Fangen wir mit 112 an. Raum für Raum. Erfülle ich den Traum. Ah, der Spiegel. Du hast den Spiegel gefunden. Und du hast eine Whisky-Flasche gefunden. Von anderen Geistern. Du kannst jetzt den Spiegel benutzen, wenn das Icon sichtbar ist. Okay. Entweder bei der Tür in Räumen oder auf dem Erdgeschoss in der Küche. Okay. Benutze den Spiegel, um Hinweise zu sehen, wo du hingehen musst oder welchen Gegenstand du als nächstes benutzen musst. Das wird dir auch helfen, verlorene Schlüssel zu finden. Und, ähm, die Geisterbox zu bedienen oder irgendwie sowas. Okay. Portemonnaie von einem Kind gefunden. Können wir das mitnehmen? Ah. Ja, kann man wirklich mitnehmen. Kann man alles mitnehmen, hä? Spiegel. Okay. Warum nur bei der Tür? Launier. Für irgendeine Ahnung. Oder bei der Tür? Oder bei der Tür? Ja, ja. Unabhängig. Ein Kind. LG. Oh, die CF. Okay. Call out to Jimmy. Wir müssen so einen Geist finden. Wir müssen dafür den Kompass benutzen. Okay. Call out to Jimmy heißt Jimmy rufen. Aber ich weiß nicht, wie das helfen soll. Machen wir mal 113. Oh. Dunkel, dunkel. Da will ich gar nicht rein. 113. Gehen wir mal hier weiter. Okay. 114, 115. Auch dunkel. Wahrscheinlich brauchen wir dafür eine Taschenlampe hier. Wo waren wir jetzt drin? 114, ne? Okay. 115 haben wir auf jeden Fall. Die Möglichkeit, was zu durchsuchen. Okay. Ist nix drin. Schade. Dann... Oh. Ich muss aber nachgucken. Ich schätze mal, wir treffen Jimmy erst, nachdem wir unseren ersten Geist gefunden haben. Wo auch immer das sein kann. Oh, da ist eine Tür auf. Wir gehen aber erstmal in 120 rein. Hier sieht's auch schön aus. Alles klar. Was ist hier? Auch nichts drin. Okay. Scheiße. Er ist schon so ein bisschen angespannt, ne? Und fühlt sich die ganze Zeit verfolgt. Try the door. Okay. Die Tür ist... Also Türversuche. Die Tür ist... Nicht... Aufgewesen. Oh. Einschlüssel. Okay. So. 119. 119. Okay. 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 Und die andere. Du hast den Hut eines Kochs gefunden. Kochmütze. Okay. You collected the... Kann ich jetzt hier wieder den Spiegel benutzen? Sehe ich dann was zu der Mütze des Kochs? Scheinbar ist das nur der Hinweis zum Geist, den wir finden müssen. Low ground. Okay. Wir müssen wahrscheinlich unten den Geist suchen. Schätze ich mal. Okay. 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 Okay, okay. Ist das eigentlich ein Rundgang hier? Da ist der Exit wieder. Ich dachte, ich höre was. 118. Waren wir da schon drin? Es ist zu dunkel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich so hart verlaufen hier. Püppi. Versuchen wir diese Tür. Keine Chance. Gehen wir mal Richtung Püppi. Raum 121. Unglaublich vieles. Es muss ein unglaublich großes Hotel sein. Du hast ein altes Holzpuddel gefunden. Zum Schlagen. Ja. Wenn ich aufpasse, kriege ich eine gepasst. Oh, du hast schon den Spiegel. Okay. Gut, gut. Können wir eigentlich speichern hier? Menü. Game Stats. Review Sightings. Return. 0% complete. Da. Bin ich ja sehr froh. Dass wir hier so Progress machen mal wieder. Ich glaube, das Spiel geht sogar ein bisschen länger. Ja, spannend. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die Folge machen soll. Ich glaube, nicht allzu lange. Wir gehen mal zur Püppi. 1,22. Oh. What the fuck, ey? Okay. 1,22. Oh. 1,22. Ich weiß nicht, was wir hier so finden. Schlüssel für 1,22. Nein. Einen anderen. Was haben wir gefunden? 0. Join Keys. Key to store. Storeroom. Key to room, 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 room. Können wir da hin und her? Oh, egal. Oh, du hast schon den Kompass. Okay, wir haben einen. Du hast eine Flasche mit Terpentin und ein Feuerzeug gefunden. Na, da fällt mir doch was ein, du. Boah, hier ist... Kriegst du ja richtig Angst, ey. 122. Waren wir da schon? 103. Waren wir da drin? Waren wir in 122 oder 123? Ich glaube, wir waren in 22. Wir waren hier schon. Ja, da ist der Kompass nämlich nochmal. Da müssen wir nochmal in 23. Alles klar. Haben wir das Terpentinzeug jetzt mitgenommen? Into the room. Du hast eine alte Kleidung gefunden, die in Blutspuren besitzt. Und du hast nochmal einen Storeroom-Key gefunden. Okay. Da waren ja einige Räume. Wir können natürlich versuchen, ob der Schlüssel passt. Nein, zurück. Wenn wir da hingehen. Door anlackt. Ach, guck mal hier. Ist ja dunkel natürlich. Ich schätze, wir brauchen erst eine Taschenlampe. Ich check nicht so ganz, wo uns dieser Kompass hinführen soll. Check ich noch nicht. Hier schon? 118. Ich habe keine Ahnung. Das Sofa kommt mir noch recht unbekannt vor. 117. Okay, ist dunkel. Man könnte ja auch einfach das Licht anmachen. Aber ich glaube, das wäre zu einfach hier. Naja, das geht nicht. Ich schätze mal einfach. Man braucht eine Taschenlampe oder so. Ist halt einfach kaputt. Okay, wir sind einmal rumgegangen. Er scheint nicht hier zu sein. Da ist noch eine Tür. Wir versuchen mal den anderen Storeroom-Schlüssel. Try the door first. Ah. Okay. What the fuck? Move into the room. Store. Ah. Ah, okay. Ich glaube, hier finden wir die Sachen, die wir... Da ist eine Taschenlampe. Könnte ich mitnehmen? Irgendwas anderes hier? Ich glaube, hier finden wir nur die Sachen, wenn er uns die abgenommen hat, ne? Zurück. Storeroom erste Etage direkt neben den Aufzügen. Was ist das? Können wir das durchsuchen? Gehen wir mal runter. Ich glaube, unten sollte der Geist sein. Äh. Ich will da lang. Treppe. Okay. Wir haben aber einen Schlüssel dafür. Zack. Door unlocked. Können wir auch runter gehen? Go down. Im Treppenhaus kann er nicht sein. Zeigt das denn hier rein? In diesen Raum? Irgendwas höre ich. Ich bin mir nicht sicher, was. Okay. Versuchen wir mal den Storeroom. Schlüssel. That's the wrong key. Hat mir nicht zwei? Auch der falsche. Vielleicht ist es immer nur der Schlüssel zum Storeroom. Auf derselben Ebene. Also ich höre was? Ich höre so eine Art Wind oder so. Was ist denn hier? Die Küche? Die Küche. Wir können so einen Spiegel hier benutzen. Ob das jetzt so schlau war, weiß ich auch nicht. Das ist immer wieder das Mädchen. Lower ground. Oder heißt das Keller? LG. Ich gucke gleich mal am Fahrstuhl. Kann ich hier irgendwas noch gucken, machen, reingehen? Ist so creepy, dass hier so Zeichnungen hängen. Das könnte natürlich der Bereich sein, ne? Also da ist die Treppe. Ground. LG. Das müsste dann weiter unten sein, ha? Was ist denn LG? Ach da, hier. Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Was heißt denn LG? LG. Okay. Is someone there? Who's there? Der Kompass zeigt ja in die Richtung. Kann ich nicht da hin? Kein Jimmy hier, oder? Er ist ja nicht im Keller, oder? In die Richtung. Okay, da geht's wieder zum Treppenhaus. Ich denke, hier sind wir richtig, oder? Oh. Wenn's so rauscht, sind wir nah, ne? Hallo? You need spirits, you can ask them questions. Hallo? Hallo? Hier vielleicht? Jetzt ist noch lauter. Ist jemand da? Ist jemand da? Ist jemand da? Ich dachte, je stärker das rauscht, sollte ich das verstanden. Umso näher sind wir dran. Ist jemand da? Scheinbar nicht. Versuche ich nochmal hier in der Ecke. Ist jemand da? Also hier rauscht, ist es doch am stärksten, oder? Ist jemand da? Ich verstehe das nicht. Call Lift. Lower Ground. Und... Da sind wir ja eigentlich, ne? Es muss hier im Keller sein. Der Kompass zeigt ja auch in die Richtung. Try to make contact. Können wir hier vielleicht in diese Dinger reingucken? Okay, ich will gucken, ob hier der Storage Room passt. Äh, jetzt mehrere von diesen Dingern. Jetzt machen wir mal Storeroom. Vielleicht haben wir auch beide schon benutzt. Ich hätte jetzt echt gedacht... Hier ist das Garage am stärksten. Ich würde die Komoda hier durchsuchen. Können wir hier irgendwas machen? In dem Teil? Ich habe keine Ahnung, ob ich was falsch mache. Hier klingt es jetzt eigentlich am lautesten. Okay, ich muss erst Verbindungen herstellen. Ich muss erst Verbindungen herstellen. Und dann kann ich was fragen. Aber warum? Warum kriege ich hier keine Antwort? Na egal. Gehen wir mal wieder hoch. Wir haben ja noch... Geh... Das ist weiter dort. Oh Gott. Oh Gott. F***ing shit. You noticed a girl in the basement. What? Tja, okay. So eine Art von Spiel ist das also. Also... Okay. What's your name? What's the name? I'm Amy Bell. Amy Bell. I'm Kat. Ich bin 10. Frag den Geist über die Dinge, die du gesehen hast. Versuchen wir mal dieses Ding. Now in contact with Amy. Okay. Du wirst ihre Antwort sehen, wenn du das Item anklickst. Okay. Who did the child's purse belong to? It was mine. It was for my birthday. But it was stolen. Amy hat gesagt, das Portemonnaie ist meins. Das war für meinen Geburtstag. Aber sie wurde mir gestohlen. Okay. Dann gucken wir mal. Whisky Bottles. Medizin. Zeichnungen. Who drew those violent pictures? Der Junge hat sie gemalt. Okay. Blutverschmierte Kleidung. Taschentuch. Das könnte meins sein. Terpentine und Feierzeichen. I found a bottle of Terpentine and lighter. What were they for? I didn't know what they were. Until Jimmy showed me. Ich wusste nicht, wofür es war, bis Jimmy es mir gezeigt hat. Okay. Dieser Holzpaddel. Where did the wooden paddle come from? I don't know. Sie weiß nicht, wo der Paddel herkommt. Die Mütze vom Koch. Who did the chef's hat belong to? I don't know. Ich weiß es nicht. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Whisky Flaschen. I don't know. But children shouldn't drink alcohol. Ich weiß es nicht, aber Kinder sollten kein Alkohol trinken. Sie weiß nicht, wo die Flaschen herkommen. Diese Spritze? Where did the bottle of Diazepam come from? I don't know. Weiß es auch nicht. Trophäen? I found some trophies. Who won them? Amy hatte keine Antworten. Okay. Können wir Tschüss sagen? In Kontakt with Amy. Schätze, wir müssen noch mehr rausfinden. Okay. Wo konnte man noch lang? Hier glaube ich rein. Der nächste Geist ist in die Richtung. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen sollen. Ich glaube, wir gehen in die Richtung. Doch das, was machen wir im nächsten Part. Ja. Ihr wisst ja, was ihr tun müsst, wenn euch das Let's Play gefällt. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Schaui. Willkommen zurück im Horror-Hotel. Die erste Folge kam ja richtig gut an bei euch. Das freut mich natürlich. Und ich werde weiter versuchen, dem Horror hier auf die Spur zu gehen. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Würde mich jedenfalls freuen. Und diesen Teil des Hotels haben wir uns noch nicht angeguckt. Das werden wir jetzt machen. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. Weil es hier auch so dunkel ist. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Game Room. Ich weiß noch nicht, ob wir mit dem Geist überhaupt fertig sind. Er hat sich auf jeden Fall verpisst. Und ich weiß noch nicht, wo der liebe Jimmy rumrennt. Können wir hier irgendwo irgendwas machen? Schaut. Achso. Ich glaube, hier können wir gar nichts machen. Sieht aber sehr schön aus. Ich frage mich, ob die Szenen vorgerendert sind. Das ist fucking dunkel hier. Können wir da durchs Schlüsselloch gucken? Das ist dunkel. Da sehen wir gar nichts. Okay. Können wir... Da ist eh abgeschlossen. Okay. 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 Too dark ahead. Okay. Also, ich bin immer noch sicher, wir brauchen eine Taschenlampe oder sowas. Ich vermute mal. Ich gehe nochmal zurück. Wir sind noch nicht fertig im Keller. Weil es ist momentan das Einzige, wo wir irgendwie was machen können. Und der Kompass zeigt auch noch in die Richtung, glaube ich. Deswegen rufen wir jetzt nochmal den Elevator. Also, den Fahrstuhl. Wir gehen nochmal zurück im Keller. Floorground. Mal gucken, ob wir das Geister-Teil nochmal benutzen können. Ansonsten habe ich nämlich keine Ahnung, wo ich hin soll. Weil wir können... Ist jemand da? Oh, sie ist wieder da. Okay. The Spirit is making... Okay, der versucht wieder Kontakt aufzudrehen. Was hatten wir denn noch nicht? Also, lass mal überlegen. Wir konnten doch auch irgendwie kombinieren hier oder... Oder so. Warte mal, was hatten wir denn? Wir hatten auf jeden Fall ihre... Wenn du einen Geist triffst, frag die Fragen. Also, stell ein paar von ihren Antworten her um Verbindung. Aber wie stelle ich denn Paare von Antworten her? Show everything. Ich kann hier nicht mehr draufklicken. Wie kann ich mir denn die Antworten angucken? Ask Amy. Was ist dein Name? Ach so. Vielleicht muss ich erst mal den Namen machen. Ich bin Amy Bell. Ich bin Cass. Ah, jetzt... Okay, warte mal. Hier haben wir Fragezeichen. Jetzt in Kontakt mit Amy. Okay. Können wir hier noch was? Ich möchte gerne mehr über diese... Paar's finden. Okay. Können wir vielleicht... Add a pair. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, hier drüber können wir kombinieren. So, jetzt ist dieser böse Junge. Vielleicht hat es damit was zu tun. So, wenn wir das jetzt kombinieren. So. Verbinde zwei Antworten, die... Wo du denkst, dass es eine Verbindung gibt. Und sieh, ob es funktioniert. Verbinde... Verbinde... Gesichtbare Antworten mit Gegenständen für schnelleren Fortschritt oder so. Das scheint schon mal nicht... Der Fall zu sein. Okay. Können wir vielleicht... Warum ist da eine Blutstained-Kloth in einer der Drahten? Es könnte mir nicht sein. Es könnte mir nicht sein. Es könnte mir nicht sein. Okay. Ich weiß nicht. Anscheinend haben wir den Fortschritt nicht gespeichert. Es wäre ja auf jeden Fall... Meins. Hier kann ich leider nichts machen. Das kann ich aber auch nicht wieder wegmachen. Wie kriege ich denn das weg hier? In Kontakt mit Amy. Turn off die Voice. Why use to draw the purse? Können wir auch nicht kombinieren. The clothes could have been mine. The purse. Vielleicht hiermit? Ich frage mich, ob wir die Kombination... Where did the wooden paddle come from? Ich hätte ja sonst nichts gesagt zu den Themen. Also ich hätte jetzt gesagt, man könnte vielleicht hier... die Sachen kombinieren, aber... da hier so ein X ist... Vielleicht müssen wir aber noch mehr Sachen finden. Das könnte auch noch sein. Dass wir quasi gar nicht... gar nicht alles gefunden haben. Haben wir... Habe ich denn überhaupt alle Räume abgesucht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Gehen wir nochmal... zurück. Weil ich glaube, wir können nur was in den Räumen finden. Ich muss nochmal hoch. Und gucken, ob ich wirklich alle... alle... ähm... Gebäude abgesucht habe. Können wir überhaupt auch auf 2? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Auf Ebene 2. Können wir natürlich auch nochmal versuchen. Ich versuche mal direkt auf Ebene 2 zu gehen. Weil wir können uns ja eigentlich in dem ganzen scheiß Hotel frei bewegen, ne? Aber ich habe so ein bisschen Angst vor Jimmy. Wenn wir ihn das erste Mal sehen. Warte mal. Ich habe mich gerade gefragt, warum hier auch so Sachen rumliegen. So Partysachen. Okay. Wir sind aber auf 2. Gehen wir mal in die Richtung. Zu dunkel. Okay, die Treppe ist abgeschlossen. Was haben wir hier? Auch abgeschlossen. Haben wir hier vielleicht noch einen Schlüssel? Girl in the Basement. Starroom. Starroom. He's the Starroom. Können wir aber nicht auswählen. Okay. Boah, ich dachte, da steht einer, ey. Scheiße. Hm. Too dark. Also auf Ebene 2 kommen wir nur, wenn wir eine Taschenlampe haben. Versuchen wir mal Ebene 3. Aber ich vermute, da haben wir auch nicht viel Glück. Das heißt, wir müssen uns erstmal auf Ebene 1 weiter umsehen. Egal. Ich mache mal alle Ebenen durch. Dann kriegen wir so einen kleinen Überblick. Wissen, wo wir hin können. Was wir brauchen. Oh, guck mal. Hier sieht es ganz anders aus. Boah, ist das gruselig, ey. Die Sounds. Gehen wir mal hier rein. Okay. Muss wir echt noch mit der Steuerung warm werden? Gehen wir da lang? Gehen wir da lang? Raum 301. Sieht gut aus. Okay, wir müssen versuchen mal da rein zu kommen. Raum 301. Mal sehen, was wir hier so finden. Ein paar kaputte Spiegel. Wandspiegel. Sehr interessant. Okay. Okay. Raum 302. Raum 302. Okay. Raum 302. Zu dunkel. Lief, 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 lief. Können wir nur die andere Seite versuchen, hm? Alle Treppentüren sind zu. Okay. Das heißt, da müssen wir erstmal was finden. Hier ist auch wieder so ein Storeroom. Der ist aber auch zu. Können wir da eigentlich hin? Können wir hier vielleicht noch den Schlüssel ausprobieren? Oh, hier ist aber der Geist scheinbar wieder heller, hm? Das Geisterding. Okay. 308. Da scheint Licht zu sein. Jimmy Hall is on this floor looking for you. Stay away from him. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ah, Kupferdraht. Okay. Sonst nichts. Oh, oh. Okay. Geht der jetzt wieder raus? Also, ist es jetzt safe rauszugehen? Oh, yeah. Oh, yeah. Ein Kompass habe ich schon. Ein Ring in so einer Kiste. Also, in einer Ringkiste. Ich habe ehrlich gesagt... Keine Lust auf den... Okay. Gucken wir einfach mal. Okay. Gucken wir einfach mal. Gehen wir mal auf 4. Nein, wir gehen wieder auf 1. Ich frage mich, ob er denn immer so hört. Scheiße, ey. Kann er die Treppe benutzen? Haben wir das schon drin? Okay, das ist definitiv ein Starroom. Sieht mal einer an. Ah. Können wir auch abschließen hier? Was finden wir denn hier? Ich glaube, wir können uns hier nur... Können wir uns hier nur verstecken? 106. Sollte vielleicht wirklich mir mal aufschreiben, in welchen Räumen ich schon war. Ja gut, ich sehe es an den Schlüsseln. Zumindest, wo ich Schlüssel für habe. 106 habe ich auf jeden Fall keinen Schlüssel. Aber das heißt nicht, weil die Schlüssel auch woanders noch sein könnten. Ich hoffe, ich kriege immer einen Hinweis, dass er hier in diesem Raum ist. Hoffe ich zumindest. Ebene meine ich. Ihr merkt, ich werde langsam nervös. Weil ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwelche Jumpscares eine Rolle spielen. Okay, versuchen wir hier nochmal den Starroom. Scheint auch zu funktionieren. Dunkel. Dunkel, dunkel. 107. Dunkel, dunkel. 108. Okay, in 108 war ich glaube ich schon definitiv. Das kommt mir sowas von bekannt vor. Okay, versuchen wir den Spiegel nochmal, ob wir noch einen weiteren Hinweis finden. Da ist der Jimmy. Das Mädchen. Das ist die Zeichnung, oder nicht? Das ist die Zeichnung, oder nicht? Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Junge, der die Zeichnung gemacht hat, dass der irgendwie böse war zu ihr. Zirkus. Okay, ich weiß nicht, ob wir da schon drin waren. Ich weiß es nicht. Scheinbar schon. Ja, da waren die Whisky-Flaschen drin. Okay, dann können wir wieder raus. Mal umgucken, ob er in der Nähe ist, ne? Dunkel. Vielleicht sollte ich mir wirklich aufschreiben, in welchen Räumen ich schon war. Das werde ich, ähm... Warum ist die auf? Demnächst tun. Hier scheint er ja nicht rumzurennen. Oh oh. Jetzt habe ich ihn gehört. Jetzt ist er auf diesem Flur. Auf dieser Ebene. Kann ich nicht nach ihm rufen, oder sowas? Wie ging es denn zurück? Huh. Ich war auch schon in dem Raum. Moment. Ich muss nochmal raus. Ich muss irgendwie in den Keller kommen. Okay, 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 okay. Oh Gott, Ace. Ich muss nochmal gucken, ob ich das mit den Kombinationen besser hinkriege. Ob man da noch irgendwas anderes kombinieren kann. So, im Keller kann er uns ja nicht kriegen. Ich habe einfach das Gefühl... Okay, mehr kann ich dann nicht machen, das heißt, ich muss jetzt wirklich sie nach anderen Dingen fragen. Ich habe eine Frau in dem Bausen kregen. Wer war sie? Es war ich. Ein Mann hat Jimmy in dem Bausen. Dann hat er angefangen, zu stehlen, Dinge von mir. Ah, okay. Wie wurden die Schmerzen zerbrochen? Okay, das machen wir mal. Er stehlt Sachen von mir und die Perse. Ah, guck mal hier, okay. Okay. Ah, und dann kriegen wir eine neue Version. Ein Teddy. Ground Floor. Okay. Ist er noch da? Ah, okay, okay. Wir können sie auch was über... Ah, verstehe. Wir können auch was über die Ereignisse fragen und dann kombinieren mit Gegenständen. Alles klar. Also, das war Ground Floor. Ein Teddy im Ground Floor. Aber wir sind ja Lower Ground. Ground müsste oben sein. Also, Jimmy kann nur in den Dingern rumrennen. Das ist Ground. Wir müssen auf Ground. Und das ist der Hinweis. Jimmy kann nicht in der Lobby sein. Und nicht im Keller. Oh, oh, ich höre was. Okay. You noted Jimmy stealing from Amy. Müssen wir sie jetzt vielleicht wieder was fragen? Da in die Tür kommen. Da in die Tür kommen wir nicht rein, ne? Die war zu. Könnte man da durchgucken? War, glaube ich, dunkel, ne? Na, dunkel. Too dark ahead. Too dark ahead. Ja, auf jeden Fall ein neues Event, das wir fragen können. Aber es zeigt in die Richtung, oder? Oh, vielleicht können wir hier nochmal. Wahrscheinlich müssen wir hier das Teil benutzen, hm? Ah, das Ding dreht sich. Okay. Versuchen wir es hier mal. Is someone there? Hello. Ah, guck mal. Is it Amy? Yes, I'm Amy. Stealing from Amy. I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Because he thought it was funny. He gave it back, but then ruined it anyway. Jimmy wouldn't listen. Kann ich das kombinieren? Das kann ich nicht kombinieren. Ihr Spielzeug. Ich glaube, es ist ein Teddy. Ich habe aber noch keinen Teddy gefunden. Ich habe noch keinen Teddy gefunden. Vielleicht können wir Jimmy... Boy used to draw... The violent pictures. Hm. Show sightings. Aber die können wir nicht... Stealing things from me. Ich schätze, wir müssen den... Ich... Okay. Ich schätze, wir müssen den, ähm... Teddy finden. Ich gucke nochmal, ob wir... den Spiegel hier irgendwo benutzen können. Ich glaube... Das konnten wir in einem Raum. Ich gucke mal eben... Showing keys. Der passt. Wrong key. Der andere. Hat sich das schon letzte Folge versucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Was haben wir denn noch da? Warte mal, wir haben jetzt... Found items, sightings oder connections. Jimmy wouldn't listen. Ich weiß nicht, wie wir diese Connections machen können. Hm, okay. Ah, hier kann ich den Spiegel benutzen. Dann gucken wir mal. Genau. Da ist wieder Jimmy, der nicht hören will. Sie weint. Das ist ein Teddy. Wir müssen einen Teddy finden. Aber wo soll ich einen Teddy finden? Kann ich mir nur vorstellen, dass ich noch nicht alle... Ähm... Kann ich mir nur vorstellen, dass ich noch nicht alle Räume abgesucht habe. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir müssen wieder hoch, ne? Was ist denn das für ein Bild? Wir müssen wieder hoch. Ich frage mich, ob man hier irgendwie speichern kann oder sowas. 4% complete. Okay. Alles klar. Ähm... Return. Go down. Kommen wir da drüber auch in den Keller? Anscheinend nicht. Hier können wir auch nichts machen. Go up. Okay, wir können auch hier drüber über den zweiten Stock gehen. In den zweiten Stock. Nein, nicht go down. Nein, 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 nein. Hoch wieder. Oh, zurück. Umdrehen. Umdrehen. Ja, genau. Okay. Heißt das jetzt, wir dürfen nicht da rein? Fuck it. Ich nehme den Aufzug. Okay. Also eigentlich faktisch konnten wir ja nur hier was suchen, weil in den anderen waren entweder die Türen zu oder die, ähm, oder es war zu dunkel. Deswegen denke ich, wir müssen uns erstmal nur in dem ersten Stock umsehen. Ich versuche immer meine Hand auch an die Tastatur zu machen, weil ich denke, das ist eine reine Maussteuerung. Kann ich den jetzt rufen? Kann ich den jetzt rufen? Er schien ja hier irgendwie rum zu rennen. Was ist das da eigentlich? Das ist jetzt auf, hä? Ah, das ist ein Klo. Aber was da machen kann ich auch nicht, ne? Ich glaube, hier können wir, können wir die Sachen finden? Off into the room. Da liegt, was mich, was mich aggressiv macht, da liegt eine Taschenlampe, aber ich kann sie nicht nehmen. Kann man diesen Storage Room abschließen? Okay, 116, ich weiß nicht, ob wir, 116, 117, oh Gott, oh Gott, weg, weg, weg. Okay. Ich frage mich, ob der hinterherkommt und dann da rein rennt. Ich glaube, ich muss mir nochmal das Tutorial in Ruhe angucken. Weil ich weiß jetzt nicht, was dieses nach ihm rufen bringen soll. Ob ich ihn damit irgendwie bewusst irgendwo herlocken kann, hinlocken kann. Ich frage mich, ob ich es nicht, was ich 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 nicht Okay, irgendwo hier muss noch dieser scheiß Teddy sein. Das jetzt so schlau ist. Der wird uns so hart kriegen gleich, ich sag's euch. Ich kann nur rausgehen. Ich will eigentlich auf die andere Seite, ist das Problem. Scheiße, es ist zu dunkel. Ich will schon in 107. Ach, ist auch dunkel. Okay, ich schreib mir das jetzt mal auf. 107 dunkel. Ich mach aber D davor oder so. 107 ist dunkel. Ich mach nur ne Liste für dunkel, 107. Okay. So, 108. 108. Was haben wir denn hier schönes? 108 haben wir besucht. Schreib ich mir jetzt drauf, 108 besucht. 109. Okay, da waren wir noch nicht. 109. 109 besucht. 109 besucht. Okay, wir haben ein Schwert, was die Leute nicht alles hier lassen. 109 besucht. Okay, 110. Was ist denn das? Können wir da rein? Habe ich einen Schlüssel zu 110? 4, 5, 101. Okay, ich brauche den Schlüssel für 110. Ach, da sind die Gefangenen drin. 110, 111. Gefangenen? Fragezeichen. Ist das die Gefangenen? 109. Okay, 108. 109. Wollen wir da mal rein? Habe ich nicht 108? Ich habe dich erinnert, ich kann dich abschließen. 107. War dunkel. 106. Okay, 106. Ich glaube, da war ich schon mehrmals drin. Schreibe ich mir jetzt aber auch auf. 106. Oh, oh, er kommt hier rein. Ich frage jetzt aber, ob ihr in den Schrank guckt. Ist er jetzt noch im Raum? Ich habe ihn nicht rausgehen hören. Klingt eher nach... Der rennt jetzt aber echt ganz schön nervig hier rum. Ah, ist wieder dieser Storage-Room. Okay, es ist reich. Okay. Hier ist 101, mein Zimmer. So. Ich bin mir sicher, das haben wir auch schon durchsucht. Da steht auch meine Tasche. Ja, da war die Zeichnung drin. Und diese Pokale. Er hat eins auch durchsucht. Das kann ja eine Weile dauern, du. Das kann ja eine Weile dauern. Ich frage mich echt, was passiert, wenn er uns erwischt, das erste Mal. So, muss ich jetzt in die Richtung? Ja, zu dem Typen, glaube ich. Rechts oder links? Wir gehen mal rechts. Nee, da geht es nur raus. Da sind wir schon richtig. Okay, 102. Können wir rein. Waren wir aber bestimmt auch schon mal drin. Okay. 102 haken wir ab. Gehen wir direkt in 103. Ach, da ist dunkel. Okay, 103 ist dunkel. Alles klar. Dann gehen wir hier weiter. Haben wir noch 104. Und eine 5. 104 ist auch leer. Ziffix. Leute, das Spiel macht mich fertig. Okay. Hier haben wir 105. Alles klar. 105 sieht's auch vertraut aus. Da war die Spritze drin. 105 kommt auf die Liste. Aber ich weiß bald echt nicht mehr, wo ich überhaupt hingehen kann. So, drei. Und zwei haben wir auch schon gemacht. Ich kann ja nur hier zurückgehen. Und das ist meine. Da kommen wir zur Lobby. Wie sah es mit der aus? Das war hier. Oh, okay. 106. Nein, 106 war dunkel. Door lockt. War ich schon in 106? In 106 war ich. So, die 108 da. 7, 8, 9. 110 brauche ich noch. Ach, 110 und 111 war... Da waren die Gefangenen drin. Okay. Ich habe irgendwo noch einen Schlüssel zu 119. Wo ist denn 119? 119. 106. Was ist denn 116? Eigentlich auf der anderen Seite, ne? Nein, nein, nein. Ich habe ihn gesehen. Scheiße. Scheiße. Ich habe ihn noch im Augenwinkel gesehen. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt erstmal unsere Ruhe. In 107. Okay, er sperrt es. Look in the first floor store near the stairs. Okay. Okay, hier sind wir in 10 und 11. Hier sind nur die Gefangenen oder was auch immer das ist. Wie ich jetzt wüsste, wie man zu den Stairs kommt. Er hat in dem scheiß Flur einfach auf uns gewartet hier. Das müsste der Raum sein. So. Hier ist unser Teil. Müssen wir jetzt den Spiegel und so wieder finden? Und den Kompass? Schlüssel haben wir noch. Okay, Spiegel, Kompass und so haben wir noch. Er hat uns nicht allzu viel weggenommen. Gut, dann können wir jetzt in die höheren Zahlen gehen. Ich hoffe, hier sind wir richtig. 117, 116. Versuchen wir die mal. Okay, alte Koffer gefunden. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf diesem Floor ist. Ich hoffe es zumindest. Er ist ja gar nicht so schlimm zu sterben. 116. 117 ist dunkel. Okay, er ist doch anscheinend auf dieser Ebene. Aber zumindest bin ich jetzt in dem Trakt, wo ich eigentlich hin will. Ich vermute mal, da ich den Schlüssel zu 119 habe, müssen wir in den 119, wenn wir da noch nicht drin waren. Gehen wir mal in die Richtung. Auch dunkel. So, vielleicht mal hier rein. 118. 118 ist auch dunkel. Wo ist denn dann 119? Okay. Ah, ein Schlüssel. Den Schlüssel für 119. Und die Kochsmütze. Aber wir haben noch den Schlüssel für 119, oder? Showkeys. Okay, wie auch immer. 119 haben wir auch abgehakt. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Okay. Skip Wake. Alles klar, wir sind wieder hier. Ich vermute mal, wir müssen den Teddy finden. Ich bin ja immer noch auf der Suche. Ich habe meine Liste. 17, 18, 19. Da fehlt auf jeden Fall was. Nämlich zwischen 110, 11, 12, 13, 14, 15. Ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer da sind. Okay, ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier und machen uns das nächste Mal auf der Suche nach dem Teddy. Weil ich denke, wir brauchen den Teddy, um damit kombinieren. Dieses, Jimmy hat mir weggenommen zu kombinieren, um weiterzukommen. Also der Teddy muss ja irgendwo auf dieser Ebene sein. Zumindest will ich sicher gehen, dass wir alle Räume durchsucht haben. Genau. Und wir müssen dann erst wieder dieses Device suchen. Okay, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Ciao. Willkommen zurück zu A Dead of Night. Und ja, wir haben viel Prozent von dem Spiel bisher geschafft. Ihr habt mir schon viele Tipps und Anregungen gegeben, was ich denn so machen könnte, worauf ich achten könnte. Und ich habe mir meine tolle Liste ja geschrieben von den Räumen, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Diesmal bin ich etwas besser vorbereitet. Ich habe einen großen Zettel und werde mal versuchen, mir ein besseres Bild von dem Hotel zu machen. Mal gucken, ob das klappt. Und ich hoffe, dass... Was ist das? Ach so, wir wachen wieder auf. Genau. Wir wurden ja das letzte Mal geschnappt von unserem Jimmy. Und er scheint uns dann wieder in irgendwelche Gebäude zu stecken, äh, Räume zu stecken. Und wir müssen dann unsere Geistersuchmaschine wieder finden. Ich hoffe, er rennt jetzt nicht hier rum. Ich gucke mal eben, wo wir denn überhaupt so ungefähr sind. Wir sind bei 112. Und 112 habe ich schon gemacht? Habe ich schon 112? Ich glaube nicht. 112 kommen wir auf jeden Fall rein. Der Tipp von euch war, ich sollte nochmal mit dem Mädchen unten reden. Da gab es noch ein paar Kombinationsmöglichkeiten. Und, äh, ich gucke nochmal eben. Ach, guck mal hier. Noch, noch ein Schlüssel für den Storeroom und die Flaschen. Da war ich aber auch schon mal. Also, 112 können wir auch, äh, abstreichen. Ich glaube, bis 117, 118 bin ich vorher gedrungen. Aber er scheint nicht auf dem Level zur Seite. Ihr meintet irgendwie, unten rechts leuchtet was rot, wenn Jimmy auf diesem Bereich ist. So, 113 gucken wir auch nochmal durch. Dunkel wie im Hühner-Propo. 113 kommt auf die Dunkelliste. Und hier haben wir noch 14. Und 15. 14 ist auch dunkel. Und 115. Da sieht's gut aus. So, dann haben wir 16. Okay, ich denke, dann haben wir wirklich hier alles schon durchsucht. Da ist auch nichts mehr drin. Hm. Ich glaube, er ruft schon wieder nach uns. Okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. 120 haben wir auch noch. Gehen wir da mal rein. 120. Wie weit geht das denn hier? Ich kann mich an Raum 120 so gar nicht erinnern. Ist aber auch nichts drin. Er ist wieder da. Die Frage ist, ob wir jetzt... Hier wieder rausgehen können. Er scheint dann nicht... 122. Hier gibt's noch mehr. 123. Hier war ich aber auch schon. Auf jeden Fall. Okay, wir müssen... Okay. Und in einem Storeroom konnte man reingehen. Habt ihr gesagt. Weiter reingehen. Jetzt haben wir das Teil erstmal. Und ich möchte eigentlich nur wieder runter und möchte mich nochmal mit den Fragen beschäftigen. Die anderen Räume schreibe ich mir dann später auf. Ich... Ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß nicht, wie es dann auf den anderen Fluren so sein wird. Geh mir... Bitte nicht. Ich weiß nicht, ob wir im Elevator-Bereich sicher sind. Wir gehen jetzt nochmal ins Ground. Im Ground kann er ja nicht sein. Und sprechen nochmal mit dem Mädchen. Und dann gucke ich mal, ob wir da noch nicht irgendwas kombinieren können. Ich setze mich mal richtig hin. Die Urne von der Omi. Weißt du, so ein bisschen nervt die Steuerung. Du kannst halt nur immer... Du kannst dich nicht frei bewegen. Das gehört natürlich auch zum Gameplay, weil du siehst halt nicht, was hinter dir ist. Aber manchmal ist es halt doch ein bisschen nervig. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier nochmal mit dem Mädchen-Guys sprechen können. Ist jemand da? Hallo? Ist es Amy? Ja, ich bin Amy. Ich habe eine Bottle Turpentine und ein Lichter gefunden. Da meinte sie doch, Jimmy hat es mir gezeigt oder so. Das haben wir in der ersten Folge gemacht. Ach, dummerweise war da scheinbar das Save-Game weg, weil wir die Geisterbefragung nicht mehr drin hatten. Deswegen hatte ich das nicht mehr. Können wir vielleicht... Stealing my Toy. Hat er vielleicht... Können wir das kombinieren? Fragezeichen. Ask if these are linked. Was hast du gesagt, über Jimmy stealing your Toy? Hat das etwas zu tun, was hast du gesagt, über die Turpentine und Leiter? Er hat ihr Spielzeug verbrannt mit Terpentine und Feuerzeug. Was für ein Satz ist. Der arme Teddy. Okay. Ist er noch da? Okay, wenn wir so eine Erinnerung freigeschaltet haben, dann ist es, glaube ich, vorbei. Das heißt, wir müssen den nächsten Geisterplatz suchen. Der jetzt nicht hier ist. Das Ding ist auch noch ziemlich... Okay. Ziemlich ruhig. Das heißt, wir müssen wieder auf den ersten... Auf die erste Ebene zurück. Oh Gott. Auf die erste Ebene zurück. Ich glaube, ich nehme mal das Treppenhaus. Ich weiß nicht, ob er da noch ist. So, dann haben wir jetzt auch erst den Kompass. Die Richtung. Eher nach links, würde ich sagen, ne? Eher nach da. Ich habe keinen Plan, ey. Los! Gut. Hey! 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 Scheiße, es ist dunkel. Okay. Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Kann ich hier jetzt nicht rufen? Kommt der denn hier hin? Ich sehe übrigens nichts Rotes rechts unten. Oder sonst irgendwo was. Ich habe ihn nur gehört. Raum 115. Oh, hier. Oh! Oh, da! Da blinkt was! Weiter in die Richtung. Hier links. 109. Kann ich abschließen? Ich habe 109 nicht. Okay, finden wir hier vielleicht das Spielzeug? Das ist jetzt hier. Das Schwert. Okay. Scheiße. Gibt es da? Okay. Ihr notest, holding a toy on fire. Okay. Das heißt, hier können wir sie wieder befragen. Raum 109. 109. Schreibt mir das einfach mal auf. Dummerweise können wir hier nicht... Ich hoffe, er stört uns jetzt nicht bei der Seance. Ist es Amy? Ja, ich bin Amy. Okay. Amy, alles klar. In Kontakt mit Amy. Äh... Amy holding a toy on fire. I saw you holding a toy on fire. What happened? My hunger burned. It was really urging. I couldn't tell anyone. Schwert. Wir sind in dem Raum. Ist jemand da? Keiner mehr da. Okay, ich will sagen, das haben wir auch. Oh Gott, ey. Ist er immer noch auf dieser Ebene? Ich benutze mal den Spiegel. Ich meine... Ich hab da... Jetzt Stufe 2 gesehen. Also... Ähm... Floor 2. Ebene 2. Oh, die Ritterrüstung. Alles klar, alles klar. Ich weiß, wo die ist. Die muss noch auf dieser Ebene sein. Wer ist das denn? Aber da war ein Bild auf... Auf Ebene 2. Ebene 2. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Ritterrüstung. Und gucken, ob wir da irgendwie was Neues, Tolles finden. Ich gucke nochmal durch. Dass er wirklich weg ist. Ich habe auch keine Idee, wo die Ritterrüstung war. Kein Plan. Ah, hier sind die Gefangenen. Okay. Habe ich die nicht gesehen? Hätte da nicht ein Schatten am Boden sein müssen? Egal. Wir sind wieder im Eingang. Das ist gut. Das ist gut, dass wir... Ne, wir müssten wieder im Eingang sein. Ich glaube, jetzt ist er auch erstmal weg. Ich gucke mal eben, wo wir sind. Wir sind immer im selben Scheißraum, ne? In welchem Raum sind wir denn? 107. Ich höre ein Mädchen weinen. Ich brauche aber erst mein... Geistergerät. Ich höre ein Mädchen weinen. Wahrscheinlich ist das auch bei der... Bei der... Bei der Ritterrüstung. Wo auch immer die war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die war auf diesem... Auf dieser Ebene. Und zwar eher auf der Seite. Da. Oh ja. Amy is scared outside the room Okay Raum 102 War hier nicht dieses Taschentuch? Er steht jetzt outside the room Okay Amy hatte vor dem Raum Angst Ich habe versucht einen Arzt zu finden Aber Jimmy hat mich geärgert Und sagt dass ich bleiben soll Können wir das vielleicht Mit dem Tuch kombinieren? When you said you needed a doctor But Jimmy threatened you to stay Does that have something to do With the bloodstained cloth? I don't know Okay Kann sie vielleicht was zu dem Schwert sagen? Schwert Okay Jimmy hatte das Schwert Mir hat es nicht gefallen Okay Wenn wir das Können wir das irgendwie kombinieren? And outside Jimmy The sword didn't like it I was trying to find a doctor When you said you needed a doctor But Jimmy threatened you to stay Does that have anything to do With what you said about the sword? Yes He got it I'll move the wall Your mum's really sharp Er hat es von der Wand Och du Scheiße Okay Also Oh Alkohol Alkohol Also Er hatte das Schwert Von der Wand Und es sah sehr scharf aus Er hat mich damit bedroht Aber er hat gesagt Er kann machen Dass meine Hand aufhört Weh zu tun Okay Sie ist weg Ich vermute mal Wir müssen jetzt in den Raum Wo wir den Alkohol gefunden haben Aber was weiß ich Wo der Alkohol war Wir müssen uns wieder Vom Kompass leiten lassen Würde ich sagen Aber Jimmy rät auch schon wieder hier rum Ich kotze im Strahl Ausgang geht in die Richtung Ist da ein Schatten? Bin ich sicher Ah ja Ah ja Guck mal Wir sind richtig Hier links Um 112 Move into the room Oh Oh Gott Okay Sie musste Alkohol trinken Sie hat aber auch das Tuch Vor dem Mund gehabt Vielleicht Vielleicht hat sie irgendwas In den Alkohol Reingetan Oh Gott ey Warum Kinder? Amy die irgendwas Schreckliches trinkt Erstmal Kontakt aufbauen Ach Amy wird immer trauriger Okay fragen wir sie nochmal Der Junge hat gesagt Es ist Medizin Es schmeckte schrecklich Welcher Junge Vielleicht Alkohol Alkohol Warte mal Wir wollen jetzt nur Die Found Items Whisky Bottles Warum war es da Eine Collection Of Whisky Bottles In einem Of the rooms Ich weiß nicht Aber Kinder sollten nicht Alkohol trinken Versuchen wir das Mal zu kombinieren Mit Das Wenn du gesagt hast Die Medizin Richtig war Schrecklich Hat das nichts Mit was du Schrecklich gesagt Hat das Mit den Whisky Bottles Vielleicht Sie sagten Ich habe es Schrecklich Es war Schrecklich Vielleicht war es Alkohol Es schmeckte schrecklich Und dann habe ich mich Komisch gefühlt Sie ist wieder weg Aber sie hat jetzt The Boy gesagt The Boy hatten wir auch bei diesem Der diese schrecklichen Zeichnungen hier Gemacht hat Aber wir können sie Jetzt nicht mehr Fragen Okay Was ist eigentlich Das hier Achso die Notes Okay Gut ich hoffe ich nehme Überhaupt auf Und es klappt alles Wäre echt schade drum Aber ich glaube Sieht alles gut aus Oder Wenn ihr das seht Dann hat alles geklappt Achso ich wurde übrigens In den Kommentaren gefragt Ob ich meine Haare Abgeschnitten habe Nein Heute hängen sie hier Wie ein Lappen noch Runter Also es ist nur So ein Undercut Seht ihr Also Alles gut Okay Aber jetzt geht es Wieder um Jimmy 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 Können wir jetzt Eigentlich raus Können ihn rufen Und quasi in die Richtung locken Ich muss unbedingt nochmal gucken Was der Hinweis ist Ich frage mich Ob Amy nur auf diesem Floor ist Drei Und so ein Typ Ist das der nächste Hinweis Sollen wir auf drei gehen Zwei Also scheinbar Haben wir Zwei Und drei Wir werden jetzt eigentlich Nur wieder raus Hier Ich gucke mal Ob wir nach ihm rufen können Ich bin hier Oh nein Zurück Gemeinderat Zwölf Abschließen Können wir nicht Komm Komm Ich frage mich Ob man dann Nur nach rechts Gehen kann Ich weiß ja noch nicht Wo es hier raus geht Ehrlich gesagt Erstmal in die Lobby Da sind wir sicher Oder direkt auf zwei Oder direkt auf drei Zwei Ist natürlich nicht so schlau Ich frage mich echt Was hier für eine Party Gefeiert wurde So Ah ja Ich weiß nicht Wenn der Kompass so schwach Ist Ob wir dann Auf der richtigen Ebene sind Ich gehe einfach mal In die Richtung Hier klopft was What the fuck Okay Dr. Bose Ich will nur reden Okay Danke Jimmy Es dauert nicht lange Du hast den Mann In einem Anzug Gesehen wie er In dem An dem Raum Klopft Okay Mal sehen Finden wir was schönes Gar nichts Ich weiß gar nicht Was wir auf der Ebene Überhaupt zu finden können Is someone there Hello Oh Okay Hello What's your name Dr. Bose Dr. Bose I'm a clinical psychiatrist Psychiater Okay Ähm Okay Fragen wir ihn mal Ich habe einen Anruf Von Rose bekommen Das ist die Mutter Von Jimmy Er wollte Dass ich herausfinde Was ihn beschäftigt Aber Harvey hat sich Sorgen gemacht Über die Dinge Die sich Jimmy vorstellt Wer ist denn Harvey Kann ich das irgendwie kombinieren Okay Ich kann ihn vielleicht Ähm Vielleicht weißt du Über die anderen Dinge was Oder wir müssen erst auf der Vielleicht hier Auf hier drüber Das kombinieren mit Das Er hat eine gespaltene Persönlichkeit Aber ich habe erst Ausgefunden Wie weit es ging Ebene 1 Ist jemand da? Okay Ebene 1 Aber ich glaube Jimmy ist nicht auf dieser Ebene Gehen wir nochmal auf 1 Geht ja wie am Schnürchen hier du Aber ich frage mich Ob wir Jetzt erst wieder andere Geister Machen müssen Um die Geschichte von Amy zu Ende spielen zu können Und ob das alles zusammenhängt Aber ich gucke nochmal gleich In den Spiegel Ob wir da noch weitere Infos kriegen Es gab ja auch noch Auf Ebene 3 Infos Okay Mal sehen wo der Kompass mich hinführt Oh direkt dahin Hier rein Oh Gott Scheiße Ey dieses Spiel ist so gemein Das ist einfach so fucking gemein Das ist einfach so unglaublich gemein Gott ey Okay Dr. Böse Okay Dr. Böse Hat ein totes Tier gefunden I saw you holding up a dead animal On a wire What had happened Jimmy was calling things Small birds Some animals I realized He needed to work On his empathy skills So I asked him To think of something nice He could do for me I was surprised He came up with an idea Right away Okay Also Jimmy Hat Sachen getötet Mir wurde klar Dass er An seinen Empathiefähigkeiten Arbeiten musste Also habe ich ihn gefragt Ob er nicht irgendwas Nettes für mich machen kann Er hatte auch sofort Eine Idee Okay Was könnte die Idee gewesen sein Dass was Nettes für ihn Ein Ring Callwire Broken Mirrors Ein Paddel Trophäen I found some trophies Who won them I don't know Okay Alkohol Chefs hat Who did the chef's hat belong to Vielleicht ein Essen oder so Jimmy found it I put it on Jimmy hat es gefunden Und hat sie aufgesetzt Okay Können wir das vielleicht kombinieren Mit etwas Nettem Okay Jimmy hat gesagt Er hat etwas Nettes für mich gemacht Also wenn sie ihm gefolgt Können sie sehen Was er getan hat Ground Floor Okay Weg ist er Wie gesagt Das geht ja heute wie im Schnürchen Im Ground Floor Müssen wir uns auch keine Sorgen machen Wir folgen einfach mal der Story Wir gucken einfach mal was passiert Ich meine wir müssen es ja so oder so machen Huch Ich vertraue diesem Fahrstuhl eigentlich gar nicht Okay Mal sehen Wo führt der hin In die Richtung Ich glaube die Küche war links Geradeaus Hier können wir jedenfalls nicht weiter reingehen Der ist voll gut mit den Lichtern Ich mag das Das kommt richtig gut an Ich komme Jetzt gibt es bestimmt gleich wieder ein Jumpscare Also seid gewarnt Das klingt doch nach einer schönen Idee Jimmy Dass du was kochst Vielleicht Bringst du es dann hoch Wenn du fertig bist Okay Dann wollen wir mal sehen Ob Dr. Boaz wieder da ist Der Geist ist zu weit weg Versuch näher zu Okay wir versuchen es mal hier Hier vorne Ich hätte gerne ein Audio Equipment So sie sind jetzt in Kontakt mit Dr. Boaz Okay Dr. Boaz Vor der Küche Okay Jimmy hat mir ein Sandwich gemacht Er hat es mir hoch in mein Zimmer gebracht So wie ich ihn drum gebeten hätte Ich hätte nicht erwartet Dass irgendwas Schief läuft damit Okay Möglicherweise Mit diesem blutigen Tuch Vielleicht hat er gehofft Es ist seins Er hat das Als Beweismittel behalten Also ich vermute mal Jimmy hat das Essen vergiftet Und er hat dann Blut gebrochen Wenn du gesagt hast Wenn du gesagt hast du nicht Er hat nichts falsch war Hat das etwas zu tun Mit dem blutigen Tuch Es war mein erstes Begegnung mit Jimmy Sektor Okay Ein Hammer Okay Er hat Scherben reingetan Oder so Das ist meine erste Begegnung Mit Jimmy Art des Humors Okay dritter Stock Dritter Stock Hier unten gibt es ja eigentlich Nichts mehr zu sehen Oder Gehen wir mal direkt In den dritten Stock Wir brauchen ja noch Eine Taschenlampe Sonst kommen wir nicht In die dunklen Räume rein Deswegen denke ich mal Müssen wir erstmal Hier folgen Was passiert hier eigentlich Ach da können wir gar nichts machen Drücken sie den Anrufknopf Um im Falle eines Notfalls Mit der Rezeption zu sprechen Brauchen wir glaube ich nicht Okay Dritter Stock Waren glaube ich Nicht allzu viele Räume Es war glaube ich Ziemlich klein War unterm Dach So Wenn ich mich dran erinnere Wir sind ja am Anfang Ziemlich ziemlich rumgerannt Und haben uns alles Okay Ich höre was singen Ah Okay Wir können da nicht hin Wir können aber Hoch Oder haben wir hier vielleicht Den Schlüssel für die Nee 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 Wir brauchen den Schlüssel Da stand ja Schlüssel für die Für die erste Etage Okay Ist das jetzt eine Geistererscheinung Oder gibt es hier vielleicht Noch eine Okay Ich folge dem erstmal Das heißt Wir gehen einfach runter In den Ground Floor Und dann die Treppe hoch Das müsste eigentlich klappen Oder meinetwegen auch Der erste Stock Kein Grund Das Jimmy da rumrennt Ehrlich gesagt Und dann hoch In den dritten Okay Die Geschichten sind also Scheinbar verknüpft Von den Geistern Da ist aber auch Irgendwas Okay Du hast Dr. Bose gesehen Wie er Blut ausspuckt Okay Dann fragen wir den mal Die sind ja zu Blut gespuckt Das was passiert Ich hab's mal gedacht Jimmy hat zerbrochenes Glas In mein Sandwich getan Ich bin fast dran erstickt Ähm Ich hab Schätze Ich habe Seine Krankheit unterschätzt Ich musste Seine Behandlung Zwangsweise Weiter folgen Okay Was hat Was Was könnte er denn Doch gemacht haben Kaputtes Spiegel Hat er die vielleicht Da reingetan Ich hab sie nicht gesehen Versuchen wir mal Das zu kombinieren Mit Dem ausgespuckt Glas Ich weiß nicht Wir können aber auch Wen können wir noch Befragen Dr. Bose hat Jimmys Humor Okay Das ist nur Die Verbindung Die wir hergestellt Haben Hier sind die Schlüssel Ask questions About Amy Okay Okay Haben wir sonst noch was zu anderen Erscheinungen Die wir ihn fragen können Jimmy hat gemacht Dass das Mädchen zu viel getrunken hat Okay Wir können es noch mit irgendwelchen Gegenständen kombinieren Okay Okay Der Kupferdraht war immer in Jimmys Tasche Er hat aber nicht erzählt Worum es ging Vielleicht das Kupferdraht Seine Behandlung Seine Behandlung Okay Können wir es noch mit was anderem kombinieren Mit dem Draht vielleicht Es ist scheiße Dass man nicht auswählen kann Welche Sachen man kombinieren kann Was haben Sie gesagt haben Und Sie sagten Sie Okay Okay Wir stellen die falschen Fragen Dann verschwindet der Geist irgendwann was können wir noch fragen wir können noch fragen über den Ring das macht keinen Sinn mehr ich würde sagen wir gehen erstmal wieder hoch und gucken ob wir Amy da oben finden dritter Stock kommen wir eigentlich noch höher als der dritte Stock Amy ist wieder da kann ich Amy noch was fragen kaputtes Spiegel, Schwert kann ich sie nach dem Doktor fragen weiß sie nicht okay aber warte wir können sie erstmal nach dieser Situation fragen das hatten wir noch nicht ich habe mich wirklich leicht gefühlt ich dachte ich könnte nach unten springen sie hat sich also so umgebracht er hat sie betrunken gemacht und sie hat sich in den Tod gestürzt gehen wir mal in die Lobby weil ich glaube so kommen wir nicht in den Keller da war die Tür noch zu bin wir aber nicht sicher vielleicht finden wir da noch einen Hinweis ganz unten im Keller hat oder kam man doch da raus noch mal raus noch mal raus hm ich schätze mal wir brauchen den Schlüssel dafür um das zu lösen das sah so zugestellt aus so als ob wir nicht runter in den Keller kommen ich gucke aber trotzdem mal ob wir noch mal über die über die Treppe dahin kommen ich bin mir nicht sicher wir müssen versuchen es ansonsten muss ich glaube ich mal in den Spiegel gucken wo kann ich den Spiegel nochmal benutzen ich glaube in der in diesem in diesem Vorratsraum glaube ich ok wir gehen nochmal zur Treppe doch da müsste man eigentlich runter kommen go down ne alles gut oh Gott das ist echt übel einfach nur übel ok das ist schön dass wir jetzt so viel Story haben und gar nicht so viel hide and seek das gefällt mir gerade richtig gut ähm nur stehe ich noch ein bisschen auf dem Schlauch was das nächste Treatment von ihm gewesen sein könnte aber vielleicht können wir können wir noch ein bisschen über Amy rausfinden achso ich muss erst mal Hallo sagen Amy auf dem Boden auf dem Grund der Treppe I saw you lying at the bottom of the stairs what happened to you ok ich bin gesprungen und dann war alles dark dunkel ich konnte nicht mehr aufstehen oh wir haben Amy's Story kompletiert Amy's Story haben wir fertig ja das ist doch super dann ist da nichts mehr los ok dann würde ich sagen müssen wir jetzt mal gucken wo wir den nächsten Hinweis finden vielleicht einmal noch mal in den Spiegel gucken wenn wir gerade hier unten sind ich frage mich ob der Kompass ich weiß nicht ob der ähm heller ist wenn wir auf dem richtigen Flur sind hier konnten wir den Spiegel nicht benutzen wo konnten wir denn den Spiegel benutzen ich glaube in der Küche in dunklen Räumen hier mal sehen das ist Dr. Bose glaube ich nächster Tipp was ist das ein Ring Ebene 1 ich glaube das war ein Ring oder vielleicht müssen wir ihn zu dem Ring fragen haben wir ihn schon nach dem Ring gefragt oder Ebene 3 da gibt es auch noch was das erkenne ich überhaupt nicht ok ich gehe nochmal hoch auf Ebene 2 oder war das Ebene 3 das Badzimmer ich glaube das war Ebene 2 der gute Fahrstuhl ey ah herrlich aber es gefällt mir sehr gut ich hoffe euch gefällt es auch ne das war Ebene 3 da ist auch zu ok wir müssen auf Ebene 3 da war das ähm Badzimmer ich glaube wenn man sich zu lange auf einem Floor aufhält dann kommt Jimmy erst man hat so einen gewissen Puffer so ein paar Minuten vielleicht haben wir aber auch Pech und man landet direkt auf dem falschen ich weiß es nicht aber ich glaube ich habe das so verstanden dass man quasi Hä? war es nicht hier? war es nicht auf dieser Ebene? oder war es doch auf Ebene 1 ach ne er sagt ja Floor 1 Floor 3 gibt es zwar auch was aber Floor 1 ist das nicht Floor 3 okay nur 1 war das da war das Ballzimmer ich entschuldige mich dafür stimmt er hat ja gesagt bring mir das Sandwich auf die erste Ebene das sind glaube ich auch die meisten Zimmer so wie ich das mitgekriegt habe Bums Jimmy Nein ich wollte da hin da hin da hin ist jemand da? Hallo? ich frage mich ob er uns auch kriegen kann wenn wir gerade mit dem Geist in Kontakt sind okay wir fragen mal zum Mädchen ist es Dr. Boz? ja okay wir fragen ihn ich will ihn dann doch erstmal nach Amy fragen ich sah Amy liehen auf dem Boden des Stairs was hat sich zu ihr? sie kam auf den Stairs von einem Topflug sie war zu drunter zu wissen was sie machte es war der Grund warum Rose mit mir in Kontakt hat er angerufen hat okay gut dass wir das auch nochmal gefragt haben das haben wir schon gefragt was haben wir hier Timmy made the girl drink too much okay ich wollte mal nach dem Ring fragen nach dem Ring haben wir da schon Dr. Boz hat keinen Anfang Schwert Koffer ich habe Jimmy damit gesehen ich glaube es war gefährlich okay versuchen wir das mal so was haben wir denn noch Turpentine du fragst besser Jimmy okay wenn wir das noch damit kombinieren vielleicht müssen wir auch neue Gegenstände finden found items haben wir den jetzt zu allem gefragt keine Antwort I didn't see the broken mirrors er hat sie nicht gesehen das haben wir das Paddel Kochmütze Portemonnaie Alkohol oh Diazepam es kann helfen impulsives Verhalten zu behandeln bei manchen Leuten okay versuchen wir das mal damit vielleicht hat er versucht ihn damit zu behandeln er musste sich vielleicht beeilen so war das gemeint okay es war die einzige Medizin die wir hatten auch wenn es nicht die Ideale waren aber er musste schnell handeln Ebene 2 okay weg ist er alles klar jo damit würde ich sagen die Stunde ist fast schon wieder rum wir beenden das hier es macht mir richtig Spaß ich bin sehr gespannt wie die Story weiter geht ich hoffe ihr seid auch gespannt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich hoffe ihr seid dabei lasst einen Daumen nach oben da würde mich freuen bis dann haut rein ciao ich bin Joey willkommen zurück zu At Dead of Night wir gehen wieder in das Seaview Hotel sind aktuell bei 30% des Spiels und ohne viel zu labern direkt rein ich überlege gerade ob wir diesen Part jetzt vielleicht noch mal machen müssen oder ob wir hier ein Safe Game haben ich weiß es gar nicht gucken wir mal ob der Geist noch hier ist ist jemand da? es ist keiner mehr da okay dann aus damit und ich glaube dann mussten wir runter oder hoch auf jeden Fall zurück zum Fahrstuhl Jimmy rennt auch wieder hier rum wir gehen erstmal im Keller weil im Keller ist er nicht eigentlich hätte Ground auch gereicht aber egal egal und dann suchen wir uns mal eine stille Ecke wo wir uns nochmal Vision machen können ich weiß gar nicht ob wir das auch hier irgendwo machen können da ist ja auch noch eine Tür ne? guck mal hier haben wir vielleicht noch irgendeinen Schlüssel dafür? generell sehe ich gerade dass er uns schon einige Schlüssel weggenommen hat scheinbar als wir gefangen genommen wurden von ihm so kann ich hier den Spiegel benutzen oder müssen wir dafür in den oberen Raum ich glaube wir müssen dafür wieder in die Küche da ist dunkel genug und dann gucke ich mal wo wir als erstes hin müssen um wieder einen Geist zu finden und vielleicht Dr. Boses Geheimnis zu lösen was mit dem wohl hier passiert ist aber da er tot ist und der Geist ist schätze ich mal hat er es nicht geschafft Jimmy zu heilen irgendwie so in die wunderbare Küche und in den Spiegel da ist Dr. Rose Ah ja zwei auf zwei zweite Ebene und dritte Eben fangen wir mal auf der zweiten Ebene an ob wir da den Geist finden ach ne da geht es ja raus immer alles schön mit dem Elevate vielleicht haben wir jetzt aber auch Räume und ich frage mich natürlich ob wir irgendwann die Taschenlampe kriegen um auch oder oder irgendeine Möglichkeit um auch mal in Dunkelräume irgendwie reinzugucken oder vielleicht was zu finden vielleicht ist es aber überhaupt nicht möglich ich weiß es nicht so alles klar dann zeigt uns mal wo der Geist ist rechts oder links ja toll eher in die Richtung hier ist dieser Storeroom hier waren wir doch schon oder nicht ah das ist das ist übrigens der Storeroom ich habe irgendwann einen Kommentar gelesen man kann noch weiter reingehen aber kann man nicht kann man nur zurück ich schätze mal hier wird aber irgendwas anderes dann wieder stattfinden ich warte mal von wo sind wir gekommen von da ne da ist die Lobby ok jetzt auch sonst keine Tür ist auf jeden Fall ein Raum ich weiß nicht ob wir hier schon drin waren scheinbar nicht scheinbar doch meine ich auf jeden Fall ein Schlüssel zu Raum 206 da können wir uns da schon mal verstecken ok der eigentlich auf diesem Floor ist gehe ich jetzt einfach mal raus 206 oh er ist doch da oh oh ja hier ich habe es flackert sehen rechter Raum 211 Kompass haben wir schon Schlüssel zu 211 da können wir uns hier zumindest verstecken aber wo ist der Geist ist er noch mal mehr ich schaue aber nicht oh nein ich wollte da gar nicht ich wollte da gar nicht heiden ich wollte da gar nicht heiden aber eigentlich müssten wir doch im richtigen Raum sein oder das Licht hat geflackert oder bin ich jetzt doof vielleicht doch der andere Raum oh Gott all you have to do is to stand still and stop moving around warum warum you collected the key okay is it doctor both okay versuchen wir ihn danach zu fragen dr Bose mit einer Spritze er hat keine Antwort warum hat er da keine Antwort warum können wir den nicht fragen dann müssen wir doch in den Raum rein ich schließe vielleicht sicher mal ab hier wir sind in 211 hier zack versuchen wir es hier nochmal ah okay wir sind näher dran alles klar fragen okay okay jimmy hat abgelehnt dass ich ihm die medizin verabreiche dann hat er Rose gesagt dass ich versucht hatte ihm zu zwingen die zu nehmen dass ich gewalt angewandt gewandt hätte das ist natürlich blödsinn gewesen okay womit könnte man das kann man das kombinieren mit einem Gegenstand vielleicht hier diesen Paddel hatten wir den schon ich weiß es gar nicht wenn du sagst jimmy hat dem dem medizin ist das connected zu was du gesagt über den paddel jimmy sagte ich den paddel um zu den ich nie benutze gegen einen patienten es war ridikulös aber Rose glaubte ihn ein Telefon das könnte unten in der Lobby sein jimmy sagte ich habe das paddel benutzt um ihn zu schlagen ich würde aber niemals gewalt gegen einen patienten benutzen es war quatsch aber Rose hat ihm geglaubt also Rose ist seine Mutter okay wir sind ja immer noch abgeschlossen das heißt wir können mal in Ruhe nochmal in den Spiegel gucken und gucken was der nächste Hinweis ist aber ich meine ich hätte ein Telefon gesehen das könnte unten in der Lobby gewesen sein ground floor geh wie gerne gehe ich dahin ich weiß aber nicht ob wir jetzt vielleicht noch uns und auf dem dritten stock ich weiß aber nicht ob wir vielleicht jetzt hier noch rumsuchen müssen oder ob wir das alles schon am Anfang gemacht haben naja wir gucken mal wir gucken mal so schließ erstmal auf wieder hier bitte aufschließen nicht aufschließen ach das ist sie wir sind im Badezimmer wieso wieso steht sie immer Richtung Badezimmer eigentlich ist das doch soll ich doch hier raus 211 und natürlich gucken wir sind jetzt natürlich wieder ganz hinten im Hotel wenn ich jetzt einmal rufe kommt er wohl hier rein geht's da raus gut aus ground floor kann natürlich sein dass wir uns jetzt oben auch noch weiter umgucken müssen im zweiten stock dass jetzt möglicherweise bereiche nicht mehr dunkel sind um das rätsel weiter zu lösen weil ich glaube bisher haben wir sämtliche sachen im ähm ich höre schon hier was sämtliche sachen haben wir glaube ich im ersten stock gefunden doch ein lichtflackern hören hier ist das telefon ich würde niemals gewalt gegen einen patienten benutzen er hat alles er hat alles gespielt mal gucken doktor boos ein doktor boos ich habe dich versucht zu erklären was mit jimmy du siehst da zweifelt aus ich war worried dass rose glauben jimmy es war eine schmerz lade aber ich habe zu überzeugen jimmy es er 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 ah ok ebene 2 also er hat es geschafft sich davon zu überzeugen dass jimmy alles sich nur ausgedacht hat ok weg ist er wir müssen wieder auf ebene 2 gucken weiter geht's dummerweise rennt jimmy noch auf 2 rum glaube ich auf 2 2 2 hoffe nicht nehmt jimmy eigentlich immer die treppe warum sieht man denn die sie wäre gelacht eher links rum würde ich sagen da rein da rein was zum teufel move into the room was ist denn das für ein Ort hier leave the room ok damit hätte ich jetzt nicht gerechnet unlock the door first ok wir haben ja noch so einige room to the room keyroom star room ok door unlocked na sieh mal eine an 216 wo zum teufel sind wir denn hier gelandet hier ist eine Puppe 216 haben wir dafür einen haben wir schon mal waren wir nicht ich halte es nicht mehr aus Cricket und Baseball Schläger ok er meinte vielleicht kannst du jetzt mal was Gutes für mich tun wäre doch gut für einen Neuanfang oder ich höre rufen ich höre ihn rufen versuchen wir unser Tool hier ist es dr. Bose dr. dr. Bob ok ähm set in the bedroom sitting on a bed talking to jimmy what were you doing i thought when he realized he'd been caught lying he'd start to engage with me and do what I asked instead he just made up another lie only this one was much worse the worst ok äh ich dachte wenn jimmy ähm wahrnimmt dass er beim lügen erwischt wurde dann würde er sich mit mir arrangieren oder mit mir ja reden stattdessen hat er sich eine neue lüge ausgedacht nur diesmal war es schlimmer viel schlimmer wir fragen immer zu diesen Baseball Schlägern Harvey hat sie wer ist denn jetzt Harvey Harvey hat sie aufbewahrt ok ich schätze wir müssen noch ein bisschen was suchen Suitcases hatte keine Antwort Schwert gesehen hm hatte keine Antwort Kupferdraht hat er immer mit geschleppt I didn't see the broken mirrors hat er nicht gesehen das haben das haben wir schon das haben wir das haben wir diese Kochmütze haben wir das haben wir das haben wir das haben wir Pokale hat er auch keine Antwort hat ok ok versuchen wir mal das mit was ist denn am naheliegendsten versuchen wir mal die Cricket Schläge gab es da eine Verbindung gibt vielleicht ok dann vielleicht mit dem koffern koffern ach ne da hat er keine andere vielleicht mit dem schwert koffern wir müssen jetzt tatsächlich mal wieder was anderes finden hier weil ich wüsste nicht was wir sonst noch hier kombinieren könnten vielleicht nochmal diese schrecklichen Zeichnen you said jimmy made up another lie about you a much worse lie does that have anything to do with what you said about those violent pictures das war ok schätze wir müssen erst noch was anderes finden dummerweise weiß ich nicht in welchen räumen ich schon war also hier sind wir glaube ich in 216 schreibe ich mal aus also in 216 müssen wir auch wieder um mit dem Geist zu reden mal gucken ob der Spiegel uns noch ein paar Hinweise liefert aber ich glaube nicht ich denke wir müssen noch einen weiteren Gegenstand finden dafür noch Räume auf dieser Ebene absuchen Raum 222 ah ok raum 222 mal gucken ob wir den finden oder stufe 3 ja bringt das doch immer gute hinweise ne jetzt stehen wir wieder vor der ball zimmertür durch gucken hier ich jetzt mal raus 214 215 gehen wir mal trotzdem rein keine Ahnung wo 222 sein könnte oh ein Dolch mit Ornamenten alte rostige Schlüssel ok versuchen wir es auf der anderen Seite nochmal ich poppe 215 also 214 215 oh das ist ja ein großer Raum hier eine Pistole ok und den Schlüssel stairs floor 3 ok damit können wir auf Ebene 3 die da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar tolle Lügen die wir mal ausprobieren könnten ok 213 213 212 212 guck mal da mal Fotos Fotos von Rauch das aus dem Hotel kommt ok da könnte ich mir vorstellen dass das vielleicht die Lüge ist dass wir Feuer gelegt haben sollen Kompass die müssen immer durchgucken ich höre ihn aber auch jetzt im Moment gerade nicht trotzdem immer Angst ok 213 ist dunkel 207 oh auch dunkel 206 ich glaube ich weiß nicht ob wir in den schon mal waren ah hier ah ok hier sind wir 222 hey there is no more kommt er jetzt kommt er jetzt ich schreibe mal 206 mit auf die liste ich habe mir das Gefühl er wartet auf uns ich habe keine Ahnung wo er sein könnte ich habe Angst rauszugehen der wird es eh gleich erwischen 208 209 okay okay Oh! 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 211 Er hat uns gesehen, ey! Der alte... Kompass Nichts 211 Nein! Ich wollte rausgucken! 210 Nichts Wo könnte Raum 222 sein? Egal! Wir müssen raus! Wir müssen jetzt unser Mut zusammen nehmen! Das muss wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, hä? 207 Ach komm, dann machen wir die auch noch hier 208 Schreibe ich es mit drauf Ich weiß nicht, ob wir da schon drin waren Ich schreibe es da mit auf Dann weiß ich, dass ich da schon mal Schlüssel Für 208 Oh! Zu, zu, zu 208 208 208 207 ist dunkel Gehen wir hier rechts? Gehen wir geradeaus? Ah! Gott, scheiße! Ah! Verdammt! Wir skippen mal den Breakup Ich hoffe, er hat mir nichts Wichtiges weggenommen Wo sind wir denn hier? 202 202 war dunkel War doch, oder? War dunkel, okay War dunkel, okay 202 Ich such immer noch 222 203 Bitte mal rein Machen wir auch noch nicht Oh! Ein Crossbow Also eine Armbrust Alles klar 204 Also zwar Ja, ich muss das Teil wieder suchen Aber ich such erstmal Raum 222 Oh! Ein Poster Für Jimmy Halls Comedy Act Und den Deadlock Key Zu Raum 204 205 Oh! Da sitzt wieder eine Person fest Okay Da geht's zum Ausgang Wo ist 222? 205 205 206 206 Oh 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 Okay Okay, das war fucking knapp Ich geh erstmal runter Weil ich muss da hier in den ersten Stock Ich will die Tür zu dem dritten Stock aufschließen Weil dafür müssten wir jetzt den Schlüssel haben Ich guck mal eben Dann mach ich das einfach über die Treppe Dann muss ich hier nicht nochmal extra Ach, hat er mir alle abgenommen Ahhhh, okay Wir nehmen die Schlüssel ab Klar Klar, weil die Schlüssel finden wir ja auch Look at the first floor Machen wir das Wo könnte der Raum 222 sein? In welche Richtung? Irgendwo hinten in der Ecke oder so? So Ich geh zum ersten Stock Wie geht's aus? Ich hör doch was Ich bin hier Ich bin hier Ist das das Radio hier? Okay Okay You need to find the compass Achso, auch schon wieder Okay Kompass war glaube ich In meinem Zimmer, ne? 101 101 Das müsste hier gewesen, ne? 106 Gucken wir auch mal rein Ich hab keine Ahnung Wo der Kompass war Spiegel fehlt wahrscheinlich auch, ne? Schlüssel Ich hab doch keine Ahnung Ich hab doch keine Ahnung Vielleicht sollten wir uns das aufschreiben Wo ein Kompass ist You need to find the compass Ich hab keine Ahnung Ich hab dummerweise meinen alten Zettel nicht mehr Weil ich dachte ich müsste hier auf dieser Ebene nicht mehr Ja, Arschlecken Soviel dazu Erstmal durchgucken Ob man da überhaupt rein kann Ja, okay Ach, hier gibt's keinen Kompass Hier gibt's nur eine Truhe Jetzt aber auch nicht zu tief hier rein Okay Nein, nein Okay, wir gehen wieder zurück Zweiter Stock Wir gehen direkt in den zweiten Stock Ich muss Raum 222 finden Aber ich brauch natürlich auch den Kompass Hab ich den Spiegel denn noch? Wahrscheinlich ist der auch weg Können wir vielleicht hier? Im Lagerraum, hat er nicht gesagt, da Versteckt er die Sachen? Ja, scheinbar nur Äh, das Geistergerät Im Lagerraum im ersten Stock So, aber vielleicht finden wir ja Raum 222 hier Was haben wir denn hier? 217 218 Haben wir auch noch nicht geguckt Okay Gucken wir hier mal 217 218 Steht zumindest noch nicht auf meiner Liste hier Ist noch nichts drin 217 218 Nein, 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 nein Raus Das wollte ich gar nicht Zurück 218 hat zumindest hier so einen Schreibtisch Schlüssel Ja Red Lucky Nichts drin Ach Mann Nichts drin Schon wieder Ja, weiter rein Da muss ja jetzt hier irgendwo 22 sein 219 Können wir rein Gucken wir auch noch nicht Wir nähern uns 222 Du hast einen alten Achso, einen alten Heizstrahler gefunden, der mit gefährlich markiert ist Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken Ich weiß nicht wie nah der ist Ich weiß nicht wie nah der ist Ich weiß nicht wie nah der ist 222 Ich wollte eigentlich durch gucken, aber egal Ich frage mich, ob der auch den Schrank aufmachen kann. Ist immer noch rot hier, ne? Wo ist Raum 222? So, wir sind in 220. 222 war dunkel. 200, ne der war... So, wir sind in den Puppenraum. Da war aber keine Nummer drauf in diesem dunklen Raum. Ah, den Spiegel haben wir. Das heißt, wir brauchen wirklich nur den Kompass. 216. Wo soll Raum 222 sein? Oh Gott! Oh Gott! Hätte man das sehen können? Hätte ich den Schatten sehen können? Oh Gott, ey. Wo ist Raum 222? Ich brauche einen Scheiß. 203. 202. Habe ich 202 schon? 203? 202 habe ich gar nicht aufgeschrieben. Okay, 202 ist auch dunkel. Ach, habe ich doch aufgeschrieben. Äh, okay. Was war hier? 204. Habe ich schon 204 aufgeschrieben? 203. 202. 204 habe ich gar nicht aufgeschrieben. War ich da schon drin? 204. Da war ich definitiv schon drin. 204. 204. 222 fehlt einfach. 205. 205 ist abgeschlossen. Achso, weil da eine Person drin war oder so. 201. 205. Oh. Oh. War hier nicht ein Kompass? Schlüssel. Star Room Key. Oh. 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 Keine Ahnung wo 222 sein soll. Vielleicht müssen wir auch erstmal den anderen Geist... Ja. Den anderen Hinweis machen. 213. Ich muss die mal in richtige Reihenfolge bringen. hier ist kein Schattenbau. Hier ist kein Schattenbau. Ah... Mickey. Oh. Ah. Ah. Er hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt. Wo soll ich denn hin, wo soll ich denn hin Ich wollte eigentlich ganz woanders hinrennen Ich renne im Kreis, ich finde jetzt scheiß Na wo ist er denn Der hat mich eh gleich wieder Ist hier ein Schatten? Ich habe keine Ahnung wo 222 sein soll Ich will eigentlich nur nochmal mein Gerät holen und den Kopf ausfinden 220, das müsste eigentlich 221 sein Ist aber eh dunkel Ah ja hier Hier ist der Ausgang Ich war nicht schnell genug Heute ist eine harte Auffolge Wir sind in der Raum Oh, auf 3 sind wir Sieh mal einer an Ich hole mir erstmal den Rekorder zurück Und dann gehen wir glaube ich nochmal auf 3 Raum 222 Hm Den Rekorder dann suche ich mal unten Wo vielleicht ein Kompass sein könnte Weil den brauchen wir Die Schlüssel sind mir erstmal egal Ist mal ein bisschen schade Ist auch richtig kacke Ist hier jetzt das Radio anders Richtig fies ist das eigentlich sogar So, das Ding haben wir Und jetzt hoffe ich, dass er nicht so schnell auf diese Ebene kommt Ich weiß nicht, wie lange wir uns auf einer Ebene aufhalten können, bis er kommt You need to find the compass So, hier ist garantiert nichts drin Weil hier nur eine Kiste ist Der war natürlich dunkel Ja, ich muss lernen durchzugucken Naja, das Gefühl Doch hier rein Auch dunkel Schlüssel Storeroom Oh, nicht schlecht Er ist schon wieder da Chefkochmütze Er kennt sich ja in dem scheiß Hotel ja auch besser aus als ich, ne We got to keep on moving Wait Dieser Storeroom kommt mir sehr unbekannt vor Ja Ja, du musst den Kompass finden 120 Eine scheiß Kiste wieder Der Kompass muss doch irgendwo in der Nähe sein Ja, da ist er Guck mal Alles klar Dann gehen wir nach links Ist auch noch eine Kiste Ich habe auch Glück heute Okay Der hat sich im Ballzimmer versteckt Dieser Arsch Oh, scheiße Oh, das wird ja immer schwerer, ey Ah, 2x2 Ich muss diesen fucking Kompass finden, ey Und den Raum 222 In 204 und 205 war auch nichts, ne In 205 kamen wir auch nicht rein Ne, ne Ne, da war definitiv nicht Ich weiß nicht mehr, wo der Kompass war Ne, zurück, zurück Gibt es da nicht noch was? 201 bis 217 bis 223 Okay, das heißt 222 muss hier irgendwo sein 218 218 222 222 Ne, immerhin Ach, guck mal hier Es gibt doch Raum 222 232 Okay Du hast ein Scrapbook und News Okay Nachrichtenartikel Washing Line Achso, eine Waschleine und ein Pin Interessant Ein Spiegel, den ich leider schon habe Okay, immerhin Dann haben wir 222 Ja, endlich gefunden Wartet er jetzt auf uns? Es wird immer schrecklicher, ey 223 Wieder ein Spiegel Ich kriege einfach keinen Koppers Halleluja 223 Ich schreibe mir das mal auf Spiegel Kompass So, dann können wir nämlich jetzt auch Wenn wir hier lebend rauskommen Auf Ebene 1 Und dann wieder in Raum 216 Dann wieder hier Heute Ah, Stufe 2 Und dove hat 21 Waren wir da überhaupt schon drin? Ah, Stufe 2 Und zwar 21. Habe ich eine Diele knatschen hören? Ich habe jetzt alles, das nervt mich jetzt, wenn er uns jetzt wirklich kriegt. Da wäre es richtig scheiße und er wird uns kriegen. Wieder nur ein Vorratsraum, wo man nichts machen kann. Oh ja, bitte. Stufe 1. Ebena 1. Oh, es hat geklappt. Aber wir müssen eh wieder auf 2 zurück. Aber wir haben ja jetzt, glaube ich, den Schlüssel für Stufe 2. Fürs Treppenhaus. Und dann gehen wir jetzt einfach mal durchs Treppenhaus hier. Exit. Go up. Floor 2. Door unlocked. So, jetzt müssen wir auf Raum, in Raum 216 zurück. Das wäre dann in die Richtung. 201. Ich glaube, das ist falsch. Dann hier doch in die Richtung. 216 hier. Und jetzt können wir ihn nochmal fragen. So, wahrscheinlich dieser, dieser Zeitungsartikel. Mal sehen. So. Hallo. Hallo. Making contact. Dann fragen wir ihn mal nach diesen Zeitungsartikeln. Keiner hat eine Antwort. Ist es Dr. Bose? Achso, wir müssen erst gucken, ob das Dr. Bose ist. Yes. Okay, jetzt können wir ihn fragen. Ich sah ein Schrappbuch mit newspaperartikeln in ihm. Wer hat es gemacht? Jimmy hat es gemacht. Es war eine Warnung. Ich hätte es gesehen. Ich hätte es gesehen. Eine Warnung. Ich hätte es kommen sehen sollen. Okay. Dann gucken wir mal, ob das die Warnung ist. Für seinen nächsten Streich. Du sagst, Jimmy hat eine andere Liege über dich gemacht. Eine viel schlimme Liege. Hat das etwas mit dem, was du gesagt hast, über das Schrappbuch? Jimmy hat mich über das Schrappbuch gekämpft. Er hat es von einer Nachbarn-Geschreibung gelesen. Er hat es alles gemacht. Polizei. Okay. Jimmy hat mich für das schlimmste Verbrechen, das möglich ist, beschuldigt. Er hat es aus einem Zeitungsartikel, die Geschichte aus einem Zeitungsartikel, die er gelesen hat. Er hat alles, ähm, ja. Er hat alles gefaked quasi. Made it up. Alles, ist das. Alles gefälscht. Ich weiß nicht, wie der die beste Übersetzung für es ist. Aufgesetzt. Er hat alles aufgesetzt. Er hat alles arrangiert. Keine Ahnung. Okay. Jetzt ist er, glaube ich, weg, ne? Gut. Da wir jetzt ein Savegame haben. Ich weiß nicht, da haben wir schon geguckt. Äh, ich gucke noch einmal in den Spiegel, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Wenn es in der Nähe ist. Dann machen wir das noch fix. Ansonsten ist die Stunde schon wieder rum. Ground. Okay, unten. Das ist easy, glaube ich. Guck mal unten noch mal. Ja, und drei. Aber drei machen wir ganz zum Schluss. Wir gucken erst mal Ground. Ich glaube, wir gehen hier durch. Dann sind wir schneller, ne? Okay. 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 Oh, jetzt war er 22. Ist falsch. Da sind wir richtig. Okay. Was? Hat er die abgeschlossen? Das Schwein. Okay. Gehen wir hier drüber über Ground. Ich höre immer nach oben rumfluchen. Die Richtung. Okay. Dr. Bose Fragen wir mal, was hier los war Okay, Rose hat mich angezeigt. Ich wusste, sie werden mich kriegen. Ich hatte keine Karriere, keine Zukunft. Ich habe mich entschlossen, die Kontrolle zu übernehmen. Ein für allemal. Okay, ich ahne was Böses. Wir haben ja hier die Knarre gefunden. Mal gucken, was er dazu sagt. Okay, Harvey. Dann gucken wir mal, vielleicht doch der Brand. Okay, Control, Control. Who is Hugo Punch? Crossball. Where was the crossbow from? The hotel used to have a display of old weapons. Okay, das Hotel hatte einige alte Waffen. Haben wir sonst noch was nötiges? Washing line. Why was there a washing line tied around a rolling pin? I tied them together. Okay. It was an experiment. Er hat es zusammengerollt. Es war ein Experiment. Hat es vielleicht das mit der Kontrolle zu tun? Okay. 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 Keller. Okay. 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 Ich habe mit der Wäscheleine experimentiert, aber sie war zu dünn. Ich habe stattdessen ein bisschen Seil gefunden. Ich hatte immer noch meine Schlüssel zum Hotel. Also bin ich nachts reingeschlossen, als ich auf der Flucht war. Reingeschlichen, als ich auf der Flucht war. Ich ahne nichts Gutes. Und wir müssen als nächstes in... Das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Das ist cool, dass hier jetzt Licht drin ist. Können wir da hinten vielleicht rein sogar? Cool. Wir kommen sogar hier rein. Da gibt es sogar eine Tür. Eine Bühne. Das ist ja cool hier. Mega nice. Aber die Tür ist immer noch zu. Vielleicht... Storroom. Ah, habe ich schon ausprobiert. Okay. Wir müssen erstmal in den Keller. Ich ahne was Böses. Ich ahne... Sehr böse, sehr böse Sachen. Kommen wir gehen... Kommen wir in die Tür. Wir nehmen die Tür. Wir nehmen die Tür. Warum nicht? Ich glaube, wir können jetzt den Keller... Die Kellertür verauf, oder? Weiß ich nicht. Ne. Habe ich verklickt. Schall. Dann halt doch den Aufzug. Aufzug. Was für eine Stromverschwendung. Aufzug, Aufzug. Ja... Hier. Wer weiß, was für Überraschung dieses Spiel noch hat. Ob Jimmy irgendwann mal im Aufzug steht und uns eins über die Rübe gibt. Keine Ahnung. Könnte alles passieren. Ich traue dem Spiel alles zu. Wo er jetzt... Wo er sich da im Schlafzimmer, im Ballzimmer versteckt hat. Also... Nicht Schlafzimmer. Okay. Links. Ist jemand da? Ach, wir müssen erst sehen, ne? Ah! Okay. Alles klar. Ich wusste es. Aber was für eine Anklage hatte er denn? Dass er vielleicht was mit dem Tod des Mädchens zu tun hat? Das ist ja mal eine makabere Art, es zu beenden. You know Dr.Both in the game Ruth? Dr.Both is killing himself. Okay. Is it Dr.Both? Dr.Both, yes. Ich hatte genug. Ich konnte nicht zurück. Mein Leben war sowieso am Ende. Was ist das? Oh, Theater. Theater. Sah nach Bühne aus, ne? Du hast Dr. Bose's Story kompletiert. Alles klar. Sehr gut. So, und damit würde ich sagen, hier ist ein schöner Schnitt. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich gucke mal eben. Wir haben 41% voll. Das heißt, ein bisschen haben wir uns noch vor uns. War eine ziemlich lange Folge. Ich habe ein bisschen viel rumgesucht. Also man darf sich bloß nicht von Jimmy erwischen lassen. Ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich nicht mehr auf Stufe, auf Ebene 2 muss. Dass wir mehr auf Ebene 3 rumsuchen können. 2 war da doch ein bisschen zu kompliziert. Aber wir haben ja auch viele Sachen gefunden. Ich darf mich nur nicht erwischen lassen. In dem Sinne, bewertet bitte das Video und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich freuen. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Choi und ich begrüße euch ganz herzlich zurück im Seaview Hotel. Wir spielen immer noch At Dead of Night und sind ungefähr bei 41% der Story. Das letzte Mal haben wir hier im Keller die Geschichte von Dr. Bose beendet. Und ich freue mich, dass ihr immer noch mit dabei seid und dass ihr das Projekt so feiert. Vielen Dank dafür. Und falls ihr den Kanal natürlich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das tun. Denn wir stehen kurz vor den 20.000 Abonnenten und das wäre natürlich mega nice, wenn wir die nächste Zeit schaffen würden. Das würde mich super freuen. Also wenn ihr mich in dem Bereich etwas unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal. Denn ungefähr die Hälfte gucken meine Videos ohne abonniert zu haben. Warum? Okay, gut. Gut, wir suchen uns den nächsten Geist aus. Dazu müssten wir noch mal eventuell gucken, wo wir hinmüssten. Aber ich glaube, wir müssen in den dritten Stock. Nein, wir gucken jetzt nicht, wo wir hinmüssten. Wir gehen direkt in den dritten Stock. Ich hoffe, Jimmy rennt nicht wieder rum und erwischt uns, denn wir haben gerade unsere schönen, tollen Sachen überall. Wir haben so viel Neues gefunden und ich hoffe, dass ich mittlerweile auch die zweite Ebene halb auswendig kenne. Und ich glaube, die dritte Ebene ist nicht so groß. Deswegen, wir gucken mal. Du, mir die Daumen. Ganz richtig. Ich mag auch übrigens die dritte Ebene. Generell mag ich so Hotels irgendwie. In irgendeiner Art und Weise. Okay, wir müssen in die Richtung. Und weiter 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 in die Richtung. Huh! Schon wieder. Da haben wir doch den neuen Geist gefunden. Du hast einen Mann gesehen, der... Ja, gucken wir gleich mal. In diesem Zimmer? Erstmal reingucken. Okay, wir können rein. Ich weiß nicht, ob wir schon mal in 307 waren. Wir haben uns ja schon mal ein bisschen umgeguckt hier. Ich gucke mal in die Schublade. Oh, okay. Spiegel haben wir. Da ist nichts. Du hast eine handgeschriebene Nachricht gefunden, wo Auf Wiedersehen draufsteht. Okay. Und hier ist nichts. Kompassmädchen... Mädchen. Kompassmäßig müsste es okay sein. Wir gucken mal, ob wir Kontakt zu Harvey machen. Is anyone there? Hello? Hallo. What's your name? Harvey. Harvey. Ah, I run the place. Hotel Properature. Also der Besitzer des Hotels. Okay. Fragen wir ihn mal erstmal, der Mann, der gesagt hat, dass Jimmy lügt. I saw a man saying, Jimmy had lied about the assault. Who was he? It was me. Jimmy had made accusations about the doctor. Rose believed in that I had that story somewhere before. I saw Dr. Bose tying a rope around his neck. He killed himself. Why? Because he's been driven too. Everyone taught it. Touched. Jimmy. Jimmy was clever. You see? Too clever. Ah. The doctor had no chance. Poor Saul. Okay. Dr. Bose hat gesagt, er wurde darin getrieben. Jeder dachte, dass er Jimmy angefasst hat. Aber Jimmy war zu schlau. Der Doktor hat keine andere Chance gehabt. Können wir jetzt auch nach dem Mädchen noch fragen? Amy at the top of the stairs. Vielleicht können wir ihn mal fragen. I saw the little girl at the top of the stairs. On the banister. What was she doing? She drank a bottle of whiskey. She didn't know what she was doing. Okay. Sie hat Whisky getrun. Sie wusste nicht, was sie trinkt und was sie tut. Girl in the basement. Können wir den wirklich zu allem fragen hier? I saw a girl in the basement crying. Who was she? She was staying in a hotel. With her family. Ich war in einem Hotel mit der Familie. Man in the knocking the door. Fragen wir ihn nochmal hier zu Dr. Bose. Ich weiß nicht, dass er ein Mann auf eine Tür knackt hat. Er sagt Jimmy, dass er da zu helfen war. Wer war er? Es war Dr. Bose. Er sollte Jimmy helfen. Aber Jimmy war außer Hilfe. Okay. Er wollte Jimmy helfen, Dr. Bose. Aber... Jimmy... ... hat sich einfach nicht helfen lassen. Okay. Dr. Bose. I know he must do. Können wir ihn danach auch fragen? Können wir nicht. Okay. Ach, es sind nur die Connections. The Keys and everything. Goodbye, Note. Mal gucken. Fangen wir hier einfach mal... ... nach den Sachen, die wir so gefunden haben. Wir haben ja ein paar neue Sachen gefunden. Dieses Magazin. Diesen gefährlichen Heizkörper. Oder was das ist. Dieses Scrapbook mit den Zeitungsartikeln. Pistole. Die Bilder von dem brennenden Haus. Wir fangen mal vorne an. Wer schreibt die Note, die sagt Goodbye? Ich weiß nicht. Okay, er weiß es nicht. Washing Line. Wollte er eigentlich nehmen. Scrapbook. Okay, er weiß von den Beschuldigungen von Jimmy gegen Dr. Bose. Deswegen fragen wir ihn mal hier nach. Ich sah ein Scrapbook mit News-Paper-Artikeln in den. Wer hat es gemacht? Jimmy. Er hat Zeitungsausschnitte von Lehrern, ähm, echt jetzt doch, äh, von Lehrern und Doktoren ausgeschnitten, die Missbrauch, ähm, gemacht haben. Er war kein normaler Junge. Okay. Dann können wir das vielleicht mit dem Scrapbook hier kombinieren. Würde ich mal sagen. Sind das die Geschichten? When you said you'd heard the story somewhere before, does that have something to do with what you said about the Scrapbook? It came straight out of it. As soon as I found that Scrapbook, I knew where Jimmy had got it from. It was the same, down to every detail. Es war genau das gleiche, bis ins Detail. Und weg ist er. Okay. Vielleicht sollten wir wirklich mal... ...mehr fragen, so. So, ich guck noch mal, aber ich glaube, wir sollen immer noch auf Ebene 3 bleiben. Vielleicht gibt's ja einen neuen Hinweis. Ist das Harvey? Wahrscheinlich schon, ne? Ah, welcher Raum ist das? Irgendwo am Ende. Links daneben stand eine Ground Floor. Okay, Ground Floor. Great. Weiß gar nicht, ob Jimmy schon hier ist. Ich höre jedenfalls noch nicht. Das wäre fies, wenn Jimmy jetzt leise wird. Und er wird leise. Oh oh. Scheiße. Bau mal die Tür zu. Was fehlt uns jetzt wieder? Wir sind wieder in Raum 202. Dass wir uns immer in 202 einsperrt hier. Das nervt mich ja schon. Warte mal. Ich hätte immer noch aufgeschrieben, wo... ...in 223 gab's den Kompass. Also, falls wir was in der Richtung brauchen. Ich weiß nur nicht, ob ich hier in die richtige Richtung gehe. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen da lang. Und natürlich First Floor. Okay, aber da kommen wir wieder zurück. Glaube ich zumindest. Da, Ausgang. Hier müsste zwar 23 sein, oder? Da, guck mal hier. Oder habe ich alles? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nee, mir fehlt... Genau, mir fehlt der Kompass. Dann... Hier ist der Spiegel. Und... Hier müsste der Kompass sein. Hier ist jetzt ein Schlüssel. Ah, okay. Es liegt immer woanders. Oh nee. Oh, das ist aber kacke. Es liegt immer woanders. Ohne Kompass. Ohne Kompass kommen wir hier aber nicht weit. Newspaper-Artikel. Seil. Die Sachen liegen ja zumindest gleich. Und wieder der Scheißspiegel. Wo soll ich denn wissen, wo der Kompass liegt? Das könnte ein bisschen länger dauern. Woher weißt du eigentlich, dass ich nicht immer in dem Zimmer liege, hm? Schlüssel. Falsche Seite. Ah, Kompass. Jetzt nur noch raus hier. Ich glaube, wir müssen in die Richtung, ne? Sieht gut aus. Eben nochmal auf 1. Für den Geister-Receiver. Ich habe übrigens gesagt, ich habe es auch gelesen in den Kommentaren, mit G kann ich irgendwie die Umgebungsgeräusche ausschalten und höre dann seine Schritte besser. Aber ich finde das eigentlich so schon, okay. Ich gucke mal eben, ob das hier vielleicht irgendwo drin steht. Subtitle, Stratix, Game. Jimmy and Dit. Keine Ahnung. Zack. Wir probieren es gleich mal aus. Nur normalerweise will ich das eigentlich nicht nutzen. Und mir ist jetzt übrigens aufgefallen, dass die Räume, die dunkel waren, einfach nur dunkel waren, weil man da noch nicht hin soll. G und H macht gar nichts. Na, ist auch egal. Wäre krass, wenn der mal irgendwann im Aufzug ist. Ich hoffe, dass das nicht, nicht stattfindet, irgendwann. Warum ist der eigentlich nicht unten? Warum ist der eigentlich nicht im, im, äh, im Erdgeschoss? So, jetzt können wir auf jeden Fall mal hier uns in Ruhe umsehen. Und scheinbar geht es... Ah, guck mal. Okay. Da ist noch zu. Weiter nach da können wir nicht. Ich glaube, wir müssen hier rein. Also, dieser... Konzertsaal ist schon krass hier. Will er irgendwie hoch? Okay, hier ist nichts. Nicht erschrecken, ne? Können wir auf die Bühne? Können wir nicht. Können wir nicht. Ach, da war ich da geradeaus. Guck mal hier. Da ging es auch noch hin. Okay. Okay. Das ist neu. Hä? Hä? Sind wir zusammengebrochen? Okay. Du hast den großen Hugo auf der Bühne gesehen. Aber es ist keiner hier. Die Richtung. Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung ich muss. Und warum kann ich hier niemanden fragen? Okay, es wird ein bisschen verdreht gerade. Ist jemand da? Ist jemand da? In die Richtung. Hier vielleicht? Ist jemand da? Geht eher nach links, ne? Hier müssen wir nochmal raus. Hm. Schätze, dann brauchen wir einen Hinweis und müssen uns nochmal, hier ist aber auch immer noch zu, ne? Kann man da durchgucken? Dunkel. Der Kompass ist sehr ruhig. Vielleicht sind wir hier aber auch an der falschen Stelle. Ich gucke nochmal, was... Vielleicht ist nicht immer ein Geist da. Ich gucke nochmal, was der Spiegel sagt. Okay, wir müssen nach oben wieder. Drei. Alles klar. Das heißt, das, was wir da gesehen haben, war nur dafür da, diese Show zu sehen. Dann, ab in drei. Sind jetzt eigentlich hier die, ähm, Türen immer noch auf? Oder schließt er die auch immer wieder ab? Das ist eigentlich irgendein Vorteil, wenn man über die Treppe geht. Wir gucken. Ja, guck mal. Guck mal, guck mal. Ich habe ja noch meinen Zettel. Vielleicht müssen wir wieder ein paar Sachen aufschreiben. Plan wäre nicht schlecht. Der wurde mir schon angeboten in den Comments. Vielen Dank dafür. Aber ich versuche es erstmal ohne. Solange wir uns da irgendwie so durchschauern können, äh, machen wir das einfach mal. So. Dann zeig mir mal, wo ich lang muss. Ja. Ich habe was geklauft. Okay. Hier wieder. Hier dreht es sich. Nicht erschrecken. Rechter Raum. Nicht erschrecken. Gucken wir erstmal hier. Ach so, hier war der Draht. Den hatten wir auch schon. Okay. Nichts. Oh. Oh, hier ist laut. Okay. Hier müsste doch jetzt eigentlich eine Szene abgespielt werden, oder? Okay. Das Spiel war jetzt immer zu überraschen. Also, auch mal ein paar, also, man muss, man muss schon gut umgucken, wirklich, ne? Auch mal ein paar solche Sachen ausprobieren. Alles klar. Dann sollten wir jetzt aber an der richtigen Stelle stehen, um wieder mit dem Geist in Kontakt zu treten. Okay, wir sind noch nicht ganz an der richtigen Stelle. Müssen wir doch wieder direkt vor die Tür gehen. Nein, 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 nein. I'm here. Das hatte ich jetzt nicht vor. Ja. Kann ich den Raum abschließen? 308. Ich hab natürlich nicht den Schlüssel zu 308. So, jetzt machen wir es mal richtig hier. Hoffen wir mal, er kommt ja mal nicht rein. Wir müssen vor, wir müssen vor die Tür. Wir müssen tatsächlich vor die Tür. Er kommt für mich. Er geht für mich. Ich muss vor die Scheiß-Tür, um den Geist zu fragen. Der Geist ist zu weit weg, okay. Oh, da müssen wir doch woanders hin. Hier müssen wir hin. Wait until you save first, super. Wie kommt man denn jetzt da weg? Ich muss da raus, aber er laut jetzt am Eingang. Der ist nicht doof, ne? Der ist nicht doof. Hab ich hier einen Schlüssel? Kompass. Okay, Kompass, das können wir uns gut merken. Und der Regen, den haben wir auch schon gesehen. Du bist safe? Sieht so aus. Ah, Gott sei Dank. Alles klar. Ah, ja, okay. Wir müssen erstmal wieder sicher gehen, dass es der richtige Geist ist. Okay. Okay. Haha, okay. Okay. Jimmy hat nur gelacht. Dann hat er angefangen, kleine Fallen für mich aufzubauen. Einige waren nicht so klein. Okay, kleine Fallen. Was könnte das sein? Was könnte das? Stolperdraht? Genau, okay, was könnte... Ja, hier. Gefährlicher Heiz. Ah, okay, er hat elektrische... Ja, dann ist es auch einfach hier. Dann können wir jetzt das kombinieren. Mit das. Also, ja, das ist anscheinend eine von seiner Falle. Wenn du sagst, Jimmy begann, die Trappen für dich zu setzen, hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über den gefährlichen Heizung? Jimmy war immer mit Elektrizität. Er war nie derjenige, der schockt wurde. Hm, okay. Jimmy hat immer mit Elektrizität gespielt. Witzigerweise hat er niemals Schocks gekriegt. Okay. First Floor. Oh, das liebe ich ja. Die speichert. Wie oft wir jetzt schon durchs Hotel gereizt sind, oder? Mann, 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 Mann. Erste Ebene. Also, erste Etage. Okay. Eher in die Richtung. Eher in die Richtung. Eher in die Richtung. Naja. Oh Gott. Oh Gott. Du hast gesehen, wie Habe einen elektrischen Schock bekommen hat. Okay, aber der war dunkel. Well, es ist Harvey. Okay. Ich habe Harvey. Ich sehe Sie für einen Elektrischen Schock. Was hat sich passiert? Er wusste, dass mein Eater war. Er hat die Kaislinge gelungen. Er hat mich immer verletziert. Er hat mich den Überzeugen gewonnen haben. Er hat mich ein Rlais machen. Er hat mich gemacht. Er hat mich zu erfassen. Er hat meine Property zu verdienen. Ich habe mich verletziert. Er hat mich überlebt. Okay. Äh, okay. Jimmy wusste, dass es mein Heizstrahler war oder meine Heizung. Er hat das Gehäuse direkt mit dem Hauptschalter verbunden, verdrahtet. Ich wusste, ich musste ihm eine Lektion erteilen. Er hat mein Eigentum beschädigt, also habe ich beschlossen, seins zu beschädigen. Wer ist Hugo Punch? Ich weiß nicht, dass er das schlecht ist. Ich weiß nicht. Sein Eigentum. Oder das Haus? Was ist das für Feuer? Ach nee, er ist ja Besitzer von dem... Wir können eigentlich alles fragen hier. Pistole? Ja, sie haben es geschafft, aber ich habe viel Stoff. Viel Stoff. Okay. Sie haben es geschafft, es zu löschen, aber ich habe eine Menge Sachen verloren. Hm. Aber damit hat er ja nicht... Was ist denn das Crossbow? Woher ist das Crossbow? Es war aus einem ordentlichen Display, den wir hatten. Jimmy wurde von dem. Jimmy wurde von dem. Er ist, glaube ich, begeistert, ne? Armory Display. Also eine Waffenausstellung, die wir mal hatten. Also es ist von einer Waffenausstellung, die wir mal hatten. Und Jimmy fand sie gut. Also vielleicht Jimmys Sachen. Vielleicht hat er sie beschädigt. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Alte Schlüssel. Was sind denn die rustige alten Schlüsse für? Es ist der alte Brustrunde. Okay. Der Schlüssel ist für den alten Heizungskeller. Die alte Tür, die wir im Keller gesehen haben. Der Dolch. Ein Dolch mit Ornamenten. Es ist ein Brieföffner, er ist nicht scharf. Okay. Koffer. Paddel. Sind das seine Sachen vielleicht? Ich habe sie aufbewahrt, für den Fall, dass ich die brauche. Er kennt sich anscheinend mit allen Sachen aus. Wir fragen mal nach dem Koffer. In einem Koffer. Wer sind sie an? Rose. Aber sie hat sie nie benutzt. Rose hat sie gehört. Aber niemals benutzt. Okay. Schwert. Wer sind die Schwert? Wahrscheinlich der Ritterrüstung. Wir hatten ein Display von Medievals. Jimmy hat sie geklaut. Okay. Ausstellung von Mittelalterwaffen. Jimmy hat sie geklaut. Also Jimmy mag anscheinend Waffen. Also möglicherweise mochte er wirklich den Crossbow. Ich glaube, das ist die Lösung. Fragen wir trotzdem mal den Rest. Vielleicht Rose. Jimmys Draht. Was hat der Koffer für den Koffer genutzt? Jimmy hat ihn mit sich herumgeschleppt. Keine Ahnung warum. Wie wurden die Schrauben gebrochen? Ich erinnere mich nicht. Der weiß er auch nicht. Okay. Paddel, Kochmütze. Das hatten wir eigentlich schon. Spritze. Pokale. Sind das vielleicht Jimmys Pokale? Ich habe ein paar Trophäe gefunden. Wer hat sie gewonnen? Ich weiß nicht. Okay. Ich tippe auf dieses Teil und wir fragen ihn danach, ob das damit zu tun hat. Wenn du gesagt hast, dass du seine property verletzt hast. Das hat nichts zu tun mit dem, was du gesagt hast über den Crossbow? Okay. Das war falsch. Das war falsch. Können wir hier nochmal was anderes fragen? Zu viele falsche Fragen. Oh, hier. Warte. The great Hugo on stage. I saw someone on stage, a performer, announcing himself as the great Hugo. I never knew it. Kannte ich nicht. Okay. Goodbye Note. Haben wir danach schon gefragt? Er hatte keine Antwort. Okay. Was könnte es sonst sein? Was könnte sein Eigentum sein? Was könnte sein Eigentum sein? Fangen wir mal an die Waffe. Wer hat die Waffe gehört? Es war meine. Sie gehört zu meinem Vater. Sie hatte noch ein paar Runden. Okay. Es ist meine Waffe. Gehörte mal meinem Vater. Ich habe sie immer rumgetragen oder so. Hm. Okay. Was haben wir noch nicht ausprobiert? Hier haben wir noch eine ganze Menge Trophäen. Das Zeug. Alkohol. Zeichnungen? Waren das vielleicht seine? Wer hat die Waffe gezeichnet? Ich meine, Jimmy hat die gezeichnet. Wer denkst du? Jimmy. Er hatte eine sehr waffe. Der kleine Jimmy. Okay. Versuchen wir das mal zu kombinieren. Vielleicht waren die Zeichnungen ja was wert. Oder den Draht. Vielleicht den Draht. Das hat nichts zu tun mit dem, was du gesagt hast, über die violente Bilder? Okay. Wir kombinieren das jetzt nochmal mit dem Draht. Ich habe keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt so richtig nachdenken muss. Draht. Das. Hm. Vielleicht haben wir aber auch noch nicht das gefunden, was wir suchen. Was ist sein Eigentum? Was könnte sein Eigentum gewesen sein? Ich guck mal nochmal, ob wir hier noch einen Hinweis kriegen. Die sehen irgendwie alle übel aus zu gestalten. Vielleicht hat die Geschichte ja auch noch einen interessanten Twist so. Was ist das? Ich habe keine Idee. Oh, warte, warte. Das ist vielleicht diese... Ah, warte mal. Warte, 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 warte. Vielleicht diese Zeitungsartikel. Zeitungsartikel Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was könnte noch sein Eigentum sein? Das Schwert? Die Rusty Keys? Vielleicht doch das? Wenn du gesagt hast, dass du dieses Haus verletzt hast, hat das nichts zu tun mit dem, was du über die Dagger gesagt hast? Nope, nope, nope. Okay, Dagger ist es auch nicht. Dagger ist es auch nicht. Die sind es ja auch nicht. Er weiß nicht, was das ist. Das hat nichts damit zu tun. Das hat ja eher was mit den anderen Geschichten zu tun. Aber er hatte keine Antwort. Zeichnung ist es nicht. Es ist bestimmt was, was wir nicht gefunden haben. Immer in der Rezeption. Versuchen wir mal das Schwert. Wenn du gesagt hast, dass du dieses Haus verletzt hast, hat das nichts zu tun mit dem, was du gesagt hast? Also hat es ihm gehört? Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ja. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ich hätte jetzt gesagt, er hat etwas über diese Show, er hat ja gesagt, er macht Comedy. Wer hätte das damit zu tun? Das gehört ihm nicht, das mit dem Haus. Ich kann natürlich das mit dem Haus noch versuchen. Ich glaube aber nicht, dass er sein eigenes Haus angezündet hat. Ist das mit dem, was du gesagt hast, über das Feuer in dem Hotel? Vielleicht. So. Jetzt haben wir nur noch die alten Schlüssel, glaube ich, über. Zack. Und... Ansonsten weiß ich es auch nicht mehr. Wenn du gesagt hast, dass du dieses Haus verletzt hast, hat das etwas zu tun mit diesen kräften? Oh, falsch. Ich glaube, wir müssen erst, wir müssen erst was anderes finden. Ich weiß auch nicht, ob wir schon in diesen Räumen hier waren. Achso, wir sind jetzt wieder in Eins. Wir sind hier jetzt wieder in Eins. Was könnte sein Eigentum gewesen sein, was er zerstört hat? Wir müssen nochmal den scheiß Spiegel ausprobieren. Vielleicht sehen wir es dann. Ich konnte aber gerade eben nichts erkennen, was das sein könnte. Irgendwas, was er in der Hand hat. Ein Schläger? Doch ein Schläger vielleicht? Habe ich die Schläger ausprobiert? Nein, ich will... Ich will da nicht rein. Ich glaube, die Schläger hatte ich noch nicht ausprobiert. Ist es, Harvey? Ja, es ist Harvey. Dieses Paddel kann ich natürlich auch ausprobieren. Wenn du gesagt hast, dass du das Haus verletzt hast, ist das mit dem, was du gesagt hast, was du gesagt hast? Ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht. Dann versuchen wir diese Paddels. Wenn du gesagt hast, dass du dieses Haus verletzt hast, hat das etwas zu tun mit dem, was du gesagt hast, über die Krikus und die Baseballbats? Ich habe diese Bats für Selbstverfassung. Aber ich war wunderschön. Ich trau mich. Ich ging nach Jimmy. Tatsächlich dieses Scheißdinger. Okay. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Rät er wieder rum? Scheinbar nicht. Jetzt einfach schnell raus. Ich jetzt wüsste, in welche Richtung. Ah, guck mal, man hat genug Zeit, noch abzuhauen. Okay. Nächste Spur. Eher nach links. Wir sind richtig. Ah. Raum 221 war sein Zimmer. Ja. Ja, da sind wir so richtig ausgetoben. Gibt es eigentlich Leute von euch, die im Hotel arbeiten? Würde mich mal interessieren. Und wenn ja, wohnt ihr da auch? Gibt es sowas, dass man quasi als Besitzer oder als Mitarbeiter in einem Hotel wohnt auch? Und hat man dann ein ganz normales Zimmer oder hat man spezielle Räume? Das würde mich mal interessieren. Okay. Gucken wir mal, ob ich hier drin was finde. Hey, Harvey. Was hast du denn hier kaputt gemacht? Harvey mit einem Schläger. Wer hätte das gedacht? Okay. Ich habe Jimmys Fernseher und Spielekonsolen kaputt gemacht. Er war wütend. Aber es hat nicht funktioniert. Ich habe ihn nur... Es ist nur schlimmer gemacht. Er würde sich bald, ja, rächen. Retailated. Was hat er denn gemacht? Wie hat er sich denn gerecht? Kann jetzt alles sein, ne? Kann er jetzt wieder Waffen hier... Wie hat er sich gerecht? Versuchen wir mal. Wir müssen einfach wieder durchgehen. Oh, schon richtig. Ja. Ebene 2. Hat er eine Falle gebaut? Ach du Scheiße. Selbstschussanlage. Wir sind ja noch auf 2. Hier durch diesen Raum. Ich glaube, wir sind noch nicht richtig hier, ha? Hier sind wir richtig. 215. Ich gucke erstmal hier nach. Ach, hier war die Pistole. Oh Gott. Jimmy! Das ist doch aus dem Intro. So. Okay. Aha. Okay. Hey. Harvey wurde in das Bein geschossen. Keller. Ah. Ich habe den Schlüssel. Okay. Also, Jimmy hat die Armbrust aufgesetzt, dass sie losfeuert, wenn ich die Tür aufmache. Ich musste ins Krankenhaus gehen, denke ich mal. Heißt INA. Notaufnahme. Als ich zurückkam, konnte ich ihn nicht finden. Rose sagte, er würde sich im Keller verstecken. Das hat mir eine Idee auf eine Idee gebracht. Okay. Kommentieren wir das mal mit dem Kellerschlüssel. Wenn du sagst, dass du, dass Jimmy in dem Basement gefällt würde, würde ich in dem Basement schlafen, hat das etwas mit diesen russischen Schlüssel zu tun? Wenn Jimmy sich da unten versteckt hat, dann muss er es da wahrscheinlich mögen. Okay. Lower Ground. Keller. Wir dürfen in den 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 Keller. Ich gehe wieder direkt so zurück, wie ich gekommen bin. Kann Jimmy eigentlich auch hier drin sein? In diesem Zwischenraum? Würde mich mal interessieren. Nein. Nein. Das ist doch nicht wahr. Jetzt muss ich wieder den scheiß Kompass finden. Es ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. 107. Er nimmt mir immer den scheiß Kompass ab. Ich habe keine Ahnung, wo der... Ja, hier ist wieder nur ein dämlicher... Wären wir mal nicht so schlau gewesen und hätten diesen Weg geweht. 109. Okay, hier gibt es... Ne, da gibt es auch nur eine Truhe. Fuck ey. Das kann ich jetzt wieder eine Weile hinziehen. Kann man jetzt hier... Eigentlich sind unsere Freunde noch hier drin. 110. 111. Ich frage mich, wie wir die da rauskriegen können. Ah, was ein Glück ey. Direkt zweimal erwischt, ey Sind wir wieder in 107? Wenn er schlau wäre, würde er einfach hierbleiben Und für die Tür warten Ne, stopp, da kommen wir überhaupt hier raus Dieser gefährliche Schrank, ey Da geht's raus So, ich muss eh nochmal, ne, wir sind in 1, ne Ist das Radio wieder aus? Holen wir uns schon mal das Ding? Ah, den scheiß Kompass muss ich noch finden Ich liebe es, ey Ich liebe es nicht Zurück Tja Versuchen wir mal direkt die Räume hier Ist schon wieder da Natürlich gibt's hier auch wieder nur Ja, das war sehr schlau Ich bin gespannt, ob er uns auch im Badezimmer erwischen kann Oder ob er vor der Tür wartet Oder sowas Ach, scheiße Ah, nicht schlecht, der gute Jimmy Der gute Jimmy Ich glaube, es wird immer schwieriger Wird immer schwieriger Wenn wir jetzt nicht ganz schnell diesen scheiß Kompass finden Den Spiegel hab ich noch Immerhin Vielleicht gehen wir doch mal besser hier rein 101 Das ist unser Zimmer War da nicht der Kompass? Ja, ein Schlüssel Die scheiß Note Die Torfänen Wo ich immer noch nicht weiß, wofür die gut sind Der ist wirklich, wirklich angry Hier ein Schlüssel First Floor Stairs Noch ein Schlüssel Raum 106 Hier sind in 102 Das wird schlimm Das wird schlimmer Das halte ich nervlich nicht mehr aus Ich halte es nicht mehr aus Ich will auch nur in den scheiß Keller Ich gehe jetzt raus Der ist natürlich zu hier Ich will auch nur in den Kompass Alles was, ich kriege Ich schlüssel Noch hört er sich weit weg an 205 Spiegel brauche ich natürlich nicht Spritze brauche ich natürlich nicht Ich sehe keinen Schatten War ich schon in 103? 103 ist dunkel Ich war hier schon überall Ich gehe gleich einfach in den anderen Ich gehe gleich einfach nach oben oder so Und such mir da den Kompass Einfach nur, dass ich hier wieder los bin Oh Gott Scheiße ey Der ist mir so dicht auf den Fersen Der ist aber so schnell Das ist einfach Ich halte das nicht mehr aus Merklich Wenn das jetzt immer schwieriger wird Je später das Spiel wird So, okay Hier sind nur zwei Räume Ne, ne Hier sind nicht zwei Räume Egal Machen wir trotzdem nur die 301 Sollen wir das schon mal drin? Keine Ahnung Gibt nur eine dämliche Kiste Da waren die Spiegel drin Okay 302 Ja Ja, finde einen Kompass 307 Spiegel Warum kein Kompass? Wer hätte es gedacht Dass es so schwer ist Einen Kompass zu finden Das ist so Ich habe den Fehler schon wieder gemacht Okay 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 Wo waren wir denn noch nicht? 107 Gehen wir mal hier in die Richtung Da kommen wir auch immer nur weiter rein Da sind nur meine Freunde Ich habe keine Ahnung Wo noch Kompass liegen könnte 120 vielleicht Hat wieder eine Scheiß-Truhe Hat wieder eine Scheiß-Truhe Oh, hier ist auf Die wird so So, hier 119 Das ist doch eh kein Kompass Schlüssel Chefkochmütze Und da ist er schon wieder Dunkler Raum Gehe ich direkt wieder raus Paddel Spiegel Gib mir doch einen Scheiß-Kompass Ja Okay Es wird definitiv schwieriger Das macht mir ein bisschen Angst Weil jetzt könnten die Folgen immer länger werden Ich weiß auch nicht Ob ich jetzt schon in 106 schon mal zum Beispiel war Gib mir doch einen Scheiß-Kompass Ohne den Kompass Kann ich keine Geister aufspüren Ich weiß auch gar nicht, warum es diese Storage Rooms gibt Wenn ich da eh keine Sachen finden kann Wenn ich da jetzt wirklich wenigstens Kompass finden könnte Oder sowas Sind wir auf 1 Sind wir noch Okay, auf 1 Auf 2 Auf 3 Dann gehen wir nochmal auf 2 Wir müssen uns einfach beeilen, glaube ich Ist das eine gute Taktik Wenn wir nur auf Nur kurz auf den Ebenen sind Vielleicht verwirrt es ihn dann Könnte natürlich auch die Treppe nehmen Vielleicht ist es dann unwahrscheinlicher Ich meine, immer wenn er diesen Aufzug hört Weiß er natürlich Kann er natürlich gucken, wo der Aufzug steht Und weiß, wo wir sind, ne Ich meine, so muss ich ja auch mal denken, ne Das ist auch ein Storage Room Vor allem ist es immer nur der Kompass, ne Spiegel habe ich jetzt genug gefunden Ich brauche wirklich den Kompass Fangen wir mal hier an Zumindest gibt es hier wieder Ne, das ist eine Kiste, ne Eine fucking Kiste Kann auch sein, dass er schneller kommt Wenn man unvorsichtig ist Also nicht durch die, ähm Gucklöcher guckt oder sowas Hier ist ein Schreibtisch Halleluja Schlüssel Da ist er wieder Kein Kompass Wäre auch zu einfach gewesen Das ist halt wirklich der Teil an dem Spiel Der mich persönlich jetzt so ein bisschen nervt Wo das Spiel auch ein bisschen Lieber sein könnte So, wenn du jetzt schon drei Räume durchsucht hast Wo der Kompass ist Dann wäre es halt echt nett Wenn dann beim vierten Mal spätestens der Kompass wäre Aber das Spiel soll anscheinend nicht lieb sein Wäre auch zu einfach Und wahrscheinlich, wenn ich ihn gleich finde Ach, da ist er Halleluja Wenn ich ihn jetzt habe Jetzt kriegt Jimmy mich wahrscheinlich direkt Ich bin in den Ground Floor Oh mein Gott Haben wir es wirklich geschafft? Haben wir alles? Weine gerade Innerlich Wir können zum nächsten Geist gehen Geht dir das auch auf den Geist Ich muss ein paar Nüsse essen Ja, Nüsse Portioniert in einer Schale Wenn ich nicht zu viel fresse Ich mach mal eben Mikro weg Dass ich nicht euch so ins Ohr knuske Das war's mal Hm Die Scheiße hängt einem immer so zwischen den Zähnen. Also, wir können mit dem rostigen Schlüssel hier nicht aufmachen. Warum nicht? Achso, wir brauchen jetzt die Geistererscheinung. Okaychen. Also, hier wurde Jimmy eingesperrt. Ich dachte, da steht was, aber es ist nur eine Leiter. Dann doch hier. Halt die Klappe. Oder doch hier vor. Hier. Im Aufzug. Wo müssen wir hin? Im Aufzug. Doch, hier. Doch, hier. Okay. Hm. Das ist ja auch noch zu... Keine Ahnung, wo wir den Basement... Aber... Vielleicht müssen wir auch wieder woanders hin? Okay. Vielleicht müssen wir auch wieder irgendwo hinfahren, damit wir was zweites sehen. gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Ich guck nochmal in den Spiegel. Okay. 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 Ich will da einen weiteren Hinweis finden. Aber mich wundert das jetzt, dass wir nicht im Keller irgendwie was gucken konnten. Hm. Feuer. Okay. Feuer ist der Hinweis. Vielleicht unter das Dach. Vielleicht müssen wir doch nach oben. Vielleicht müssen wir doch nach oben. Warum denn hier oben? Achso, weil er hochgefahren ist. Okay. Ah, okay. Ist es Harvey? Ja, es ist Harvey. Okay. Okay. Harvey hat Jimmy im Keller eingesperrt. Ich sah, dass du Jimmy in den Basement locken. Was ist passiert? Ich wollte Jimmy eine Dosis von seiner eigenen Medizin geben. Ich dachte, er könnte da unten nicht Schaden anrichten. Im Keller. Ich hatte nicht recht. Ich wollte Jimmy eine Dosis von seiner eigenen Medizin geben. Ich dachte, er könnte da unten nicht Schaden anrichten. Im Keller. Ich hatte nicht recht. Ich glaube, da wir gerade schon das Feuer gesehen haben. Verbinden wir das mal mit dem Feuer. Vielleicht hat er irgendwie das Feuer gelegt. Aber im Keller. Du hast gesagt, du warst falsch zu denken, dass Jimmy keine Dosis in den Basement machen konnte. Ist das mit dem, was du gesagt hast, über das Feuer in dem Hotel? Nein. Keiner. Von keinem wurde klar, wie weit Jimmy gehen würde, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und aufmerksamkeit zu kriegen, wie weit into die die C että I'm happy about with the wehr? Okay. So, wir haben schön ein Savegame. Damit würde ich sagen, ist diese Folge nun endlich beendet. Ihr freut euch sicherlich schon auf die nächste. und wir werden weiterhin Harveys Geheimnisse lösen. Ich gucke mal eben. 63 Prozent, also wir haben jetzt gut zwei Drittel der Story hinter uns. Das heißt, ein paar Folgen wird es sicherlich noch geben. Es wird noch einiges zu tun sein. Ich bin gespannt. Haut rein, Leute. Sorry. Und danke fürs Zuschauen. Habe ich schon, oder? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hey, ich bin Joey. Ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu A Dead of Night. Wir sind bei 63 Prozent und gehen jetzt zurück ins Seaview Hotel. In der letzten Folge haben wir etwas mehr über Harveys herausgefunden. Und ich weiß gerade gar nicht, ob wir überhaupt das Kapitel schon beendet haben. Auf jeden Fall muss ich jetzt nochmal gucken, was wir als nächstes machen müssen. Er hat mir viele Kommentare geschrieben. Ich lese sie alle. Vielen Dank dafür. Ich habe ja oft gefragt, warum... Ich zeige das nochmal. Warum? Ich habe mich immer gewundert, warum da oben oder hier auch Luftballons sind. Und die Antwort ist ziemlich einfach. Ich bin nicht selber draufgekommen. Ja. Weihnachtsbaum, ne? Es ist Weihnachten gewesen und die Luftballons stehen dann wahrscheinlich für Silvester. Und was mir jetzt auch gerade auffällt, das sehe ich hier gerade. Schau mal, spielt das in England. Oder andererseits, manchmal sind so Hotels ja auch international und haben da so mehrere Flaggen oben hängen. Vielleicht ist das ein Zufall, aber das ist die einzige Flagge, die hier hängt. Also spielt es wahrscheinlich in, fairerweise muss man sagen, nicht England, Großbritannien, ne? Das kann ja auch in Wales oder was weiß ich nicht was. So. Genau. Wir wollen nochmal in den Spiegel gucken. Spiegel, Spiegelein an der Wand in meiner Hand. Im dunklen Raum. Zeig mir den Traum. Wenn ich die Fresse schon sehe, dann habe ich schon ja genug, ey. Das ist ja... Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel noch gehen wird. Ja gut, 63%. Wir haben über die Elfte geschafft. Aber trotzdem, ne? Lower Ground. Warum in den Lower Ground? Waren wir da nicht? Egal. Wir gehen nochmal in den Lower Ground. Wenn wir das sollen... Guck mal hier die Zeichnung. Ist auch so eine irre Jimmy-Zeichnung. War die schon immer da? Guck mal, ist auf so einer Puppe. Ist ja interessant. Überall stehen diese Püppis rum. Und hier haben wir auch so eine Püppi mit so einem bösen Gesicht. Ob das wohl noch was zu bedeuten hat? Da sind auch noch Zeichnungen. Guck mal hier. Doppelgesichter. Hier auch. Was ist da? Okay, keine Ahnung. Was haben wir hier? Vielleicht noch interessant. The Bachelors. Ist das vielleicht ein Storage-Room? Haben wir noch einen Storage-Room-Key? Zufällig. Können wir mal versuchen. Leider nicht. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich sehr viele Geheimnisse noch gibt hier in diesem Hotel. so allgemein. Und man kann sich wahrscheinlich sehr lange aufhalten. Noch viel länger als diese ganzen Folgen, die wir jetzt schon noch haben. Aber dafür gibt es ja zum Glück YouTube. Das war mal eine coole Geister-Geschichte. Das ist ein Feuer im Keller wahrgenommen. Okay, dann gucken wir mal. Ja, es ist Harvey. Okay, wir müssen näher ran. Vielleicht hier direkt im Keller. Wir hatten ihn ja schon mal zu dieser Show befragt, ne? Dieser Zaubershow. Und genau, ihr habt gesagt, man könnte auch mehrere Sachen kombinieren. Ich muss noch mal andere Sachen versuchen zu kombinieren. Aber wir machen jetzt erstmal das. Wir haben es geschafft, das Hotel Feuer einzudämmen. Aber bevor es außer Kontrolle lief. Aber unsere ganzen alten Fotos und Briefe waren hier unten. Es ist alles in Flammen aufgegangen. Jimmy war außer Kontrolle. Ich hatte genug von ihm. Ich wollte, dass er verschwindet. Er verschwindet, klingt für mich so ein bisschen nach Mord. Er hat ja gesagt, die Waffe gehört ihm. Deswegen, denke ich mal, muss man das mit der Waffe kombinieren. Ziemlich eindeutig, wieder meiner Meinung nach. Aber warte mal. Harvey, receive an electric shock. Kann man das eigentlich, genau. Irgendjemand hat geschrieben, das könnte man mit dem, vielleicht habe ich das auch schon gemacht, mit diesem Ding kombinieren. Wenn du gesagt hast, du hast diese Wohnung entschieden, hat das nichts zu tun, was du gesagt hast, über den gefährlichen Wärter? Dann hatte ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Also, wir nehmen das und wir nehmen die Waffe. Weil er sagt ja, es ist seine Waffe. Oha. Ja gut, Mord ist jetzt nicht ganz so teurer. Ebene 2, die Waffe. Okay, was hat er gesagt? Er hat gesagt, äh, ich war außer Kontrolle. Ich habe Brot gesehen. Ich habe ihn gehasst. Ich habe die Kontrolle verloren. Dann wollen wir mal auf Ebene 2 gehen. Und schon geht der Spaß wieder los. Jimmy wird wieder irgendwo rumrennen und mir meinen Kompass wegnehmen. Dann habe ich keine Orientierung mehr. Dann weine ich. Ah ja. Krach. Das ist immer lange gefahren, oder? Ich dachte, der war hinter mir. Fuck. Direkt wieder erwischt, ey. Scheiße. Und jetzt ist der Kompass wieder weg. Oh. Wieso war der denn schon direkt auf dieser Ebene? Das wird echt... Ich habe den Kompass noch. Ach, ich habe nur das Geistergerät nicht mehr. Auf welcher Ebene bin ich? Auf Ebene 3. Okay. Ey, das ist doch fies. Boah, dem hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Boah, ey. Das Spiel macht mich so fertig. Wie konnte man denn ahnen, dass er jetzt schon da ist? Das ist echt Zufall. Rennst er jetzt nur noch auf der zweiten Ebene rum? Das heißt, er kann doch überall hier sein, oder was? So, gehen wir nachs Teil. Wenigstens habe ich meinen Kompass noch. Da bin ich ja echt froh. Auf zu Ebene 2. Und ich hoffe, er rennt jetzt nicht da rum. Nur noch da rum. Müssen wir besser hören. Müssen wir besser hören. Müssen wir besser hören. Okay, hier. Thanks. Der Heater-Room. Scheinbar noch nicht der richtige Raum. Doch, es ist der Raum. Irgendwie habe ich heute überhaupt gar keinen Bock auf das Spiel. Okay, es muss etwas in diesem Raum sein. Es muss etwas in diesem Raum sein. Pardon? Потому dass wir ihn bei uns crackern. Ja. Es zeigte doch eindeutig auf diesen Raum. Ich muss mehr auf die Schritte achten. Okay, ich gucke mir mal in den Spiegel. Ob der mir noch ein... Kleinen Hinweis gibt. Das ist der Flur. Oh, wir müssen doch, glaube ich, weitergehen. Können wir vielleicht doch weitergehen? Zeigt eher auf den Flur als auf diesen Raum. Also, ich höre jetzt weder Schritte noch Rufe. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Aua. Okay, Raum 220. Hier ist er drin. Schlüssel. Deadlock key to 22. Oh, da wir jetzt so schön den Schlüssel haben, hat er gesagt, wir können jetzt die Tür abschließen. Und wir könnten Jimmy auch mal einschließen. Ich glaube, das versuche ich mal. Aber erst, nachdem wir hier mit dem Geist geredet haben. Gehen wir mal in die Mitte des Raumes. Okay, dann gucken wir mal, was er hier zu der Waffe sagt. Ist es Harvey? Wir müssen jetzt sicher sein. Ja, es ist Harvey. Ich vergesse es immer wieder. Ich habe dich mit einem Schlüssel. Ich habe mit ihm praktiziert. Was warst du zu tun? Ich weiß nicht, was ich war. Du hast ihn verraten, ihn aus dem Hotel zu holen. Das Problem war. Ich habe nicht gedacht, dass er auch mit mir sein wird. Oh, was? Er war auch bewaffnet? Okay. Achso, ich übersetze mal eben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte mit der Waffe. Das Problem war, mir war nicht klar, dass er auch bewaffnet ist. Okay. Also eine Waffe. Dann gucken wir mal, welche Waffe könnte es denn sein? Hatten wir die Armbrust? Ach nee, die Armbrust war für die Selbstschussanlage. Das ist die Waffe. Dann haben wir das Schwert. Oder Letteropener oder das Schwert. Versuchen wir uns damit zuerst. Hast du nichts zu tun mit dem, was du gesagt hast, über den Dagger? Es war nicht mal ein Dagger. Achso, sogar richtig. Er war immer noch ein Schritt vor mir. Es war noch nicht mal ein Dolch, sondern mir wurde klar, dass Jimmy immer einen Schritt voraus war. Die Frage ist, ob wir jetzt hier rauskommen können. Oh, hier Schatten. Okay, er hat mich gesehen. Hier geht man hier in den Raum. Und dann mal direkt. Ich will ihn mal einschließen. Kommt der jetzt wohl? Okay, können wir mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen, wenn wir schon mal hier sind. Ground, Keller. Nee, nicht Keller. Wenn er jetzt in diesem scheiß Gang immer noch rumrennt, das ist natürlich kacke, ne? Er hat uns schon wieder entdeckt. Mal gucken, ob das klappt oder ob er uns erwischt. Eigentlich müsste er jetzt kommen. Ich bin gespannt. Wir haben den Schlüssel für diesen Raum. Drückt mir die Daumen. Oder drückt einen Daumen. Wäre mal interessant, ob man sehen würde, ob der auch in den anderen Raum reingeht. Der muss doch mal jetzt kommen hier. Ich bin hier. Der hängt die ganze Zeit in seinem Eingang rum, das ist das Problem. Und es ist dennoch zu doof, jetzt in diesen Raum zu kommen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich frage mich, ich habe Angst, dass er hinter der ersten Ecke wieder wartet. Jetzt kommt er aber. Soviel zum Thema KI, der kommt einfach nicht. Hallo? Ja? Ich frage mich. Wie doof der ist. Das ist ein Ende, er muss ja eigentlich kommen. Ich frage mich. 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 Jimmy? Ich frage mich, wie wir in diesen Raum reingehen. Mal gucken. Ich hoffe, er steht jetzt nicht direkt neben mir. Nein. Hey. Ich frage mich. Ich frage mich. Der kommt einfach nicht. Noch mal rufen? Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Tja. Ich höre was. Jetzt kommt er gleich. Down her. Okay, also die KI ist schon interessant. Der kommt einfach nicht rein. Wahrscheinlich erst, wenn er uns sieht. Das Problem ist, er weiß ja jetzt, dass wir in diesem Winkel sind, ne? Können wir da irgendwie eine Runde rennen? Er wird jetzt hinter dieser Ecke stehen. Oh, doch nicht. Guck mal. Und in den Ground Floor. Okay, er sieht uns nicht. Na gut, wir haben es auch so geschafft. Ich habe den ganzen Zeit versucht, in die Ecke zu locken. Es hat nicht geklappt. Jetzt habe ich kostbare Zeit für euch verschwendet. Das tut mir leid. Wir machen mit der Story weiter. Okay, Ground Floor. Jimmy war vor, oder? Okay. Du hast gesehen, wie Harvey vor dem Ballroom stand. Okay, wir müssen weiter rein. Weiter rein. Jimmy! Okay. Das ist voll krass, dass das... Oh Gott! Mit dem Brieföffner. Wir haben zwei Begegnungen. Was hast du mit der Waffe vor dem Ballraum getan? Ich habe nach Jimmy gesucht. Ich habe nach Jimmy gesucht. Was hat passiert? Jimmy hat sich hinter mich geschlechen. Ich habe ihn nicht gesehen. Jimmy gewinnt immer am Ende. Okay. Ich glaube, das war Harreys Geschichte. Da ist wieder dieser Magier. Oh, das ist wieder unterm Dach. Du hast Harreys Geschichte vervollständigt. Alles klar. Ich glaube, das nächste Ding war unter dem Dach. Das sah so nach Dach aus. Aber ich hole mir nochmal einen Hinweis. Guck mal, hier haben wir auch noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, wie viele Geister es gibt. Was sagt denn die Story? Die Story sagt 70%. Also möglicherweise gibt es noch ein, zwei Geister. Ich gucke nochmal in den Spiegel. Aber ich glaube, wir müssen nach oben. Das sah so aus, als ob das Schrägen waren. Oh, eine Frau diesmal. Nummer zwei. Nummer drei. Okay, in zwei haben wir auch noch was. Aber ich gehe erst auf drei. Weil ich glaube, da wollte es mich zuerst hinführen. Drei in der Ecke. Deswegen gehen wir auch auf drei. Ist drei eigentlich noch auf? Ich gucke mal eben. Hatten wir jemals das Ding für drei? So, jetzt sind wir auf eins. Zwei. Wofür haben wir den Schlüssel? Für irgendein Stockwerk haben wir den Schlüssel. Ach nee, nur zu 220. Hat er uns wieder abgenommen. Drei. Ach, ist noch zu. Verdammt. Okay, aber zwei müsste auf sein. Ich mag auch diesen Flur hier. Gehen direkt hier zum Aufzug. Und dann in drei. Dann müsste Jimmy, ich schätze mal, wenn wir nicht mit dem Aufzug fahren, dann wird Jimmy wahrscheinlich nicht so schnell auf uns aufmerksam. Weil er wird ja sicherlich sehen, wo der Aufzug gerade steht. Und kann ja dann auch raten, in welchem, auf welcher Ebene wir sind. So, wir müssen nach rechts. Nach rechts. Das ist eindeutig der Part, wo wir hin müssen. Hier muss es eine Geistererscheinung geben. Die kaputten Spiegel haben wir an hier. Okay. Ich kann mal alles absuchen. Okay. Was? Ah, Spiegel. Okay, du kaufst nichts ohne meine Erlaubnis. Hat er gesagt. Das ist neu hier, diese Situation. Wollte gerade sagen, ich muss mal überall nachgucken. Wollte auch noch im Schrank gucken. Man weiß ja nicht, was man hier so machen muss. Du hast einen... Okay. Oh ne, das wollte ich gar nicht. Ist jemand da? Vielleicht weiter rein in den Raum. Vielleicht war es wieder nur wie bei dem Theater. Oder draußen. Der Wind, ey. Sieht gut aus. Müssen wir wahrscheinlich auf zwei was finden. Ah, ich hasse zwei. Zwei ist zu groß. Zu verwinkelt alles. Weißt du? Okay. Das wird schwierig. In welche Richtung müssen wir gehen? Wahrscheinlich andere Richtung. . Mhm. K. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Da rein? Dieser Raum ist einfach nur scheißen dunkel. Es ist zu schmerz, hier zu verwenden. Was soll der Sinn sein? Fahrstuhl wieder? Ich geh nochmal gucken. Hä? Wo soll das sein? Ich check's nicht. Ich geh nochmal gucken. Ich geh nochmal in den Spiegel gucken. Könnte natürlich jetzt auch in jeden Raum gehen, aber hier unten bin ich ja sicher. Deswegen mach ich's lieber hier. Ich glaube, hier kann ich auch den Spiegel benutzen. Nee, da kann ich auch nicht den Spiegel benutzen. Da steht auch ne Puppe. Irgendwas hat das mit diesen Püppis zu tun hier. Bin ich mir sicher, dass das irgendwie... Irgendeinen Twist wird's da sicherlich noch geben. Sonst wär's ja langweilig, ein Horrorspiel ohne Twist. Deswegen... Hm. Mal sehen. Vielleicht bringt uns ja die nächste Person weiter. Ebene 2 und dann... Ah, toll. Ah, okay. Wir sind auf uns allein gestellt. Wir müssen auf Ebene 2 einfach finden, wo's da lang geht. Schade. Müssen wir vielleicht zusehen, dass wir möglichst, wenn Jimmy kommt, einmal kurz den Flur wechseln. Warte mal, in 2 kommen wir doch auch rein hier, ne? Hier über diese Ebene kommen wir doch auch auf 2. 2 ist ja auf. Versuchen wir mal, ob wir dadurch ein bisschen mehr Zeit gewinnen. Also... In die Richtung. Er rennt natürlich immer noch hier rum. Oh, oh, okay. Es war nur ein Lettersöffner. Es war Selbst-Defense. Schau! Oh, oh, ja. Hallo? Okay, wir versuchen näher zu gehen. Da rein. Im Vorratsraum. Okay, okay, wir sind in Kontakt, alles klar. Okay, es ist die Mutter von Jimmy und sie sagt, es ist mein Hotel. Dann müsste Harvey, ja ihr Mann gewesen sein, oder? Man shouting and child crying. Okay, wir können jetzt mal ein paar Sachen fragen. Jimmy was one step ahead. Oh, schade. Ich dachte, wir könnten sie mehr fragen. Ein Auto. Welche Ebene? Dann fragen wir sie gleich mal mehr. Okay, sie sieht aber ganz schön jung aus für Jimmys Mutter. Ground Floor, alles klar. Hoffen wir, dass wir hier sicher rauskommen, wenn er nicht direkt vor der Scheißtür steht. Warum ist es ihm eigentlich nicht möglich, im Treppenhaus oder auf der untersten Ebene zu sein? Ist Jimmy vielleicht auch ein Geist? Hm. Okay, gucken wir mal. Oh, ja. Oh, ja. Was ist das? Okay 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 Das ist schon unglaublich cool mit dem Licht gemacht Okay Versuchen wir mal die anderen Sachen erstmal Harvey being stabbed Okay, sie verteidigt immer noch Harvey ist durchgedreht, Jimmy hat sich nur verteidigt Versuchen wir mal das Ich wusste nie, was er wollte, aber es gab nur eine Sache, die ich ihm geben konnte Okay Was ist das? Entrance doors Okay Jimmy ist nach Hause gekommen Die Polizei hat verstanden, dass es Selbstverteidigung war, aber es hat ihn verändert Er hat angefangen, mir zu helfen, das Hotel beim Laufen zu halten Und er hat einen Weg gefunden, wie mehr Gäste ins Hotel kommen Okay Okay Kann man Jimmy was John Da können wir ihn nicht fragen Nee, wir müssen ihn nach Sie nach Ereignissen fragen Hat sie das denn mit dem Mädchen mit The Great Hugo Da müsste sie ja wissen, wer The Great Hugo ist Okay 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 Hugo war ein Zauberer und ein Unterhalter Er hat das Hotel gekauft Er hat das Hotel gekauft, um seine Bühnenshow zu präsentieren Er wurde berühmt Ich habe als seine Assistentin gearbeitet Und dann haben sich die Dinge entwickelt Okay, also ist Hugo Vielleicht Jimmys Vater Weil scheinbar ist ja die Mutter tot Amy at the bottom of the stairs Fragen wir mal Ich sah Amy liegen at the bottom of the stairs Was hat sie zu ihr? Aber ihre Sicht Wissen Sie ist runtergefallen Aber er hat Jimmy die Schuld gegeben Aber es war die Schuld des Mädchens Nicht Jimmy Amy at the top of the stairs Okay Okay Wir könnten mal wirklich alles so durchprobieren Was sie dazu sagt Also sie war ein Gast im Hotel Das ist mal interessant jetzt Hat er nicht Das Mädchen hat gelogen Jimmy klaut keine Sachen Das ist interessant Okay Sie hat die Puppe verbrannt Sie war ungewöhnlich Ja, sie war anders Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich könnte alles gewesen sein Sie war ein seltsames Mädchen Weiß ich nicht Ich sah einen Mann Dr. Bose Dr. Bose Er kamen Jimmy zu helfen Ich sah einen Dr. Bose ein totes Tier Auf einem Körner Was hat sie passiert? Ich habe gesagt Jimmy hat das Tier getötet Aber ich glaube nicht Aber er hat gesagt Jimmy hat das Tier getötet Aber ich glaubte ihm nicht Okay Sie ist auf jeden Fall Volle Kanne Auf Jimmys Seite Ich gehe jetzt einmal Komplett hier durch Weil ich einmal Alles Alles ausprobieren will Dr. Bose hat versucht Jimmy Sachen zu tun Die er nicht tun wollte Ich sah die kleine Mädchen auf den Städten Auf der Bannister Was war sie denn? Ich weiß nicht Ich wusste nicht Ich wusste nicht viel über sie Ich sah nicht viel über sie gewusst Ich sah Dr. Bose Blut auszutzen Was hat sich passiert? Er hat sich geschnitten Und dann hat er versucht Jimmy die Schuld zu geben Er hat sich selbst gemacht Es war nicht Jimmys Schuld Er hat versucht Jimmy zu betäuben oder zu indizieren Aber ohne seine Erlaubnis Er machte sich Sorgen über seine Zulassung oder was? Aber ich habe ihm entschlossen ihm noch eine Chance zu geben Er hat mit Jimmy geredet Er hat versucht die Kontrolle über ihn zu gelangen versucht dass er böse Dinge tut Ich hätte ihm niemals vertrauen sollen Sie haben versucht ihn zu verhaften Er hat alles verdient Was mit ihm passiert ist Ich sah Dr. Bose eine Röpe um seinen Nack Er hat sich getötet Warum? Weil er wusste er sei schuldig Er hat das richtige Er wusste dass er schuldig war Er hat das richtige getan Ich sah einen Mann sagen Jimmy hat lief über den Verhandlung Wer war er? Es war Harvey Er hat nicht geglaubt was Jimmy gesagt hat über den Doktor aber ich wusste dass er lügt Ich sah Harvey schreit er sagte Jimmy zu dass er lief hat er lief Hat er? Nein Wie kann Jimmy so etwas tun was nicht wahr ist Harvey lag falsch und hat Jimmy nur geärgert Ich sah Harvey in einem elektrischen Schock Was ist passiert? Harvey schlugt Jimmy Der Heizstoff war faulty Harvey hat ihn weggebracht Harvey Harvey hat Jimmy die Schuld gegeben aber der Heizstrahler war kaputt Harvey hätte es wegschmeißen müssen Er hat Jimmys Sachen kaputt gemacht er konnte seine Wut nicht beherrschen Also die Mutter ist immer noch auf Jimmys Seite Ich sah Harvey Interessant werden hier Was ist passiert? Harvey hat gesagt Jimmy hat ihn mit einer Armbrust beschossen aber ich wusste Jimmy brauchte keine Waffe wie diese Ich sah Harvey locken Jimmy in dem Basement Was ist passiert? Feuer sagt Ich weiß nicht was er gemacht hat Ich sah ein Feuer in dem Basement Was ist passiert mit dem Hotel? Harvey schlugt Jimmy aber es war ein hohes Feuer das Feuer das Feuer Es war ein Ackzident Okay Harvey hat Jimmy die Schuld gegeben für das Feuer im Hotel aber es war ein es war ein beschädigtes Kabel das das Feuer das Feuer gefangen hat es war ein Unfall Ich weiß nicht wo die wo die Waffe herkam aber Harvey sollte keine Waffe in dem Hotel haben Okay damit haben wir alles das haben wir auch Hm Okay Bring more guests Okay Jetzt müssen wir rausfinden wie er denn mehr Gäste kriegen sollte Wir können ihn natürlich auch finden aber ich vermute es hat was mit dieser Show zu tun Jimmy's Comedy Act Okay Heizstrahler Wir können hier mal Ich habe nicht gesagt Jimmy hat es gemacht aber ich kann mich nicht daran erinnern Goodbye note Jimmy hat es geschrieben Hm Why was there a washing line tied around a rolling pin I don't know anything about that Weiß ich nicht Okay Hier ist der Heizstrahler Markung Why is there an old heater marked dangerous Harvey put it away He said es war gefährlich Where was the crossbow from It was from a display Harvey used to have But I didn't like it being in the hotel Es war von einer Ausstellung oder irgendwie sowas ähm die Harvey gehörte aber ich wollte nicht dass es im Hotel war Was there a fire at the hotel? Yes But we caught it in time before it spread Ja es war ein Feuer im Hotel aber wir haben es wir haben es unter Kontrolle gekriegt bevor es sich ausbreiten konnte Who does the gun belong to you? Harvey But it was kept in my bedroom Okay die Waffe gehörte Harvey aber war in ihrem Schlafzimmer platziert Interessant Ich muss nie Ich muss niesen wollte ich sagen Dankeschön Hm die alten Schlüssel Heizungsraum Waren die Schlüssel zum Heizungsraum und wir mussten die Tür ersetzen Das war ein Brieföffner Das war ein Geschenk von jemandem What were all the crickets and baseball bats for? Cricket Ah Okay Die haben meinem Ehemann gehört als er ein Lehrer war Wenn aber ihr Mann ein Lehrer war dann war er kein Zauberer Es sei denn sie hatte eine Affäre mit dem Zauberer Mir fällt gerade auf dass ich vielleicht viel eher schon mal hätte die anderen Sachen mal ausprobieren müssen Meine Okay Ich wollte weggehen aber ich hatte niemals eine Chance Schmerz Es gehörte zu einem Satz von Waffen die wir hatten aber es ist irgendwie verloren Wem gehörte der Ring Okay Jemand hat mir ein Angebot gemacht das ich nicht ablehnen könnte Ich versuch's mit dem Zauberer Gleich Aha Jimmy hat immer Draht mit sich rumgeschlägt weil er gerne mit Elektronik rumgespielt hat How did those mirrors get broken? Jimmy broke them Jimmy hat sie kaputt gemacht Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? I don't know anything about that I found a bottle of turpentine and a lighter What were they for? I don't know They belong to Harvey Sie haben Harvey gehört Where did the wooden paddle come from? Das wissen wir nicht mehr It belongs to my husband Hat mein Mann gehört Okay Okay Who did the chef's hat belong to? Our chef used to wear it Ja, unser Koch hat's getragen Who did the Charles purse belong to? It belongs to the little girl Alles nichts Neues Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Harvey must have put them there 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 Where did the bottle of Diazepam come from? It belongs to Dr. Bose Dr. Bose Auch klar Pokale Das wäre noch interessant I found some Trophies Who won them? Jimmy bought them Jimmy hat sie gekauft damit es so aussieht dass er Preise gewonnen hätte Okay Und die Zeichnung Jimmy hat Bilder über den Krieg gemalt Er war so wie die meisten Kinder Hm Okay Was ich auf jeden Fall kombinieren will Den Ring mit dem Zauberer Mit dem Zauberer Wo ist der Zauberer? When you said things developed with Hugo Is that connected to the wedding ring? Yes We were married We were happy at first Before things started to change Okay Okay Wir waren verheiratet Aber dann haben sich die Dinge verändert Okay Ich wusste nicht was er wollte Das war nur eine Sache Die ich ihm geben könnte Vielleicht auch der Zauberer Können wir nicht kombinieren Können wir nicht mit Hugo kombinieren Okay Was war das? Das können wir auf jeden Fall mit der Zauberer Also ich glaube mit der Mit das Mit Hugo Punch kombinieren Mal gucken ob es richtig ist When you said Jimmy found a way of bringing in more guests Is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Hallo? Absturz? Ach das war es jetzt schon In contact with Rose Nicht? Is it Rose? Yes I'm Rose Ich glaube wer waren gerade Ich glaube das war ein Bug Okay Ich glaube das war ein Bug Also Nochmal Mit der Hugo Punch poster When you said Jimmy found a way of bringing in more guests Is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Yes That was Jimmy's dayjacked Jimmy's Bühnenshow Er war ein Comedy Mensch Okay Die Leute sind nur gekommen um ihn zu sehen Sehr interessant Sehr interessant Okay Ich habe jetzt nicht gesehen wo wir jetzt nächstes hin müssen Aber wahrscheinlich zur Bühne Das Ding dreht sich aber noch Is anyone there? Ich höre noch Stimmen Ich höre noch Stimmen Ah ja Direkt weiter hier Ich will jetzt die Show sehen Ladies and gentlemen Du hast Rose gesehen In einer der Eingangstüren Okay Is it Rose? Yes Yes Mal sehen Mal sehen was sie dann I saw you announcing Hugo Punch onto the stage I was enjoying it We were making money again Everything seemed to be getting better until Jimmy started behaving oddly I heard him shouting Staring at himself He seemed angry Okay Ich habe schon eine Idee Ich habe es genossen Wir haben wieder Geld gemacht Dann fing Jimmy an sich komisch zu benehmen Ich habe ihn schrallen gehört Und Er hat sich selbst angestarrt Und er wirkte wütend Ich glaube das hat was mit den kaputten Spiegeln zu tun Weil sie sagte ja Jimmy hat sie zerbrochen Mann Ich komme mir überhaupt nicht klar mit dem Umswitch Menü Warte mal Wo müssen wir rein? Hier in die Da sind die Die Spiegel Da Was sie gesagt hat About Jimmy staring at himself And becoming angry Is that connected To what you said About the broken mirrors? Breaking the mirrors was just the start Oh Okay Ich muss schon wieder diesen Danke Keine Ahnung was heute los ist Okay Sie sagte Dass er die Ziegel Die Ziegel Die Spiegel zerbrochen hat War nur der Anfang Er konnte sich nicht daran erinnern Dass er es getan hat Dann fingen andere Dinge an Zu passieren Okay Vielleicht doch Irgendwie Gespaltene Persönlichkeit Oder so Jimmy Hm Hm Gut möglich Gut Okay Ähm Ich guck mal eben Wo wir jetzt als nächstes hin müssen Das Jetzt haben wir ja quasi Die Doppelgeist Erscheinung Aber ich vermute Jetzt werden wir wieder Irgendwo nach oben Gescheucht Ich geh nochmal In den Spiegel gucken Haha Es ist Spiegel hier Spiegel da Und ähm Dann war's das schon wieder Für diese Folge Denn dann machen wir In der nächsten Folge weiter Ebene Nummer 3 Okay Da wird ja hoffentlich Nicht so viel los sein Alles klar Finden wir mehr Über Rose raus Aber das Ganze In der nächsten Folge Und ich würde mich freuen Wenn ihr auch dann Wieder dabei seid Und bedanke mich Ganz recht herzlich dafür Dass ihr auch hier Wieder dabei seid Und mal gucken Ob wir Rose Geheimnis lösen werden Und das Geheimnis Ähm Dieses Ganzen Hotels Wir haben ja heute Eine Menge erfahren Ich sollte wirklich öfters Die Geister nach den anderen Dingen Befragt haben Das wäre wahrscheinlich Hilfreich gewesen Noch mehr Zu der Story zu erfahren Aber irgendwie Habe ich da überhaupt Nicht dran gedacht Auch andere Sachen zu fragen Okay Wie auch immer Nächstes Mal geht's weiter Haut rein Ciao Hey ich bin Joey Also herzlich willkommen Zurück Zu At Dead of Night Wir sind jetzt bei 81% Vielleicht schaffen wir es In dieser Folge Vielleicht machen wir die Ein bisschen länger Ich bin schon gespannt Wie es weiter geht Und wir haben in der letzten Folge Rose kennengelernt Die Mutter von Harvey Die anscheinend mit diesem Komischen Magier verheiratet war Wir haben herausgefunden Dass Ne nicht die Mutter von Harvey Die Mutter von Jimmy Und wir haben herausgefunden Dass Jimmy diese Show hat Diese komische Und müssen jetzt als nächstes Auf Ebene 3 Und haben dann halt Rausgefunden Was so passiert ist Mit der Show Und so Muss ich euch ja nicht sagen Nur nochmal Kleine Einleitung Zur letzten Folge Und wir müssen jetzt Auf jeden Fall Auf Ebene 3 Und müssen gucken Ob wir da noch mehr rausfinden Und ich hoffe Jimmy ist jetzt nicht Noch aggressiver Im dritten Teil Wir hatten ja das Glück Dass wir bisher So viel Jetzt in der untersten Ebene Rumrennen konnten Ohne großartig Probleme zu haben Was ist denn heute los Mit der Sprache Mein Gott Ich hoffe einfach Dass der jetzt Nicht da oben rumrennt Und dass wir In Ruhe Unsere Story Weiter machen Gut Rechts links Ach guck mal Kompass Wissen wir schon mal Wo der ist Und der Ehering Hier nochmal reingucken Kann sich ja immer Okay Kann sich ja immer lohnen Oh nein Jimmy ist schon wieder da Okay hier passiert auch nichts Aber es war doch hier oder Ja wir brauchen erst das Ereignis Ich guck nochmal Ich guck nochmal Ob der Spiegel wirklich dritte Ebene gesagt hat Aber ich bin mir ziemlich sicher T Radio 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 Okay Beim Radio War da ein Radio Ich hab zumindest ein Radio gehört Aber ich weiß nicht wo das Radio war Ich höre es ja Da würde ich gar nicht rein Hier ist kein Radio Ist ja wahrscheinlich doch wer da hinten Ist hier irgendwo Scheiße Wir gehen einmal kurz runter Nur um dann wieder hoch zu gehen Das ist echt beschissen Wir machen jetzt einen kleinen Wir machen jetzt einen kleinen Rundgang Wir gehen jetzt runter In den Ground Gehen dann hoch zu 2 Und fahren dann mit dem Fahrstuhl Wieder in 3 Wenn ihn das nicht verwirrt Dann weiß ich auch nicht Also wir müssen links Das Radio war links Das war ein bisschen verwirrend Wir hätten wahrscheinlich einfach direkt Dem Radio Geräusch folgen müssen So Go up Wir können auch in 1 gehen Ist vielleicht auch okay Wenn wir erst ein bisschen in 1 rumrennen In 1 können wir nicht hoch Haben wir nur 2 aufgeschlossen? Ich dachte ich wäre aufgeschlossener gewesen Naja egal Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen reingehen So Ein bisschen gucken Wieder zurück In die Richtung Wie wechselt ihr eigentlich die Flure? Und wehe Der rennt immer noch in 3 rum Der rennt immer noch in 5 rumrennen Dien Da ist es. Die scheiß Puppen. Okay. Du hast Rose gesehen, die viele Puppen gefunden hat. Viele Püppis. Ich hoffe, er sieht uns hier nicht. Okay, wir können nicht raus, wenn er da drin ist. Wie können wir ihn denn dann im Raum einsperren? Oh, es ist aber big. Ich hoffe, er ist jetzt weg. Hier müssen wir nicht gucken, ne? Ist es Rose? Okay, wir sind nicht nah genug dran. Vielleicht im Raum? Ist es Rose? Na, wir müssen wahrscheinlich raus in den Flur. Wo ist unser Kompass? Jetzt kriegt er es wahrscheinlich wieder. Wir können nicht aus dem Ballzimmer raus, wenn er im Raum ist. Der wird die ganze Zeit wieder da rumrennen. Ach, ich... Scheiße, ey. Ich muss aber weiter in den Gang rein, um Kontakt mit dem Geist aufzunehmen. Geist aufzunehmen. Rechts im Raum. 304. Hallo? Hallo? Ist es Rose? Ja, ich bin Rose. Okay, fragen wir ihr mal nach den Puppen. Ich habe dich standen in einem Korridor full of Mannequins. Wer hat sie da? Jimmy. Er hat uns nicht verstehen, dass er zuerst war. Er war verurteilt. Aber dann habe ich herausgefunden, Jimmy war nicht derjenige, die diese Dinge zu tun. Wie die Schrauben. Er hat sich angefangen, zu fracturieren. Jimmy war nicht mehr in Kontrolle. Okay. Jimmy hat die Dahl-Sachen nicht getan. Oh, vielleicht dieser Hugo. Die Kunstfigur, die er... Okay, das war der Saal. Da müssen wir wahrscheinlich wieder nach unten. Wie ist denn jetzt Harry doesn't have an answer? Rose finding lots of Mannequins. Rose said. Verrückt. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Wir sind doch falsch hier. Nein, ich will nicht... Ich will da lang. Scheiße, das hatten wir doch schon mal. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen verbuggt, weil wir gerade nicht mal die Antwort sehen konnten. Da stand Harry didn't have an answer. Geh weiter. Manchmal kriegt er uns hier auch. Mal relativ dumm. Manchmal... Nutzen wir mal den Spiegel. Manchmal sieht er uns ja direkt in den Raum gehen und kriegt uns trotzdem nicht. Ja. Also ich glaube, dass Jimmy und äh... Ja, Ground Floor. Wir müssen in diesen Saal wieder... Dass Jimmy eine gespaltene Persönlichkeit... Warte mal, wir können das doch hier in den Antworten lesen. Ach, jetzt geht Rose said. Guck mal hier, Rose said. Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich war verwirrt. Aber dann wurde mir klar, dass Jimmy nicht derjenige war, der diese Sachen getan hat. So wie mit den Spiegeln. Er hat angefangen, sich zu teilen. Jimmy war nicht mehr unter Kontrolle. Also ist, denke ich mal, ähm... Seine... Hugo Punch ist, glaube ich, seine... Seine andere, äh... Seine andere Identität. Glaube ich zumindest. Also es würde Sinn ergeben. So, ich muss jetzt nur noch wissen, wie ich wieder da rauskomme. Ich glaube hier lang. Da ist der Ende. Ach, Mann, ey. Dieses 303 zu. Krass, ey. Dunkler Raum, dunkler Raum. Das hatte ich auch noch nicht. Versteckt im dunklen Raum. Wenn er jetzt die ganze Zeit im Eingang rumhält, dann kommen wir ja nicht mal weg. Das ist ja das Problem. Wie sogar dunkler wird, wenn er die Tür wieder zumacht. Nicer Scheiß. Die haben alles bedacht. Das Problem, ich verliere immer noch die Orientierung. Ich weiß nicht, wie ich wieder zum Hauptteil rauskomme. Und das Problem ist, ich werde dann wieder den Kompass verlieren. Ich glaube, wir müssen nach da, in die Richtung, wenn wir rausgehen. Ich versuch's einfach mal. Nee, ist falsch. Die Richtung. Bitte lasst es funktionieren. Bitte, 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 bitte. Ja. Genau. Einfach nur so geil. Wie das immer so ganz knapp ist. Wie man es dann doch noch schaffen kann. Ah. Ah. Das war jetzt aber auch gewagt. Gewagt war das. So. Okay. Ich tippe auf gespaltene Persönlichkeit. Ja. Der Klassiker. The Shining. So. Wir müssen wieder in den Ballroom. Habe ich den Kompass denn? Ich habe den Kompass, aber es wird mir nicht angezeigt. Jetzt wird es mir angezeigt. Hier? Oh Gott. Es ist nur seine Comedy-Routine. Es ist seine Art von Humor. Oh, ich bin sorry, wenn du dich verflogen hast. Entschuldige mich. Okay, es gehört nur zu seiner Comedy-Show. Es ist seine Art von Humor. Es tut mir leid, dass sie beleidigt waren. Es ist eine Art von Humor. Es war nicht mehr Jimmy, der auf der Bühne war. Es war Hugo Punch. Er hat angefangen, sein Publikum zu beleidigen. Jede Nacht, glaube ich. Dann eine Nacht nach der Show hat ein Gast Jimmy gesagt, was er von ihm geheilt. Er hat die Beherrschung verloren und hat etwas Dummes getan. Er hat etwas Dummes getan. Okay, was hat er wohl Dummes getan? Was hat er wohl Dummes getan? Können wir das vielleicht damit kombinieren? Nee, können wir nicht. Können wir das... Was Dummes hat er getan? Was hat Jimmy denn Dummes getan? Was haben wir denn noch offen? Was haben wir denn noch? Goodbye Note? Wollte er sich umbringen vielleicht? Weiter wird er sich umbringen. Weiter wird er sich umbringen. Weiter wird er sich umbringen. Kann ich nicht. Ja, könnte jetzt alles sein, ne? Was gehört zu Jimmy denn? Vielleicht den Dagger? Nein, hatten wir ja eigentlich auch schon. Genauso wie das Schwert. Hat das nichts zu tun mit dem, was du gesagt hast über den Dagger? Okay. We are losing it. Was hatten wir denn noch nicht? Welche Gegenstände hatten wir denn generell noch nicht? Den Draht? Justin? Wenn du gesagt hast, Jimmy verloren hat und etwas dumm gemacht hat, ist das mit dem, was du gesagt hast über den Feuerwehr? Hm. Ich habe ihn in eine Runde und sie zusammengezogen. Ich wusste was, was er zu tun hat. Ich habe ihn gefunden und verletzte sie weg. Jimmy sagte, es war eine Schmerz. Sie hat nicht geholfen lassen, aber sie hat die Journalisten geholfen. Okay. Telefon? Jimmy hat die Frau, die sich beschwert hat, in einem Raum eingesperrt und sie festgebunden. Ich habe sie gefunden und habe sie freigelassen. Sie wird uns nicht verklagen, aber sie hat es der Zeitung gesagt. Die Telefon? Die Telefon? Okay. Die Tür? 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 Die Tür das? Journalisten haben an der Tür geklopft. Sie wollten Jimmy, aber es war Hugo Punch, der die Frau gefesselt hatte. Jimmy konnte sich nicht mehr kontrollieren. Er war depressiv. Er wollte einfach nur alles hinter sich lassen und gehen. Okay, vielleicht die Koffer. Entweder die Koffer oder da diese Abschiedsnotes. Vielleicht wollte er sich doch umbringen. Aber wir versuchen erst mal die Koffer. Okay, dann ist es wahrscheinlich eher... Nein, es ist wahrscheinlich eher die Note und das. When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, is that connected to the goodbye Note? Jimmy hated what he'd done. He'd been fighting Hugo Punch all his life. It was inside him, making him do all those bad things. Jimmy didn't want to live anymore. Okay. Ebene 2, Badewanne. Rose sagte, Jimmy hat gegen Hugo Punch sein ganzes Leben gekämpft. Jimmy wollte nicht mehr leben. Okay, was ich mir jetzt gerade frage... Vielleicht hat diese Zeichnungen auch Hugo Punch gemalt. Little Jimmy. Also Jimmy als Kind, als Jimmy noch kleiner war, wahrscheinlich. Andere Zeit. Deswegen glaube ich, dass Jimmy auch tot ist. Und das ist ein Geist, der uns die ganze Zeit auf den Schädel haut. Jimmy wollte sein Geheimnis, dass niemand sein Geheimnis erfährt. Sein Geheimnis ist also... Wenn wir schon mal hier sind, gucke ich nochmal in den Spiegel. Sein Geheimnis ist also, dass er eine zweite Identität hat. Eine gespaltene Persönlichkeit. Hm. Okay. Gut. Zweite Ebene heißt wieder viel Jimmy-Stress. Deswegen gucke ich mal, wo wir genau hin müssen. Ob wir hier nochmal einen genaueren Hinweis kriegen. Denn ich möchte jetzt nicht die halbe Folge einfach... Oder Ebene 2. Ich möchte eigentlich nicht die halbe Folge... Obwohl Ebene 2 können wir wieder durch den Flur latschen. Da brauchen wir nicht... ...den Aufzug nehmen. Ich möchte nämlich nicht die halbe Folge nach dem Kompass suchen, ehrlich gesagt. Deswegen machen wir das jetzt so. Mal sehen. Ob wir Glück haben. Okay, da hinten ist es. 223. Das ist doch Hugos Raum, oder? Äh, Jimmys Raum. Dann würde ich auch wieder sagen, Badezimmer. Hier ist aber Dings... Nichts. Oh! Oh Gott! Oh, was ne Scheiße! Jimmy, bitte! Bitte! Jimmy! Was hat Jimmy nur getan? Okay. Ja, Jimmy wollte sich wahrscheinlich in der Badewanne umbringen. Ah, okay. Es war Jimmy. Im Bad. Er hat versucht, sich umzubringen. Deswegen musste ich ihm die Wahrheit sagen. Die Wahrheit. Okay, was könnte die Wahrheit sein? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Bei seiner Brutalität? Wenn du gesagt hast, du hattest Jimmy die Wahrheit erzählen, hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über die violente Bildung? Mensch, shouting and crying. Child crying. Können wir auch sowas kombinieren? Können wir nicht kombinieren. Nur Gegenstände. Nur Gegenstände. Vielleicht nochmal Hugo Punch? Wenn du gesagt hast, du hattest Jimmy die Wahrheit erzählen, ist das mit dem, was du gesagt hast, über die Hugo Punch-Poster? Wir verlieren sie. Wir verlieren sie. Wir verlieren sie. Wenn du gesagt hast, du hattest Jimmy die Wahrheit erzählen, ist das mit dem, was du gesagt hast, über die wooden Paddel? Falsch, 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 falsch. Was könnte die Wahrheit sein? Wenn du gesagt hast, du hattest Jimmy die Wahrheit erzählen, hat das überhaupt nichts mit dem, was du gesagt hast, über die Trophäe? Weil das überhaupt keinen Sinn ergibt. Spirit ist zu entfernt, try to move closer. Ist jemand da? Wir gucken nochmal, was wir... Was der Spiegel uns sagt. Ob er überhaupt was sagt. 305, okay. Ein neuer Raum. Ein neuer Raum. Scheint ja noch nicht hier zu sein. Dann gehen wir mal in 305. Vielleicht brauchen wir erst etwas, was wir da finden. Aber eigentlich haben wir doch alles abgesucht, meine ich. Hm, 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 okay. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder runter. In Jimmys Raum. 301 bis 307. Das heißt, hier müssen wir nachgucken. Was sind wir denn hier? Da steht nichts drauf. Ach, hier sind wir wieder in diesem Dead End. 307. Dann müssen wir in diesen... 302. Hier irgendwo. 304. 303. 305. Habe ich den hier noch nicht abgesucht, den Raum? Boah, das ist ein Babyspielzeug gefunden. Okay. Das heißt, das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen, um den Geist zu antworten. Aber Jimmy ist natürlich wieder auf dieser Ebene. Super geil. Vielleicht war das einer der dunklen Räume vorher. Ich höre nichts. Ist doch falsch hier. Okay, das schaffen wir aber. Wieder auf 2. Und dann 223. 223. Es fehlte einfach der Gegenstand. 217 bis 223 in die Ecke. Das war hier rein, ne? Ne, das war es nicht. Wo war 223? Da hinten. Hier war es. Okay. Is anyone there? I can hear you. Is it Rose? Yes. I'm Rose. So, wir sind in Kontakt. Dann muss dieses Babyspielzeug sein. Warte mal, wir fragen sie erstmal nach dem... Nach dem Babyspielzeug. Müssen wir ja eh machen. Wer hat das Babys Rassel gehören? Es war fürs Baby? Ich hab's in meinem, ähm, Nachtischschrank bewahrt. Okay. When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? Hä? Okay, das ist... Jetzt brauch ich einen weiteren Hinweis. I had to tell him the truth. Ich hab's in meinem, ähm, die truth. In Kontakt mit Rose, immer noch. So, wir müssen uns erst wegbewegen. Hinweis, Hinweis. Baby-Rasse, ja. Aber Baby-Rasse ist falsch. Warte, ich habe eine Idee. Wir hatten ja gerade, oder war das letzte Folge, hatten wir diesen Bug, für mich war das gerade, hatten wir diesen Bug, dass wir hängen geblieben sind. Vielleicht haben wir da eine Kombination gemacht, die wir nicht hätten machen dürfen. Und zwar war das bei diesem Magier und dem Ring. Die Wahrheit, dass sie sich verlobt hätte und eigentlich abhauen wollte. Warte, wir müssen erst wieder Connection herstellen. Ist es Rose? Können wir das denn nochmal kombinieren? Wir können sie tatsächlich nochmal fragen. Wenn du gesagt hast, Dinge mit Hugo zu entwickeln, ist das mit dem Wettbewerb? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nein, warte mal. Warte mal. Hugo was a magician entertainer. He bought the hotel to promote... Er hieß auch Hugo. Hugo. Er worked. And things developed. Warum passt das denn dann nicht zu dieser Kinder? Oh, warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Das ist schon richtig, aber in Kombination mit dieser Geschichte. The Rattle. Only one thing I could give him. I never knew what he wanted. There was only one thing I could give him. The Rattle. You said there was only one thing you could give Hugo. Does that have something to do with the baby's rattle? I thought having a child would solve everything. I was wrong. I was wrong. Hat das mit den Schlägen zu tun? Die Wahrheit. Vielleicht jetzt mit der Rattle kombinieren? When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? Jetzt hängen wir wieder fest hier scheinbar. Ich verstehe das nicht. Entweder ist es verbuggt oder ich bin zu dumm für das Spiel. Das ist jetzt wieder was anderes. Das ist bei der Maske. Welche Ebene? Wo ist die Maske? Ist die auf dieser Ebene? Ist die auf dieser Ebene? It's just soon to see you as the mirror again. Oder war die auf Ebene 2? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe diese Maske schon mal gesehen. Ich habe diese Maske schon mal gesehen. Scheinbar müssen wir jetzt erst ein anderes Rätsel lösen, bevor es hier weiter geht. Das ist jetzt ein bisschen verzwickt alles. Ich höre seine Schritte. Das ist so geil, wie er da so hinkommt. Ich gucke nochmal rein. Vielleicht geht es ja jetzt. Ach, da waren die... Das war es unten. Unten im Ground Floor, oder? Das ist im Ground Floor. Oh, da waren zwei Türe von dem Fahrstuhl. Kann das sein, dass es im Ground Floor war? Ich muss einfach in den Ground Floor, um nochmal... Ich glaube, wir müssen nach links, oder? Ah, wie soll man das denn machen? Ich weiß es doch nicht. Jetzt fehlt mir bestimmt wieder der Kompass. Der Kompass fehlt. Aber ich glaube, ganz oben war ein Kompass. Ich glaube, ganz oben war ein Kompass. Ich hasse das. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber ich würde sagen, das war unten irgendwo. Das war bei den Fahrstühlen unten. Trotzdem brauchen wir jetzt einen Kompass. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch nochmal hier die Schränke durchsuchen. Vielleicht haben wir ja Glück. Raum 105. Wir sind aber Raum 123. Ja, immerhin. Der steht gleich eh wieder hinter der Ecke. Ich weiß nicht, ob rechts oder links. Okay, hängt da oben. Die sind schon wieder falsch. Mann, ey. Komm, klatsch mir eins über den Kopf. Wir brauchen noch den Empfänger. Wir brauchen noch das Ding. Geist den Spirits Voice Receiver. Das ist so geil. Ich gehe erstmal runter und dann gehe ich in drei. Weil ich glaube, dass hier das nächste Ereignis ist. Obwohl, dann brauche ich den Kompass, ne? Brauche ich dann den Kompass? Ich will nur gucken, ob da die Maske steht. Da steht die Maske. Das ist hier. You need to find the Kompass. So, das heißt... Oh doch, wir sind doch richtig. Eigentlich. 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 Eigentlich müsste er noch hier richtig sein. Wir brauchen erst einen Kompass. Den gab es definitiv in drei irgendwo. Okay. Okay. Das ist ja ein Schlüssel, der da runtergeworfen wurde. Okay. Was war das jetzt schon wieder für eine Vision? Ein Schlüssel zu einem geheimen Raum? Basement Store. Okay. You need to find the Kompass. Machen wir das mal eben. You noted shouting and falling. Okay. Das können wir natürlich dann da oben fragen. Ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel war. Äh, der Kompass war. Ich habe so eine Vermutung. Ich hoffe nur, er rennt nicht auf drei rum. Ich glaube, wir können hier rein und dann hier und dann in einem der Zimmer. Ich glaube, das rechte. Hier war der Kompass drin. Rein und raus in fünf Minuten. Sekunden. Da, Kompass. Siehst du? Und jetzt raus hier. Ich hoffe mal, so schnell wird er nicht hier auf der Ebene sein, oder? Okay, wenn er in diesem Zwischending ist, dann kann man ganz schnell vorbei rennen. Das ist gut zu wissen. Ganz schnell kann man dann vorbei rennen. Schlüssel zum Keller. Vielleicht müssen wir da erst was anderes finden, bevor wir die Fragen auf 223 lösen können. Das ist ja dann dieser Schlüssel hier. Das, denke ich mal, ne? Basement Store Room Key. Ich dachte, das wäre der. Basement Store Room Key. Warum können wir den nicht aufmachen? Aber dies ist es auch nicht, ne? That's the wrong key. Warum geht der hier nicht? Weil es ist ein anderer. Ist ja eigentlich Basement. Ist ja der Keller. Das ist ja der Keller. Das ist ja der Keller. Ah, vielleicht müssen wir erst den Geist befragen in 203. 223. 223, nicht 203. Zu diesem Ereignis, was wir gesehen haben. Und dann in den Keller. Kann natürlich sein. Das heißt, Jimmy wird wieder uns auf den Pferden sein und uns nerven. So, 223. War hier irgendwo. Versuchen wir es nochmal. Wir haben ja eine neue Erfahrung, die wir hier fragen können. Ist jemand da? Hallo? Hallo? Ist es Rose? Ja, ich bin Rose. Mir ist kalt. Ist kalt. Okay, Rose. Dann sag mir mal, ob du mir was sagen kannst zu dem Elevator. Hugo war ein brutaler, böser, kranker Mann. Können wir das mit dem Schlüssel? Den können wir nicht kombinieren. Vielleicht mit den Zeichnungen? Oder hiermit? Jimmy ist Hugos' Son. Ist das etwas zu tun mit dem Baby-Rattel? Jimmy ist Hugos' Son. Das ist jetzt so verwirrend, weil das... zwei Hugos sind. Was haben wir denn noch offen? Die Zeichnungen. Du sagst, Jimmy ist Hugos' Son. Ist das etwas zu tun mit dem, was du gesagt hast, über diese violenden Bilder? Hugo war ein wilder, kranker Mann. Hugo? Jimmy ist Hugos' Son. Vielleicht damit? Willst du den Ring nochmal kopieren? Du sagst, Jimmy ist Hugos' Son. Ist das mit dem Wettbewerb? Okay, ich brauche einen Hinweis. Ich gucke mir noch mal den Spiegel an und gucke, was wir für einen Hinweis haben. Der Raum im Keller. Was? Der Raum im Keller? Der Raum im Keller? Vielleicht müssen wir da noch was finden? Ist es Rose? Vielleicht der Paddel hier. Paddel mit Violent Sick Man. Du sagst, Jimmy ist Hugos' Son. Ist das mit dem, was du gesagt hast, über das woodpaddel? Ich weiß nicht, was ich daran denke. Was könnte die Lösung sein? Das hatten wir jetzt auch. Ich glaube, von den Gegenständen haben wir alles. Ach, deswegen wollte sie vielleicht abhauen. Deswegen wollte ich, glaube ich, die Koffer haben wir noch nicht. Weil sie abhauen wollte. Warte. Auch falsch. Das ist doch alles logisch, was ich frage. Du sagst, Jimmy ist Hugos' Son. Ist das etwas mit diesen rustischen Kallen zu tun? Was könnte die Lösung sein? Wir sollen ja eigentlich in den Keller gehen. Ich dachte, wir finden da was. Aber ich konnte den ja nicht aufschließen. Pokale könnte ich jetzt... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die Pokale schon mal benutzt haben. Du sagst, Jimmy ist Hugos' Son. Das ist wahrscheinlich auch Quatsch. Hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über die Trophäe? Hm. Weg ist der Geist. Versuche ich noch mal in den Keller zu gehen. Den Scheiß kannst du sehen. Oh Gott. Jetzt ist er mal links, ey. Krass, krasser Scheiß. Das war ja dieser eine Kellerraum eigentlich, ne? Dieser... Der Kellerraum. Vielleicht können wir aber auch jetzt den Schlüssel hier benutzen. Ich weiß halt nicht, warum wir diesen... Warum wir die Scheiß-Tür nicht aufmachen können. Geht nicht. Funktioniert nicht. Der Hinweis war dieser Keller. Ach, hier. Hier ist... Ah, hier ist auch noch eine Tür. Natürlich. Ah. Ah. Ich Idiot. Door unlocked. Alles klar. Okay. Jimmy Halls Geburts... Zertifikat. Okay, okay. Dann haben wir das also gefunden. Du hast das Geburtszertifikat gefunden. Dann wird das die Lösung sein. Das wird dann die Lösung sein. Ja, gehen wir nochmal auf zwei. Ein letztes Mal, hoffentlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir noch ein paar Mal... Guck mal, die Stunde ist schon rum. Geht das Spiel doch länger, als ich dachte. Ich mach aber trotzdem ein bisschen länger. Ich kann gleich mal gucken, wie viel Prozent wir sind. Sobald wir im Raum sind. Sobald wir die Leben zu diesem Raum hinkommen. Ja, klar. Alles klar. Alles klar. Wäre auch zu einfach, wenn du mich mal in Ruhe lassen würdest. Ach, ich muss doch auf zwei. Ich muss doch genau dahin, wo du rumranntest. Wie können wir den austricksen mal? Ich denke mal, wir können das nur, indem ich jetzt nochmal in den Spiegel schaue. Und dann gehen wir einfach die Treppe oft hoch in zwei. Der Spiegel wird mir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Der wird wahrscheinlich auch wieder nur das Gleiche sagen. Dass wir in den Raum 2, 2, 3 gehen sollen, oder so. Vater. Ist ja witzig, dass der Vater... Ja, in 2. Alles klar. Dass der Vater... Und, ähm... Er halt beide Hugo heißen. Dass er sich nach seinem Vater benannt hat. Hugo Punch. Und der große Hugo. Oder hat er hier wieder abgeschlossen, die Sau? Der rennt jetzt einfach da rum. Der geht gar nicht mehr in ein anderes Stockwerk. Hat der überhaupt gar keinen Bock mehr drauf? Vielleicht müsste man erst in 3 oder so. Ich gehe trotzdem nochmal auf 2. Der kann ja nicht die ganze Zeit da rumrennen. Ich gehe auch um 4. Dann wäre das schon mehr ab, wenn wir haben... Und ich gehe immer in die Achse. Aber da können wir alle weg. Und er will auch nicht machen. Und die Sauber-Tüss. Und der dando bidet hat. Aber wir müssen jetzt eben auch immer auf! Die Sauber-Tüss. Und das mit dem Wasser-Toi. Und wenn wir Cooper-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi-Toi. Er hat mich scheinbar entdeckt. Jetzt kommt er. Ah, guck nur. Okay, alles klar. Ist jemand da? Dann jetzt die Frage nach dem Geburtszertifikat. Jimmy ist Hugos Son, in jeder Weise. In jeder... Okay, dann wird das sicherlich die Sache. Hugos Son, hat das etwas zu tun mit dem, was du gesagt hast, über Jimmy's Geburtszertifikat? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Was sollen wir denn hier kombinieren? Nächster Hinweis. Ja, okay. Das Zertifikat. Was könnte man noch für Sachen kombinieren? Vielleicht nochmal hier der große Hugo. Vielleicht müssen wir das mit dem... Vielleicht ist das der Hugo. Ist der große Hugo... Der große Hugo mit dem Geburtszertifikat? Wenn du gesagt hast, dass Dinge mit Hugo mit dem Geburtszertifikat entwickelt wurden, hat das etwas zu tun mit dem, was du gesagt hast, über Jimmy's Geburtszertifikat? Vielleicht. Können wir eigentlich auch Sachen mit Sachen kombinieren? Können wir nicht nur Events mit Sachen? Jimmy ist Hugos Son, in every way. Vielleicht doch die Zeichnungen. Zeichnungen. Was hat das Geburtszertifikat damit zu tun? Ich check einfach nicht, was wir damit kombinieren sollen. Oh, warte mal. Warte mal. Das vielleicht... Das Loch... Das Loch mit dem Geburtszertifikat. Du sagst, es war nur eine Sache, die du zu geben könntest. Das hat etwas zu tun, was du gesagt hast, über Jimmy's Bastard? Nee, das ist Quatsch. Ich bin jetzt echt so ein bisschen verzweifelt, weil es hat auf jeden Fall mit dem Geburtszertifikat zu tun, aber wir können... Starting and Falling Elevator... Nee, das war ja auch das Falsche, ne? Du sagst, Jimmy ist Hugos Son. Das hat etwas zu tun, was du gesagt hast, über Jimmy's Bastard-Zertifikat? Warte ein bisschen, bevor du versuchst, nochmal Kontakt aufzuh... Hm. Geburtszertifikat. Wir kommen ja sonst nicht weiter. Wir haben keinen nächsten Step. Father. Father steht in der Mitte. Vater. Hugo Hall ist der Vater. Hm. Ich guck mal eben, wie viel Prozent wir sind. 93 Prozent, okay. Ich will es einfach nicht einfallen. Ich überlege mal kurz nachzugucken. Ob ich irgendwas übersehen habe, weil ich habe immer noch Angst, wegen diesem einen Bug. Wegen diesem einen Bug. Haben wir denn sonst irgendwas noch nicht benutzt? Hier, die Koffer haben wir schon benutzt, das, die Paddels. Wir müssen ja das Geburtszertifikat mit einem Ereignis kombinieren. Das ist es aber nicht. Jimmy im Bathroom. Lots of Mannequins. Es steht ja immer Haar, bei dir den Händen. Vielleicht haben wir das schon. Haben wir das schon kombiniert? Die Mannequins? Ist es Rose? Ist es Rose? Ich würde ja nicht. Ich wünsche dir das noch nicht. Ich wünsche dir das noch nicht. Hier ist zumindest ein Spiegel. Raum 218 Ich dachte nicht, wir müssen einmal rausgehen hier Auch falsch Hier haben wir ein 2, 22 Und wieder ein 2, 22 Ach komm schon Müssen wir jetzt wirklich einmal irgendwo herlaufen, bevor wir hier reinkommen? Das ist doch nicht wahr, ey Okay, ich Ach guck mal hier DIP Soundtrack D Okay, QW Audio Loudness Reset Levels Andere Sprache hier Guck mal Okay, ich guck mal eben nach, was wir eigentlich da machen müssen Weil ich möchte eigentlich nicht diese Deadlock Situation haben, dass man immer hin und her rennt Ich guck jetzt kurz nach So, also die Lösung ist Wir müssen das nochmal kombinieren Jimmy im Bad Ich musste ihm die Wahrheit sagen Und die Wahrheit ist, dass Jimmy Hugos Sohn ist Wenn du gesagt hast, dass du Jimmy die Wahrheit erzählst Hat das etwas zu tun mit dem, was du gesagt hast, über Jimmy's Barschertifikat? Ich habe es alles für Jimmy Ich weiß nicht Jimmy hat sich nicht Hugo erinnern, er hat die Erinnerung ausgeschlossen Hugo hat Jimmy verletzt, seitdem er geboren wurde Hugo hat Jimmy nur geschlagen, seit zwei Jahren Und ich hätte Okay Was hat sie gesagt? Ich habe Jimmy alles erzählt Hugo hat Jimmy geschlagen, seit er geboren wurde Seit zwei Jahren Und dann, ich hoffe, ich hätte es besser früher gestoppt Okay Ich weiß nicht, warum das jetzt so schwer war Ich glaube, ich hatte irgendwie Tomaten auf dem Auge oder so Wir gucken mal, wo wir als nächstes hin müssen Ich habe es nicht erkannt, aber es sah wieder nach Keller aus oder so Lower Ground, ja, wieder Keller Okay Aber da Jimmy jetzt noch da rumrennt Oh, ich hasse es einfach Warten wir mal, bis er einmal da vorbeikommt Damit wir wieder raus können Ich höre jetzt nicht Okay Okay Lower Ground Also langsam haben wir es einigermaßen gut drin mit dem Jimmy, würde ich sagen Oh, das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Bitte Ich meine, es war der Oh, also Rose hat ein Original-Hogo umgebracht Du hast gesehen, wie Rose jemand mit dem Baseballschläger angegriffen hat Gucken wir mal hier Gucken wir mal hier Is it Rose? Yes I'm Rose I saw you with a wooden bat Attacking someone Who was it? Hugo I buried him down there in concrete In a secret room I should have done it sooner Okay Okay I let him abuse you for too long It was my fault, Jimmy turned out the way he did I thought the guilt would go away if I told Jimmy I was wrong It made it worse I couldn't accept what I'd done I couldn't live with myself Okay Ich habe Hugo im Keller im Beton eingegraben und beerdigt In einem geheimen Raum Ich, äh, habe ihn Jimmy zu lange misshandeln lassen Es war meine Schuld, dass Jimmy sich in das verwandelt hat, was er ist Ich dachte, die Schuld würde weggehen, wenn ich es Jimmy sagen würde Aber ich war lag falsch Es hat es noch schlimmer gemacht Ich konnte nicht akzeptieren, was ich getan habe Ich konnte nicht mit mir selbst leben Hm Also sie hat sich dann auch umgebracht Aber wie? Aber wie? Damit? Hatten wir das schon? Äh, okay Hm Mit dem Schwert vielleicht Pistole? Oh, oder sie ist doch abgehauen Nee, obwohl die Suitcase I want to go away But I never got a chance Vielleicht dann doch das hier Ich denke, wir brauchen dann noch einen Hinweis Ich brauche dann noch einen Hinweis Das heißt, wir müssen noch einmal in die Küche gehen Weil wir nur da den Spiegel benutzen können Glaube ich zumindest Hm Sie konnte nicht mit sich leben Klingt für mich auch wieder nach Selbstmord Aber wie? Oh, nein Hier oben haben wir ja auch noch einen Raum Ja, spannend Eigentlich müsste es ja jetzt so einfach sein Weil jetzt nicht mal viele Puzzleteile fehlen Aber irgendwie dann doch schwierig Wahrscheinlich zeige ich dir einfach nur auf dem Keller Wasser Lower Ground Das war irgendeine Flüssigkeit, die irgendwo drauf Irgendeine Flüssigkeit, die irgendwo drauf getropft wurde Aber was haben wir denn da? Haben wir eigentlich nur den Alkohol Oder das Terpentin Ist auch Flüssigkeit Das oder das Versuchen wir das mal Flüssigkeit irgendwo drauf Versuchen wir mal Ähm Alkohol Und Terpentin Was Beides keinen Sinn ergibt Keine Ahnung Oder doch auch Ertrinken Oder sowas Wahrscheinlich hier ist der geheime Raum Is someone there? I can hear you Is it Rose? Yes Ups So, das kombiniert mit Das When you said you couldn't live with yourself Does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? I don't know I don't know Damals, aber ich glaube nicht When you said you couldn't live with yourself Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? I had no choice Jimmy had gone to find Hugo's grave I was alone I knew what I should do Weil sie hat sich angezündet Ebene 2 Okay Rose sagte Jimmy ist losgegangen Um Hugus Grab zu finden Und sucht Hugus Grab Was sie natürlich nicht finden kann Weil Sie hat Eingemauert Ich war allein Ich Ich Weiß, was ich tun sollte Okay Ebene 2 Wir werden doch noch weiter durchs Hotel gescheucht Ist das das Geheimnis? Dass seine Mutter durch ihn quasi gestorben ist? Ich hoffe, er redet jetzt nicht noch auf 2 rum Mal sehen, wo uns der hinführt Der Kompass Klar Klar Klar, redet er direkt wieder hier rum Er muss einfach hier rumhängen Ach, das ist Arsch Er muss wieder direkt da Es ist so aggressiv Oh, ich weiß übrigens einen Trick Pass auf, pass auf Ich weiß einen Trick Das hat zumindest beim Kompass geklappt Pass auf Wir müssen in 3 So können wir Jimmy nach oben locken Aber haben einen sicheren Weg zu entkommen Wenn das meine Theorie stimmt Dann können wir den so aus dem 2. Stock locken Und das müsste wie folgt gehen Wir gehen in 3 Und dann gehen wir schnurstrack So schnell es geht Hier hinten in den Raum Da, wo wir den Kompass gefunden haben Einmal in den Raum reingehen Ich mach jetzt einfach genau das So, dann rein in den Raum Schublade durchsuchen Hier war eigentlich der Kompass drin Zurück gehen Direkt raus gehen Wir müssen jetzt was hören Man hört immer so ein Gerumpel Wenn Jimmy ankommt Jimmy stand eigentlich im Flur Okay, funktioniert nicht jedes Mal KI doch schlauer als ich Oh, doch Er war da Er war da Er ist auf 3 So klappt es auf jeden Fall So locken wir ihn auf 3 Und können aber trotzdem schnell genug wieder flüchten So Das heißt, jetzt kommen wir Hier lang Jetzt müsste er in die Richtung gehen Da haben wir jetzt Klönk, klönk geholt Und er ist wieder unten Okay, wir sind richtig Umdrehen Oh Gott Scheiße Alles klar Okay Alles klar Rose on fire Is it Rose? Yes, I'm Rose I saw you You were on fire What happened? If I hadn't done it myself Jimmy would have Or rather Hugo would have Hugo's still in charge Even now He's controlling Jimmy Ask Jimmy to show you Where Hugo lives If ich nicht Wenn ich mich selbst getötet hätte Hätte es Jimmy getan Oder noch schlimmer Hugo würde es tun Hugo ist immer noch schuld Auch jetzt Er kontrolliert Jimmy Fragt Jimmy Zeig ihm, wo Hugo lebt Wie soll ich denn Jimmy fragen? Talking to the dead, Maya I know Hugo's your father, Jimmy I found your birth certificate And I know Rose tried to kill him But she failed, didn't she? Then where is he now? Well, why don't you come and beat him? It's time I introduce you to the family, Maya Warum kommst du nicht und stellst dich vor Okay You completed Rose's story Okay Zeit die Familie zu treffen Wo müssen wir hin? In den Keller Natürlich in den Keller In den Keller In den Keller Ella, Ella What am I? War hier schon immer alles so kaputt Lower ground, ne? Wo war er denn jetzt? Vielleicht sind wir Jimmy Oder Hugo Maya ist nur eine weitere Persönlichkeit Wieso sieht der Keller Ganz anders aus? Warum sieht der Keller Ganz anders aus? Da rechts und links müssen Türen sein Achso, die Schränke waren davor Das ist jetzt ein Geheimraum gewesen Hugos Grab Mamas Geheimnis Mamas Geheimnis Hugo Was just one of us Just another log on the fire He burned out But the fire has been burning down the halls for centuries Clearing the way Lighting the darkness Playing waste to the old And the poor And the poor And the weak And it's burning in you too Maya I can tell We are destined to be together You and I You're the one I've been waiting for Which is why I can't let you leave You're staying here with me Maya You find five deadlock fields You have five friends to rest here Oh, jetzt muss ich die Freunde auch noch retten The game will save you for the last time You now have to rescue your friends But if Jimmy catches you It's game over Was? Okay, wo waren die? Ich weiß, wo die Freunde sind War auf Ebene 2 auch noch jemand? Ich will da raus Hallo? Hey Nein Hä? Wo waren die geheimen Zimmer? Ich weiß es nicht mehr Ich glaube, irgendwo hier Jetzt ist er da Oben auf jeden Fall Oh Gott Ich weiß nicht, wo die waren Einer war auf jeden Fall Und in 1 In 1 weiß ich, wo die waren Wie viele Freunde muss ich retten? In 3 war auch einer Ich gehe erstmal auf 1 Ah, ich bin auf 1 Ich war auf 1 Ich war irgendwo am Ende Da waren 2 Aber auf 3 war auch irgendwo einer Aber ich weiß nicht mehr wo auf 3 Scheiße Aber das hasse ich ja Ey Wahrscheinlich hier Hier wahrscheinlich, ne? Okay Hier nicht Hier haben wir gar nichts Ich meine da hinten, irgendwo am Ende, hier, 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 hier. Das war's. Game over. Jimmy, hätte dich das letzte Mal getroffen. Deine Flucht endet hier, aber du kannst es immer nochmal versuchen. Was? Ey, hab das Game nicht... Okay, wir brauchen erst das Finale. Haben wir denn jetzt alle Schlüssel? Also wir müssen finden, wo die sind. Ich würde sagen, wir machen das mal in einem separaten Video. Das ist noch nicht das Ende. Aber das scheint ja ein bisschen komplizierter zu sein. Wobei ich diese... Das ist der schlimmste Part, den wir jetzt machen müssen. Ich gucke noch mal rein. Are you sure this will end your current game and return to your last save game? Ach, wir müssen die wahrscheinlich auch noch finden. 210, 211 waren die doch, oder? Boah, dieses scheiß Hotel. Ich weiß einfach nicht, wo es hier rausgeht. Wir müssen jetzt, glaube ich, diesen ganzen Party noch mal machen. Noch mal in den Keller gehen. Ach, da ist der Ausgang. Okay, das war das Save-Game. Save-Game-Keller. Was heute? Okay? Heatsu. Sorry, grapple ich mal. Okay. Ich will. Ich verstehe das nicht. Sie hat Hugo umgebracht und hier begraben. Okay? Sie dachte, sie ist nicht los. Aber sie hat es nicht verstanden, Maya. Hugo war nur einer von uns. Nur ein weiteres Stück Holz auf dem Feuer. Er ist ausgebrannt. Das Feuer verbrennt die... Ah, okay. Es ist das Hotel. Wir sind quasi der nächste Jimmy. Es ist auch ein Geist. Es sind nur alles Geister. Jimmy ist auch ein Geist. Es ist auf jeden Fall das Hotel. Fünf... You have to file... Five friends to rescue. Five friends, die wir retten müssen. So, jetzt haben wir den Geister-Receiver. Haben wir nicht mehr hier. Sind wir auf eins? Eins. The game will save you for the last time. Du musst jetzt deine Freunde retten. Also, 101. Ich meine, die waren hier in... Die waren nicht in 100. Die waren hier irgendwo. Ne, bei den Masken war ich das letzte Mal auch schon. Wir müssen hier... Waren die nicht hier? Irgendwo am Ende des Ganges? Ja, hier. Hier, wo es so dunkel war, ne? Auch nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich random, wo die sind, ne? Alles klar. Nein, da waren wir doch. Ohne hier, Ritter. Da, bei den Vorhängen. Ich bin mir sicher. Die sind nicht hier. Welche Schlüssel habe ich denn? Das sind die fünf Schlüssel, die ich habe. 110. 111. 110 und 111. Das sind die Schlüssel, die ich habe. 110 und 111. Ah, ich habe ja die Schlüssel. Dann weiß ich auch, in welchen Räumen die sind. Ah, natürlich. Okay. Das heißt, wir müssen zu 110 und 111. 111. Okay. Mal gucken, ey. Es ist Nobody. Ich bin ja ich. Ich bin ja nicht. Ohne. Okay. Jetzt bin ich. Ich bin ja nicht. Das ist schon so. Und ich will... Ich bin ja nicht. Okay. Ich bin ja nicht. Mal sehen. 110, 111 ist aber in die Richtung. Hier wahrscheinlich hin. Ne, da waren wir doch. 106, okay, hier ist richtig. Hier wahrscheinlich hin, ne? Ja, hier hin. 107, hier muss das sein. 108. Hier war das. 110, 111. Ja, da sind unsere Freunde. Oh, wir brauchen den 100. Okay, okay. Let's go. Ja, das ist okay. Okay. Get to the elevator as quickly as you can. Oh! Wait for them to get away. Okay. 911 Send your friend out. Get to the stairs as quickly as you can. Okay. Hat er die jetzt gekriegt oder was? Der ist ja weggegangen, ne? Okay. Okay. Jetzt gehen wir nach oben. Wir gehen mal in drei. Also, wen haben wir gerettet? In eins haben wir 110 und 111 gerettet. 110, 111. Gucken wir mal, was auf drei war. 110, 111, 303 und dann zwei auf zwei. Nein! 303. Also hier in die Richtung. Wahrscheinlich hier irgendwo. 301 302 304 303 Stop. 303 303 31 31 31 32 31 32 32 32 33 Geh zum Elevator so schnell wie du kannst. Es ist immer scheiße, wenn du so am Ende des Raums bist. Okay, hoffen wir, er ist jetzt weg hier. Oh Gott, scheiße! Wie kann man denn wissen, dass er da ist? Okay, das ist einfach nur... Das ist halt scheiße, weil du kannst es jetzt halt nur noch können. Das ist nicht mehr Story und das... Ich glaube, ich mache dazu mal ein extra Video. Wir haben ja quasi das... Ich verstehe das Ende so, dass quasi das Hotel, der Typ Hugo quasi zu dem Hotel gehört. Und immer gewisse Leute befällt. Es war also nicht Hugo, der böse ist, sondern es war das Hotel, was Hugo böse gemacht hat. Und genau so hat das Hotel auch Jimmy böse gemacht. Und Jimmy wird also auch befallen von Hugo. Hugo. Also dem... Was auch immer. Deswegen gibt es da auch Geister in dem Hotel, ne? Es ist quasi... Es ist alles... Es gehört alles zusammen. Deswegen gab es vielleicht auch diese Geistermaschine, um mit den Geistern zu reden. Weil Jimmy es vielleicht auch rausgefunden hat. Und... Sie ist einfach die Nachfolgerin, weil Jimmy ja auch irgendwann quasi fertig ist. Der Geist muss vielleicht immer die Person übernehmen, aber nur für einen gewissen Zeitpunkt. Also so habe ich das verstanden. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr das verstanden habt. Und ob ich jetzt doch nochmal dieses Extra-Ende zeigen soll, wo man die Freunde rettet. Was aber quasi nur Geschicklichkeitsspiel ist. Ob ich das mal versuchen soll. Dadurch, dass man halt sterben kann, ist es sofort stirbt. Ist es halt echt hart. Und ist halt auch nicht so mein Spiel. Aber für euch würde ich es natürlich versuchen. Ob da noch irgendwie was kommt. Oder wenn ihr sagt, okay, wir können uns das auch woanders angucken. Dann wäre das auch okay. Ansonsten würde ich es versuchen. Aber ich muss es jetzt nicht haben. Für mich reicht das jetzt als Ende. Weil ich denke, das ist das Ende. Okay, ja. So viel dazu. Also, wenn ihr unbedingt wollt, machen wir nochmal eine kurze Folge. Wo ich dann vielleicht geschnitten das Ende zeige. Wo ich nicht die ganze Zeit rumsuche und so. Vielleicht machen wir es aber auch am Stück. Weiß ich noch nicht. Und ansonsten ist das hier Ende. Mal gucken. Kommt auch Feedback drauf an. Würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal oder zum nächsten Let's Play. Je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Ciao. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Dead of Night. Wir versuchen jetzt nochmal, unsere Freunde zu befreien. Ein letztes Mal. Ich versuche da eine kleine Strategie zu machen. Also, wir haben eins, zwei auf der ersten Ebene, zwei auf der zweiten Ebene und einen auf der dritten. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal direkt auf die dritte Ebene und versuchen erstmal, den Freund auf der dritten Ebene zu retten. Ich versuche ein bisschen strategisch vorzugehen, weil wir dürfen Jimmy nicht in die Hand laufen, weil Jimmy uns dann tötet. Ja, versuchen wir es mal. Das ist so gar nicht mein Fall. Deswegen werde ich wahrscheinlich viel fluchen und viele Anlaufen versuchen. Möglicherweise werde ich dann schneiden, wenn ich nicht in einem Rutsch schaffen werde. Da wir ja wirklich sehr, sehr viel warten müssen. So, Regel Nummer eins. Jimmy kommt nicht, solange wir hier sind. Eigentlich. Es sei denn, er ist schon hier oben. So, wir müssen in... Ich muss mal eben gucken. Zimmer 303, also müssten wir nach rechts. So, wahrscheinlich... Nein, hier nicht lang. Hier lang. Hier müsste es irgendwo sein. 307, wir sind schon hier jetzt so weit. Hier müsste es eigentlich irgendwo sein. 303. Jawohl. Ah, stopp. Müssen wir natürlich aufschließen, ne? Das vergesse ich immer. So, und es spielt wohl keine Rolle, wenn wir den Freund rausschicken, dass Jimmy in der Nähe ist. Das ist also, glaube ich, total egal. So habe ich das verstanden. Die wird schon ihren Weg machen. Send friends out. Four more friends to rescue. Ja, die schreit jetzt zwar und so, aber sie wird es schon geschafft haben. So, jetzt gucken wir einmal durch und versuchen, auf Jimmy zu hören. Da ist er. So, er geht rechts rum. Das ist ein sehr gutes Zeichen, weil dann können wir nämlich nach links. Und sollten eigentlich schnell hier rauskommen. Das war falsch. Okay, er hat uns entdeckt. Hier rein. Hoffen wir, er hat uns nicht direkt entdeckt jetzt. Hätte ich mich nicht verlaufen, hätte es so geklappt. Aber ich denke, wir werden uns so oft im Ballzimmer noch verstecken müssen. Ich frage mich, ob wir ihn in einen Raum locken können, den wir einschließen können. Also abschließen können, wo wir jetzt den Schlüssel haben. Und ob er dann wirklich da drin bleibt. Auch für die anderen Ebenen. Das wäre mal interessant zu wissen. Wie viel Zeit wir dann wohl haben. Das Problem ist... So, er geht rechts rum. Ich glaube aber nicht, dass wir links rum müssen. Wir müssen, glaube ich, rechts rum. Und so ein bisschen warten hilft wohl auch immer. Ah, da hat er uns nämlich schon wieder. Der ist halt echt fies, ne? Ah, er hat jetzt... Jetzt hat er nämlich nicht gesehen, wo wir hin sind. Wir könnten natürlich überall sein. Wenn er aber jetzt von rechts nach links geht, dann müsste der Weg eigentlich frei sein. Hoffen wir es mal. Eigentlich dürfte er ja jetzt nicht mehr hier sein. Ja, sieht gut aus. So, jetzt gehen wir mal auf eins runter. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit wir haben. Ob wir so ruhig warten können, bis der Aufzug kommt. Keine Ahnung. Wie ihr seht, heute ist Tag, ne? Es ist Sonntag. Ausnahmsweise sind Frau und Kinder mal nicht da. Deswegen kann ich jetzt mal eine Ruhe aufnehmen. Also bei mir ist Tag. So, okay. Ich glaube, hier haben wir... 110 und 111. Das sind die, die zusammen liegen. Das heißt, hier in die Richtung. Könnte richtig sein. Ja, das ist... Hier ist richtig. Das war hier. So, 110. Und da ist er schon wieder. Wie viele Stunden, die da jetzt unter diesem Scheißtuch gesessen haben. Und alles, was sie hätten machen müssen... Vielleicht ist es aber auch besser, den einen Freund zuletzt zu retten. Ja, vielleicht die... bessere Möglichkeit. Wir warten jetzt, bis er kommt. Und dann machen wir direkt den Raum auf der anderen Seite. 100... Hä? Alle Donals abgeschlossen. Vielen Dank. Okay. Das war dann schon mal nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auf der ersten Ebene an. Machen wir es dann einfach noch mal... hier am Schrank vorbei, hier in die Ecke und immer weiter um die Ecke. Und immer weiter in die Ecke. Die Ecke in die Ecke. Versuchen wir mal das zuerst. 111. Du, unlockt. Ich versuche, ihn mal in einem Raum einzuschließen. Wenn ich ihm von einer Tür rufe, und dann ganz schnell in die andere Tür gehe, vielleicht kann ich ihn dann einschlafen... einschlafen. Einschließen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Vielleicht klappt das. Vielleicht aber auch nicht. So, wenn wir einen Freund rausschicken, dann kommt er anscheinend zur Tür. Okay. Ich höre ihn jetzt auch nicht. Oh. Okay. Vielleicht lieber noch eine Weile warten. Bevor wir rausgehen. Okay. Okay, er weiß, dass wir da sind. Solange wir aber gucken, kann er nicht kommen. Deswegen müssen wir ganz schnell sein. Ich glaube, 110 hier. 110. Ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt verhält. Ob wir jetzt gucken können, ob er jetzt zum Beispiel reinkommt. Oder ob er jetzt nicht reinkommen kann. Komisch. Er hat uns gesehen, dass wir reingekommen sind. Aber er haut nicht ab. Ganz einfach. Wir schicken alle Jimmys Hände. Ich warte jetzt einen Move, bis er hier nochmal ankommt. Scheinbar kommt er nicht. Ich versuche mal was. Jetzt ganz schnell raus. Und die Tür rein. und gucken, ob er in das Zimmer gegenüber geht. Nee, macht er nicht. Ich verstehe nicht, wie man den einschließen soll. Das funktioniert ja noch nicht mal im Schrank. Weil man kommt nicht raus, während man im Bad ist. Haben wir schon ausprobiert. Okay, wir müssen zurück zum Aufzug. Da müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen warten, dass er jetzt wirklich ganz weit weg ist. Aber wir sind jetzt wirklich ganz hinten im Hotel. Das ist halt das Schwierige. So. Kein Schatten, kein Gucken. Okay, da ist er. Gehen wir mal hier rein. Und gucken mal, wo er hergeht. Wenn er rechts rum geht, von links nach rechts. Oha, er hat uns gesehen. Okay. Das ist natürlich fies. Hat er uns tatsächlich gesehen, wie wir hier in das Zimmer pushen. Ich brauche Energy. Ach, scheiße. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ich weiß auch nicht, ob, wenn wir den Schatten sehen, ob wir dann ganz schnell vorbei rennen können. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, mittlerweile kenne ich mich mit dem Hotel ganz gut aus. Wir wären fast da gewesen. Wir wären fast am Aufzug gewesen. Weil er rennt natürlich nur in dieser Ebene rum. Was natürlich mega nervig ist. So, 111. Also, 111. Ich mache schon mal den anderen. 110. Dann können wir da direkt rein. Schade, dass wir die Szenen nicht überspringen können. Müssen wir uns den ganzen Quatsch immer wieder angucken hier. It's okay. Get to the elevator as quickly as you can. Jimmy kriegt sie alle. Keine Chance. So, dann müssen wir warten, bis er kommt. Und dann müssen wir eine Weile warten, bis er weg ist. Ich hoffe, das reicht. Na, er guckt zumindest nicht. Ich gucke die Stände as quickly as you can. Ich finde die Szenen immer wieder dieselben Szenen. Das ist so witzig. Vor allem, wie sie schreit. Seid doch einfach mal leise. Da lacht er. So, jetzt wieder warten. So, jetzt wieder warten. Eigentlich müsste er jetzt gleich kommen. Wo bleibt er denn? Das Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe und er steht direkt da. Das ist halt... Das sieht gut aus. Das war ja ganz gut. Dann zweite Ebene. Ich hoffe, dass ich mir den Weg genauso gut merken kann. Auf zwei haben wir auch zwei zu retten. So, wir gucken erst mal, welche. In welche Richtung wir da so müssen. Also. 209. 209 und 205. Alles nach rechts. Okay. 209 und 205. 206, dann müsste 205 hier sein. Irgendwo. 202. 204. 205. 209 wird jetzt noch spannend. 209. 209. 209. So, two more friends to rescue. Hier sind wir am Ende des Raums. Es ist wieder schön deadlock hier. Wir warten jetzt ein bisschen. Ich höre nichts. Und ich sehe nichts. Ich gehe davon aus, dass wir sicher sind. Erstmal. Hat sich da was bewegt? Oh, ich habe was gehört. 208. 209. 209. So, jetzt nur noch zum Elevator zurück. Das könnte spannend werden. Denn ich habe keine Ahnung, wie wir zum Elevator zurückkommen. Ich habe mich jetzt absolut verlaufen hier. Ja, guck mal. Die hat es scheinbar geschafft. Ich habe jetzt kein Schreien gehört. Wir wagen es mal. Wir sind hier rechts rum. Ich glaube nicht. Okay, alles klar. Ab in drei. Das Zimmer ist genau aufgebaut. Das Hotel ist genau aufgebaut wie das andere. Es wäre jetzt so fies, wenn wir in drei sterben. Okay. In welchen Raum müssen wir auf drei? Rechts irgendwo auf jeden Fall. Wir müssen in... 303. Jo, aufschreiben. 303, das ist auf jeden Fall hier weiter. Irgendwo hier, glaube ich. Hier. 303. Er ist schon wieder da. Ja. Komm, lass uns gehen. Hey, Ryan. Geh, walk. Let's go. Geh to the elevator as quickly as you can. Hauptsache, wir überleben. The last person, now find your way to the exit. Wir müssen dummerweise nicht nach rechts, soweit ich weiß. Wir müssen auch nach links. Das heißt, wir warten jetzt noch eine Weile. Solange bis ich hier nicht mehr höre. Okay, vielleicht reicht das. Wir werden jetzt eh sterben. Das ist einfach Gesetz. Siehst du? Es ist doch nicht wahr. Keine Chance. Ich habe ihn nicht gehört und man hat ihn nicht gesehen. Es ist... Du hast... Es ist... Weißt du, das liebe ich ja an solchen Spielen. Ich liebe es einfach. Die sagen zum Schluss einfach, fick dich. Es ist denen scheißegal. Deswegen, so. Ich mache jetzt einen Cut. Ich spiele das jetzt durch, bis ich es schaffe. Und wenn wir wieder im Aufzug sind und alle gerettet haben, dann geht es weiter. Ich tue euch das nicht an. Es ist einfach... Es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Es gab überhaupt gar keine Anzeichen, dass der jetzt in der Nähe war. Er ist vorbeigegangen und wir haben lange genug gewartet. Der hätte eigentlich weg sein müssen. Aber du gehst raus und er steht direkt vor dir. Egal. Da ich mich mit Ebene 1 ganz gut auskenne, denke ich mal, machen wir erstmal Ebene 2. Das ist das Schwierigste. Dann mache ich 3 und dann mache ich 1. Naja. Wir sehen uns dann, wenn ich alle Mädels gerettet habe. Bis gleich. Okay, okay, okay. Wir haben alle gerettet. Wir müssen jetzt nur noch raus. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh Gott. Ground, ground, ground. Ground. Okay. War das ein Trip, ey. Aber ich habe tatsächlich nur einen Versuch gebraucht. Aber es war hart. So. Ich hoffe, er rennt jetzt hier unten nicht auch noch rum. Oh Gott, ey. Nehme ich überhaupt auf? Ich nehme auf. Okay, alles gut. Alles gut. Ich bin so angespannt, ey. Okay, nichts raus. So. Okay. Hotelkey. Falscher Schlüssel. Da hinten gibt es noch eine Tür. Hier gibt es noch eine Tür. Falscher Schlüssel. Wie kommen wir denn hier raus? Was gibt es noch für Türen? Ich weiß jetzt nicht, ob Jimmy jetzt auch hier unten sein kann. Hier gibt es noch eine Tür. Hier links. Wofür ist der Hotelkey? Hier vielleicht. Können wir nicht. Try it on. Oh. Ah. Okay. Alles klar. Das war der Schlüssel. All your friends got safely. Out safely. You completed dead at night. Hey. Also doch ein richtiges Ende. Ich dachte, das wäre jetzt nur noch mal ein Minispiel zum Ende. Und das Ende wäre das Ende gewesen. Okay. Hier ist der Hugo Punch. Ich tue mal den Pfeil weg. Er sucht uns immer noch. Meier! 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 Stopp, 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 stopp! Stopp it! Why do you keep making me do these things? Please just stop. Please just stop it. Stopp it. You're always going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. I'm in charge. Okay, also. Der Hugo hat die komplette Kontrolle über den Jimmy übernommen. Ah, das sieht cool aus hier mit dem. Das sah so ein bisschen Totenkopf-mäßig aus. Fing es nicht mit der Kerze an? Aber trotzdem verstehe ich Meiers Rolle nicht so ganz. Also, hat das Hotel quasi, Hugo, ist Hugo quasi im Hotel und war schon immer da und braucht nur einen Wirt. In jedem von uns ist ein anderer, den wir nicht kennen. Er spricht zu uns in unseren Träumen. Und sagt uns, wie unterschiedlich er uns sieht, wie wir uns sehen. Von Carl Jung. Das Unterbewusstsein wahrscheinlich. Du kannst sie sehen. At Dead of Night. Also, im Toten der Nacht. Wie kann man At Dead of Night eigentlich gut übersetzen? Im Mitten der Nacht? Im Mitternacht? Spitze der Nacht? Ich weiß gar nicht, was da die korrekte Übersetzung für wäre. Okay. Das war At Dead of Night. Das ist der Abspann. War ein großartiges Game, auch wenn ich diese Verfolgungsjagden nicht packe. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade, wo ich jetzt nicht aufgenommen habe, tatsächlich es dann in einem Rutsch durch geschafft habe. Ich bin so vorgegangen. Ich habe erst Ebene 2 gemacht, weil ich die am schwierigsten fand. Dann habe ich Ebene 3 gemacht, weil ich das am drittschwierigsten fand. Und dann Ebene 1, weil da musst du dich eigentlich immer nur links halten, wenn du zurückgehst. Und vielleicht noch als Tipp. Du kannst ruhig die Freunde rausschicken. Ist egal, ob er die kriegt oder nicht. Du schaffst es trotzdem. Und du musst auf jeden Fall sicher sein, dass er weg ist. Und dann immer so ein bisschen warten. Und die Ecken angucken. Und tatsächlich, wenn er rechts steht, wenn du vorbeiläufst und du siehst, dass er rechts neben dir steht, mit einem Schläger im Augenwinkel, dann kannst du ganz schnell weiterrennen. Genauso, wenn du den an anderen Orten siehst, wenn du den irgendwo an der Seite siehst. Das heißt nicht, dass er dich immer kriegt, sondern du musst einfach schnell weiterrennen. Er kriegt dich nur, wenn der Weg wirklich blockiert ist von ihm. Also, wenn er hinter der Ecke steht. Und ja, ansonsten ist das mit dem sich im Badezimmer verstecken sehr random. Also, sehr random. Ich weiß nicht, wann er tatsächlich reingeht, wenn er sicher ist oder was. Oder ob das eine 50-50-Chance ist. Schrank, Badezimmer. Ich habe mich immer im Badezimmer versteckt. Ich wurde dafür sehr selten im Badezimmer eigentlich getroffen. Eingetroffen. Und ja, ich fand es ein super Spiel. Ich fand es super, wie ihr alle mitgemacht habt und mich unterstützt habt. Immer kommentiert habt, Videos geguckt habt, geliked habt. Super. Und ja, jetzt kann ich schon mal ankündigen, das nächste Projekt, was wir machen werden, ist The Medium von Bloober Team. Das sind die, die Layers of 4 gemacht haben. Layers of 4, 2. Und Blair Witch zum Beispiel. Auch alle super Projekte. Findet ihr auch alles auf meinem Kanal. Und ja, das werden wir uns als nächstes angucken. Ist aber im Stil von Song of Horror. Was ihr euch auch mal geben könnt, weil das ist auch ein super Horrorspiel gewesen. Also, das wird als nächstes kommen. Wahrscheinlich dann ab morgen oder übermorgen. Ich hoffe, ich kann jetzt weiter kontinuierlich so die Videos raushauen. Wir werden sehen. Und ja, wenn ihr das Spiel unterstützen wollt, kauft es gerne auf Steam. Unterstützt den Entwickler. Und ich werde jetzt gleich sicherlich einen positiven Kommentar da lassen. Bis auf diese Endszene fand ich das Spiel genial. Auch eine gute Mischung aus Verstecken und so. Jimmy kennenlernen. Ich hoffe, ich habe das mit der Story so alles richtig kapiert. Aber ich denke, es geht um gespaltene Persönlichkeit. Und dass aber der Ursache dieser gespaltenen Persönlichkeit irgendwie das Hotel ist. Also, erst hat es den alten Hugo befallen, der war dann böse. Dann hat es den Sohn befallen, der war dann böse. Und Maya sollte jetzt quasi der nächste Wirt sein. So habe ich das verstanden für das Böse in dem Hotel. Und das ist das Geheimnis. Wenn ihr es anders seht, schreibt es mir. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao. Ciao.